Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur dritten Fachkonferenz des Instituts der Regionen Europas. Das Thema, um das es heute geht, ist bereits jetzt allgegenwärtig, aber wird in Zukunft unseren Alltag noch viel stärker durchdringen. Unter dem Titel Digitalisierung – neue Power für die Regionen Europas werden wir heute in ein Thema eintauchen, das nahezu alle Lebensbereiche betrifft. Mein Name ist Philipp Hirsch, ich leite das Regionalressort der oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, Sie durch den ersten Teil dieser Fachkonferenz begleiten zu dürfen. Die Digitalisierung prägt unser Leben, sie verändert die Art, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir Auto fahren und wie wir uns der Welt präsentieren. Noch nie hatten wir Zugang zu so vielen Informationen. Gleichzeitig war es noch nie so schwierig, das Wichtige von Belanglosen zu unterscheiden. Während der Corona-Pandemie haben sich so eindeutig wie noch nie zuvor die großen Möglichkeiten dieses technologischen Wandels gezeigt. In vielen Betrieben wurde das Homeoffice von einer Ausnahme zur Regel. Sogar das österreichische Schulsystem, das jetzt nicht unbedingt vom Ruf begleitet ist, ein besonders flexibles System zu sein, hat es in der Not geschafft, auf ein digitales Lehr- und Lernsystem umzustellen. In diesem großen Experiment haben wir aber auch eine Kluft entdeckt, eine Kluft zwischen dem ländlichen Raum und den Städten. Es mangelt vielerorts noch immer an schnellen Internetverbindungen. Wer schon jemals versucht hat, aus einem abgelegenen Ex Österreichs eine größere Datenmenge nach Linz zu schicken, weiß, wie akut und frustrierend diese Probleme sein können. Gut gemeinte Initiativen, um diese Ungleichheit zu beheben, gab es bereits viele. Leider müssen wir festhalten, die gewünschte Wirkung haben sie bisher nicht erzielt. Heute soll es aber nicht vorrangig um Probleme gehen, sondern um Lösungen. Gemeinsam mit vielen Experten werden wir versuchen, die Problemfelder herauszuarbeiten und wollen aufzeigen, wie der digitale Wandel zu einem Gewinn für alle werden kann. Ich bitte nun Franz Schausberger, Landeshauptmann außer Dienst und Gründer und Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas, um seine Begrüßungsworte. Bitteschön, Herr Landeshauptmann. Danke vielmals, Herr Hirsch, für die freundliche Einbegleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Linz zeigt sich heute von seiner schönsten Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können und ich darf Sie alle namens des Instituts der Regionen Europas und meiner auch anwesenden Vorstandskollegen Dr. Stefan Eder und Dr. Helmut Falschläner recht herzlich begrüßen. Es wurde ja schon gesagt, dass Digitalisierung unser ganzes Leben begleitet. Der schreckliche Krieg in der Ukraine ist natürlich überall bei allen Konferenzen, wo man heutzutage hinkommt, das dominierende Thema und bei allen Veranstaltungen, die derzeit durchgeführt werden. Auch uns, meine Damen und Herren, ist bewusst, dass digitale Technologien in bewaffneten Konflikten in der Ukraine eine Schlüsselrolle spielen. Als Werkzeug für Cyberangriffe und digitalen Protest, aber auch als Beschleuniger für Information und Desinformation. Außer Zweifel steht auch, dass die Ukraine, das können wir heute schon feststellen, dass die Ukraine von der Digitalisierung und auch vor allem die regionale und lokale Ebene von der Verwaltungsdigitalisierung, die die Ukraine in den letzten Jahren gemacht hat, durchaus auch in diesem Krieg profitiert. Deshalb ist es so wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Digitalisierung viele Vorteile in unserer Gesellschaft mit sich bringt und überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, dass sie aber auch, und darüber wollen wir auch heute diskutieren, mit vielen negativen Aspekten behaftet ist und in die völlig falsche Richtung für völlig falsche Ziele eingesetzt werden kann. Dass die Digitalisierung mittlerweile in praktisch alle Lebensbereiche hineinwirkt und das Leben und Arbeiten nicht nur in den großen Städten verändert, sondern auch und vor allem in den ländlichen Regionen und Gemeinden ist heute unbestritten. Ich freue mich daher auch, dass doch einige Vertreterinnen und Vertreter aus der kommunalen Ebene heute bei uns sind. Vor allem in der Zeit der Corona-Pandemie ist ja die Bedeutung der verschiedenen digitalen Anwendungen enorm gestiegen und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, wenn wir etwa an die digitale Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Verbesserung der Gesundheitsversorgung, vernetzte Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und so weiter denken. Damit können durch die Digitalisierung gerade in den ländlichen Regionen vorhandene Standortnachteile reduziert und vorhandene Stärken ausgebaut werden. Und damit, und das ist ja das Entscheidende, gleichwertige Lebensbedingungen geschaffen werden. Wir alle versuchen ja daran zu arbeiten, dass die digitale Kluft, die heute ja immer noch besteht zwischen Staat und Land, weitestgehend geschlossen wird. Wie praktisch alle österreichischen Bundesländer hat vor allem auch Oberösterreich durch zahlreiche Initiativen, Fördermaßnahmen und Projekte die Digitalisierung intensiv vorangetrieben und damit den eigenen Wirtschaftsstandort natürlich auch wesentlich gestärkt. Mit der neuen Technischen Universität für digitale Transformation, aber auch mit dem geplanten Wasserstoffkompetenzzentrum werden wichtige Schritte für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Oberösterreich gesetzt. In dieser heute durchzuführenden dritten Fachkonferenz unseres Instituts der Regionen Europas in Linz sollen unter dem Titel Digitalisierung neue Power für die Regionen möglichst viele der aktuellen und relevanten Fragen zu diesem Thema diskutiert werden. Und so hoffe ich, dass die Konferenz von großem Interesse für Vertreter der Wirtschaft, der Kommunal- und Regionalpolitik, der Verwaltung, Wissenschaft aus Oberösterreich und dem ganzen angrenzenden Salzburg und Bayern sein kann. Expertinnen und Experten aus der Ebene der EU, Österreichs, österreichischer Bundesländer, vor allem auch Oberösterreichs und aus anderen Staaten Europas referieren und diskutieren über die Chancen und Risken der Digitalisierung. Ich möchte mich ganz, ganz ausdrücklich und herzlich für die ausgezeichnete Kooperation und Unterstützung beim Land Oberösterreich, insbesondere beim Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Markus Achleitner bedanken für die Unterstützung. Ohne diese Unterstützung hätten wir diese Veranstaltung heute nicht durchführen können. Ich möchte mich ganz besonders bei Herrn Landtagspräsident Max Hiegelsberger bedanken, dass er heute das offizielle Oberösterreich hier vertritt und die Eröffnung vornehmen wird. Er kennt ja, davon bin ich überzeugt, wie kaum einer die ländlichen Regionen und die Bedeutung der Digitalisierung für die ländlichen Regionen. Ich freue mich ganz besonders, dass mein langjähriger Freund schon aus der Jugendzeit und der Kollege Landeshauptmann Außerdienst Josef Bühringer heute bei uns ist. Ich habe ihn überzeugen können, dass er trotz vieler anderer Termine zu uns kommt, weil ich ihm gesagt habe, du musst über dieses spannende Thema Digitalisierung und Seniorenreden. Ein Thema, das ja nicht unbedingt ganz im Vordergrund steht und nicht im Fokus ist, aber ich weiß, dass der, lieber Sepp, dass der Oberösterreichische Seniorenbund da sehr viel macht und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden, dass vor allem auch die ältere Generation hier mitmachen kann und davon profitieren kann, weil die Jüngeren wachsen ja, muss man auch ganz offen sagen, ja damit auf und haben nicht die Probleme. Ich weiß das ja von mir selber, welche Möglichkeiten die Digitalisierung hier bietet. Wenn Sie das Programm anschauen, finden Sie ein paar Dinge drinnen, die heute nicht mehr erscheinen werden. Wir haben leider die Videobotschaften der beiden Ministerinnen, die sind uns kurzfristig abhandengekommen, sowohl die Videobotschaften als auch die Ministerinnen. Ich möchte mich ganz besonders herzlich bedanken. Sie kommt ja ein bisschen später bei der Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Frau Angelika Winzig, für ihre Mitwirkung. Ich freue mich über die Anwesenheit von Frau Abgeordneten zum Nationalrat, Andrea Holzner und ich möchte mich sehr bedanken, Frau Abgeordnete, dass du bereit gewesen bist, wirklich kurzfristig da auch einzuspringen. Ich weiß, dass solche Überraschungen liebt man nicht so sehr, aber es ist eben die eine oder andere auch ausgefallen und wir sind daher sehr froh, vor allem, dass wir auch eine Frau noch zusätzlich heute dann am Podium dabei haben. Ich möchte mich bei den ausländischen Referenten bedanken. Wir haben uns überlegt, wir brauchen ein paar Leute aus EU-Mitgliedstaaten von Regionen und wir brauchen auch jemanden aus einem Nicht-EU-Mitgliedstaat, aus einer regionalen Regierung und ich freue mich daher sehr, dass der Minister für Wissenschaft und technologische Entwicklungsruder Rejcevic aus der Republik in Bosnien-Herzegowina, er sitzt hier vorne, bei uns ist und damit sozusagen ein Erweiterungsland auch bei uns entsprechend vertreten ist. Herr Minister, ich bedanke mich sehr, Sie sind extra von Banja Luka nach Linz gekommen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es wird dann auch noch dazu geschaltet werden, der Vizepräsident der Region in Sizilien, Gaetano Armao, der wollte ursprünglich unbedingt kommen, hat aber überraschenderweise eine Sitzung einberufen worden in Sizilien, sodass er sich zuschalten wird. Ich möchte mich bedanken bei den Moderatoren, beim Herrn Philipp Hirsch von den oberösterreichischen Nachrichten, bei Josef Ertl vom Kurier und bei Werner Secker von ProSiebenPuls4. Natürlich bei allen Expertinnen und Experten, die dann jeweils in den einzelnen Panels gesondert vorgestellt werden. Ich bedanke mich bei allen Sponsoren, bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, der Herr Generaldirektor Heinrich Schaller wird ja auch auf einem Podium heute dabei sein, Energie AG Oberösterreich, Industriellenvereinigung Oberösterreich, ganz besonders Fiber, Network Construction Finanzfuchsgruppe, Ben Ibbler Rechtsanwälte GmbH und Kapsch, ohne deren Unterstützung diese Veranstaltung nicht stattfinden hätte können. Ich bedanke mich jetzt auch schon bei unseren Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die versuchen werden, das, was wir sagen, auch ins Englische und umgekehrt zu übersetzen. Last but not least erlauben Sie mir, dass ich mich bei meinem Team, bei unserem Generalsekretär Joachim Fritz, Stefan Haböck und unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich bedanken. Auch natürlich bei den Medien, die heute da sind und ich hoffe, dass wir Ihnen auch einiges Interessante zur Berichterstattung dann bieten können. Ich möchte mich sehr bedanken bei Ihnen, meine Damen und Herren, die heute als interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz zu uns gekommen sind und sich hoffentlich auch intensiv an der Diskussion beteiligen werden, weil Ihre Meinung ist uns natürlich sehr wichtig. Sie kommen überwiegend dann aus der Praxis und werden uns sagen, wo es Ihrer Meinung nach hingehen muss. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche Ihnen eine interessante Tagung und darf mich noch einmal herzlich für Ihr Kommen danken und Sie willkommen heißen. Auch Max Higelsberger, Präsident des Oberösterreichischen Landtags, hat als Einleitung für diese Konferenz Grußworte vorbereitet. Ich bitte Sie, Herr Präsident. Herr geschätzte Teilnehmer, aber vor allem werte Vortragende, herzlich willkommen in Oberösterreich. Diese Runde alleine zeigt schon und vielleicht auch aus dem Blickwinkel der vergangenen Jahre, was das Thema Pandemie und jetzt dieser unsägliche Angriffskrieg, der in Russland gegen die Ukraine führt, zeigt, dass wir eindeutig mehr und nicht weniger Europa brauchen und daher sind diese Gesprächsrunden auch in dieser Form ganz wesentlich für eine Entwicklung. Sie haben Platz genommen im Industriebundesland Nummer eins dieser Republik. 30 Prozent der Exporte kommen aus unserem Bundesland und jeder zweite Arbeitsplatz hängt mit Export zusammen. Das heißt, die Verbindung zwischen der Wirtschaft und der Digitalisierung auf den Märkten der Welt sind so untrennbar miteinander verbunden, dass wir uns sehr freuen, dass diese Tagung heute der CIA, und da darf ich mich beim Franz Sausgrub herzlich bedanken, in Oberösterreich stattfindet. Wie sieht denn einleitend das Bild aus? Im Jahr 2014 hat es eine Befragung gegeben der jungen Menschen in unserem Bundesland zwischen 15 und 25. Wie sehen Sie denn das Thema Demokratie? Ich habe diese Befragung jetzt nach acht Jahren wiederholt und siehe da, es ist der Wert vor allem bei den jungen Menschen, was die politischen Ebenen betrifft, beim Thema Bund und vor allem beim Thema Europa, wesentlich gestiegen. Das heißt, die jungen Menschen nehmen Europa wesentlich wichtiger wahr, vielleicht auch aus den letzten Jahren, wie in der Vergangenheit und das spielt sich natürlich auch wiederum im Digitalisierungszeitalter ab. Und ein zweiter oder ein dritter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, nachdem Republik Srpska hier war, hier ist, das war der kroatische Botschafter vor kurzem, auch bei mir und auch diese Länder möchten weiter in die Mitte Europas kommen, als wir es in der Vergangenheit war. Und ich denke, das sind genau jene Signale, die die Digitalisierung zwar räumlich hereinbringen kann, aber in der Verbindung deutlich verstärken kann, was Europa in seiner Gesamtheit bedeutet. Ja, Franz Ausgub hat es angesprochen, aber immer mit neuen Technologien gehen auch Gefahren aus. Und ich denke, das muss auch besprochen werden. Das heißt, wie sieht denn die Datenverfügbarkeit aus? Wer hat die Datenhoheit? Wer kommt zu den Nutzungen dieser Daten in welcher Form? Alles das, glaube ich, soll auch Grundlage der Diskussion sein. Ja, und dann der große Faktor Breitband auch für die Regionen. Wenn wir uns das Thema Klima oder Klimawandelanpassung ansehen, dann ist es eindeutig möglich, ich würde eher sagen notwendig, dass wir das Thema der Maßnahmen mit den Digitalisierungsprozessen und den Möglichkeiten verbinden. Denn wenn wir uns Stromnetze ansehen, und da komme ich jetzt zu einem Thema, was Datenschutz betrifft, dann werden zukünftig die Energieanbieter die Möglichkeit haben müssen, ganz intensiv in den Haushalten den Stromverbrauch zu regulieren. Sonst kann man ja diese Verbräuche, die zukünftig stattfinden müssen aufgrund der veränderten Situation, der Dekarbonisierung, die stattfindet und auch der Transformation in diesem Bereich nicht stattfinden können. Und daher ist dieses so unweigerlich miteinander verbunden, dass es, glaube ich, viele gute Möglichkeiten gibt, dies in eine gemeinsame Zukunft zu führen. Und genau diesen Anspruch, glaube ich, erfüllt auch das IRE mit dieser Konferenz, dass man die Plattformen darstellt, die Verknüpfungsmöglichkeiten dann auch dazugibt und letztendlich Lösungen, und um die geht es auch für diese verbreitete Möglichkeit des Einsatzes und auch der Intensität, weil wir es gemeinsam brauchen werden, auch in diesem Form stattfindet. Daher freue ich mich, dass Sie nach Oberösterreich gekommen sind. Ich wünsche der Tagung, glaube ich, einen großen Erfolg. Ich wünsche Ihnen vor allen Fällen, dass Sie sich in unserem Bundesland wohlfühlen. Alles Gute. Das erste Referat dieser Konferenz hält einen Mann, den man in Oberösterreich niemandem mehr vorstellen muss, vor allem deshalb, weil er in den vergangenen Jahrzehnten fast jedem Oberösterreicher vermutlich selbst schon die Hand gegeben hat. Josef Bühringer, Landeshauptmann außer Dienst und Landesobmann des Oberösterreichischen Jornbundes. Er wird sich mit der Frage beschäftigen, was wir tun müssen, damit die ältere Generation in der Digitalisierung nicht den Anschluss verpasst. Bitte, Herr Landeshauptmann. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, lieber Freund Franz Schausberger, sehr geehrte Abgeordnete Winzig-Holzner, hochgeschätzter Herr Landtagspräsident, liebe Gäste an dieser Fachtagung. Gerne habe ich die Einladung angenommen, nachdem mein Freund Franz Schausberger mich darum gebeten hat, zum Thema Digitalisierung und Senioren zu sprechen. Ich habe es angenommen, obwohl ich um 10 Uhr einen großen Bezirksseniorentag im Freistaat habe, sage das dazu, damit es nicht unhöflich erscheint, wenn ich nach meinen Ausführungen fluchtartig die Tagung verlassen muss. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Digitalisierung und Senioren, ein Thema, das mich als Interessensvertreter der Senioren sowohl in meiner Eigenschaft als Vizepräsident des Österreichischen Seniorenrates als auch als Obmann des Oberösterreichischen Seniorenbundes mit über 75.000 Mitgliedern doch seit einiger Zeit intensiv beschäftigt. Ich halte es für eine ganz entscheidende Aufgabe, dass wir als Interessensvertretung der Senioren die Generation 60 plus, insbesondere aber die Generation 75 80 plus ins digitale Zeitalter hinein bestens begleiten. Im Gegensatz zu den sogenannten Digital Natives, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, konnten die heutigen Seniorinnen und Senioren in ihrer Schul- und Ausbildungszeit keinerlei Erfahrungen mit digitalen Hilfsmitteln sammeln und keinerlei Kompetenzen in diesem Bereich im Rahmen ihrer Schulausbildung erwerben. Für keine andere Altersgruppe stellt die Digitalisierung daher eine solch große Herausforderung dar als für die Senioren. Insbesondere, ich werde das noch nachweisen, für die älteren Senioren. Vorweg daher, es braucht attraktive Angebote, um den Senioren die digitale Welt schmackhaft zu machen. Und es braucht vor allem entsprechende Hilfestellungen zu ihrer persönlichen Weiterbildung und entsprechende Übergangszeiten. Wir brauchen kein digitales Diktat an die Älteren in unserer Gesellschaft, denn das wird nicht funktionieren. Warum ist dieses Hineinbegleiten von Senioren in die Digitalisierung so notwendig? In der Zeit der Pandemie haben wir die Antwort darauf noch deutlicher gesehen als sonst. Um aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, um auch im höheren Lebensalter möglichst eigenständig den Lebensalltag meistern zu können, ist die Nutzung von digitalen Technologien zunehmend mehr notwendig. Unser Alltag wird von innen mehr und mehr dominiert. Außerdem bedeutet Digitalisierung auch Verbesserung der Lebensqualität des Alltags für Senioren, wie beispielsweise die Unterstützung bei Haushaltstätigkeiten, bei der Überwachung des Gesundheitszustands. Es bedeutet mehr Sicherheit im Eigenheim oder die Aufrechterhaltung der Mobilität. Aber die Verfügbarkeit der Technologien alleine reicht nicht aus. Menschen müssen auch einerseits bereit sein, diese zu nutzen, andererseits für die Nutzung die nötigen Kompetenzen haben. Dazu braucht es neben bedarfsgerechten, nutzbaren Geräten auch eine Sensibilisierung der Menschen für die Chancen, die die neuen Technologien für sie mit sich bringen. Das Immans-Institut hat im Auftrag des Oberösterreichischen Seniorenbund zur Jahresmitte 2021, also relativ aktuell, eine umfassende demografische Erhebung zum Thema Senioren und Digitalisierung durchgeführt. Ich gehe nur auf die ganz wesentlichen Ergebnisse ein. Ich glaube, sie haben eine Aussagekraft generell für die Situation in den Regionen in Europa. Erstens, 54 Prozent ab 60 geben an, sowohl ein Smartphone zu besitzen, als dieses auch zu benutzen. Mit 27 Prozent haben weniger als ein Drittel der Generation 60 plus kein Smartphone, das ihnen zur Verfügung steht. Knapp weniger als die Hälfte. 47 Prozent gibt an, einen Internetanschluss zu haben. Nicht so verbreitet sind größere technische Geräte wie Notebook, PC oder Tablet. Zweitens, mehrheitlich waren die Befragten der Meinung, dass sie mit den neuen Technologien wie Handy, Tablets und sozialen Medien Schritt halten können. Knapp die Hälfte, 45 Prozent meint, damit zurechtzukommen. Im Vergleich dazu gibt aber ein Drittel an, damit überfordert zu sein. Digital-affin sind vor allem Stadtbewohner, jüngere Senioren und solche mit höherer Bildung. Drittens, 27 Prozent der befragten Seniorinnen und Senioren gaben darüber hinaus an, dass sie innerhalb der letzten drei Jahre ihre Online-Kenntnisse verbessert haben. Da gibt es also noch Luft nach oben. Soweit die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Meinungsforschung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen eines nicht übersehen, was dieses Thema, warum dieses Thema auch diese besondere Dringlichkeit bekommt. Digitalisierung ist auch im Alltag der Senioren angekommen. Anwendungsmöglichkeiten, die der digitale Fortschritt mit sich bringt, reichen vom elektronischen Amtszweck zum Einsatz im Privatbereich, zum Online-Banking oder zum Online-Einkauf. Senioren kommen zunehmend in weiteren Bereichen dieser digitalen Welt nicht aus. Viele Senioren erkennen aber bereits und das ist entscheidend. Sie erkennen bereits, dass diese digitalen Hilfsmittel ihr Leben auch einfacher machen können. Richtig angewandt erleichtern sie alltägliche Aufgaben. Sie schaffen Lebensqualität. Das haben wir in der Pandemie deutlich gesehen. Wer ohne digitale Kenntnisse war, war in seiner Wohnung isoliert. Wer über digitale Kenntnisse verfügt hat, hat sich trotz Lebensisolierung mit seiner Familie, seinen Enkelkindern, egal wo sie zu Hause waren in der Welt, zumindest eine Verbindung herstellen können. Meine Damen und Herren, betrachten Sie meine Ausführungen nicht so, dass ich die Grenzen und Probleme der Digitalisierung nicht sehen würde. Das sehe ich sehr wohl und möchte im nächsten Teil auch darauf hinweisen. Erstens, es muss immer klar gesagt werden, dass digital zwar Verbindung herstellt, aber die persönliche Nähe Dinge keinesfalls ersetzen kann. Die digitale Welt wird immer eine Ersatz- und Zusatzwelt bleiben. Denn der Mensch ist auf das Erleben von Gemeinschaft und persönlicher Kommunikation angelegt und ausgerichtet. Zweitens, Digitalisierung, da muss ich nochmals explizit darauf hinweisen, dass es sich bei allen Neuerungen im Zuge der Digitalisierung um Angebote und nicht um Verpflichtungen für die ältere Generation handeln kann. Viele, insbesondere Ältere, haben aufgrund ihrer finanziellen Situation und ihrer Lebensumstände ihres bisherigen Lebenswegs nicht die Chance, die Möglichkeiten, die der digitale Wandel mit sich bringt, für sich zu nutzen. Auch wenn immer mehr Menschen die digitale Signatur und die elektronische Übermittlung von Dokumenten beispielsweise in Anspruch nehmen, muss auch zukünftig, um nur dieses Beispiel zu nennen, gewährleistet sein, dass nicht auf diese Menschen vergessen wird, die weder das Fachwissen noch die technischen Hilfsmittel dazu zur Verfügung haben. Dokumente von Ärzten, Behörden oder unverzichtbaren Dienstleistungen wie Banken müssen auch weiterhin auf Wunsch in analoger Form ausgestellt werden können. Es braucht hier eine Übergangszeit. Die Generation über 80 wird kaum mehr vollzählig auf Digitalisierung umsteigen. Es braucht nur eine Übergangszeit. Digitalisierung ist für die jungen Senioren heute schon fast Selbstverständlichkeit und das wird so auch in den nächsten Jahren weitergehen. Ein Wort zur Sicherheit im Internet. Denn gerade die Senioren sind von der Internetkriminalität besonders betroffen. In den letzten zehn Jahren sind die Gesetzesverstöße, die in die Kategorie Cyberkriminalität im weiteren Sinn fallen, also Betrugsdelikte, Erpressungen, Drogenhandel im Internet etc. von 4.232 auf 29.000 in Oberösterreich gestiegen. Also eine Versiebenfachung in wenigen Jahren. Das zeigt, dass sich die Kriminalität im Wandel befindet. Eine häufig betroffene Gruppe davon sind aufgrund mangelnder Kenntnisse die Senioren und Seniorinnen. Es müssen daher die Mittel zur Bekämpfung der Internetkriminalität aus öffentlicher Hand aufgestockt werden, damit für die Sicherheit gerade auch für die Senioren im Internet mehr getan wird. Füge an dieser Stelle ein, allein in dieser Woche habe ich vier Angebote im Internet bekommen. Hätte ich nur eines angenommen, würde heute hier ein mittelloser Mensch stehen. Meine Damen und Herren, ich plädiere in diesem Bereich für Information, für Aufklärung und für Weiterbildung. Der bekannte Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, ist ein gefährlich falscher Kalenderspruch. Wir wissen, dass nicht bei allen Menschen die Lernkurve im Alter abnimmt. In einer sich immer rascher digitalisierenden Welt sind Bildung und Wissen wichtige Voraussetzung für aktive Teilhabe am sozialen Leben. Beim Lernen haben wir alle, auch die Senioren, heute lebenslänglich. Ausgelernt, wie es früher hieß, gibt es nicht mehr. Senioren sind nicht jener Teil der Bevölkerung, die man hinsichtlich Bildung abschreiben darf aufgrund ihres Alters. Das wäre nicht nur unfair, sondern würde auch den Realitäten gänzlich widersprechen. Außerdem würde der Feldzug der Digitalisierung in der Gesamtbevölkerung nicht stattfinden können. Denn die Senioren sind heute bereits 26 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich und werden in 15 Jahren 34 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich sein. Auch von diesem Mengenargument her ist es ganz entscheidend, dass bei der Offensive der Digitalisierung die Senioren nicht übersehen werden. Außerdem gilt, was das Lernen anlangt, auch was das Lernen und Senioren anlangt, folgende Weisheit, mit der ich dann schließen möchte. Früher hat man gesagt, die Schnellen werden die Langsamen überholen. Heute sagt man, die Lernenden werden die Nichtlernenden überholen. Das gilt auch fürs Alter. Davon bin ich überzeugt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Lieber Sepp Böhringer, vielen, vielen herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen. Es ist wirklich, glaube ich, hochinteressant, das Thema Digitalisierung und die ältere Generation. Vor allem auch das, was du gesagt hast, dass man erstens eine Übergangszeit braucht und dass es sozusagen auf Freiwilligkeit basieren muss. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch vom Seniorenbund, dass ihr da wirklich viel dazu beitragen könnt, dass immer mehr ältere Leute sich auch der, würde ich mal sagen, der Segnungen der Digitalisierung bedienen können. Warum ich noch einmal auch herausgekommen bin, ist, weil in der Zwischenzeit die türkische Generalkonsulin für Westösterreich, also für Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten, Vorarlberg bei uns eingelangt ist, Frau Günay, Baba Dogan Ertan. Frau Generalkonsulin, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch heute zu uns gekommen sind. Und jetzt darf ich wieder unserem Moderator Herrn Hirsch übergeben. Wie auch in der Digitalisierung ist auch in der österreichischen Innenpolitik alles einem sehr raschen Wandel unterworfen. An dieser Stelle wäre eigentlich eine Videobotschaft von Bundesministerin Margarete Schramböck geplant gewesen. Aufgrund ihres Rücktritts am Montag entfällt dieser Programmpunkt leider. Ich komme deshalb direkt zu unserem nächsten Referenten, Cetano Amaro, Vizepräsident der Region Sizilien. Als Berichterstatter für Digital Cohesion des Ausschusses der Regionen beschäftigt er sich mit der wichtigen Frage, wie wir die unterschiedliche Infrastruktur im Digitalbereich auf ein Niveau in Europa angleichen können. Er sollte uns jetzt live aus Palermo zugeschaltet sein. Oder so haben wir zumindest gehofft. Eine Frage an die Technik? Wird es funktionieren? Verzeihung? Gut. Genau. Dann schreiten wir einen Redner voran. Herr Minister, ich bitte um Ihre Ausführungen. Dear Mr. Schausberger, dear organizers, honorable ladies and gentlemen, sorry for my German, I'm going to speak in English. I'm coming from Bosnia-Herzegovina, where currently, and today, I'm representing one of the two regions of Bosnia-Herzegovina, Republic of Srpska, where I'm currently a minister for Higher Education, Information Society, and Scientific and Technological Development Ministry. So, unfortunately, I had some problems with the translation, so I didn't quite hear what the previous speakers were saying, but anyways, we are speaking today about the digitalization of the regions, especially the regions of Europe, and since I'm coming from one of the two regions of Bosnia-Herzegovina, let me just briefly give you my perspective on current state of digitalization status in Bosnia and Herzegovina, especially in Republic of Srpska. So, by 2019, when the current government of Republic of Srpska was appointed, we thought about digitalization more of a technical than of a strategical process, and we did a job in current with the situation. While we are thinking that digitalization is a technical process, especially in terms of establishing the e-services in the government, we didn't have, you know, any plans, actually, for the comprehensive digitalization program. And back in 2019, by the January of 2019, we started to think about digitalization as a national and strategic priority for Republic of Srpska and for Bosnia-Herzegovina. That's why politicians, and especially high-echiland politicians in Republic of Srpska, decided to create one ministry that will cover a wide, three wide area. So, these are higher education, information society development, and scientific and technological development. Why? Because we thought this was a natural. Because we thought that with information society in the era of information, you know, in the era of global information technology adaptation, we thought that higher society should belong to this one specialized unit of the government. And we started to work really hard in 2019 by adopting the strategic documents, first of all, the strategy of the development of information society and the strategy for digitalization of the government services, so-called e-government strategy. While we were adopting the strategic documents, we have started with a comprehensive program of digitalization of our current services, public services. And that's why we started to produce the e-services on a wider level inside of the government. But we need to, we had to resolve some prerequisites in order to establish a comprehensive government-based digitalization program. And that is constant lack of qualified workforce. This is what we had the problem. And this is, this is the problem that we have currently even now. We don't have specialized study programs that would deal with digitalization of the, of the government. And that's why I'm very glad that I read that you have established here the new technical university that would deal especially with these kinds of situations. And we need to do some reform, reforms in the area of higher education. That's I, that's why we adopted the new law on higher education, which is based on three principles, international, 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 internationalization, modernization, and rational, rationalization of the higher education. And we put a focus more towards the STEM, towards the STEM, that is towards the mathematical and technical sciences in order to produce, uh, more, uh, higher education profiles that would deal with the digitalization process in the Republic of Srpska. Unfortunately, the global events that followed like COVID-19 crisis in 2020, and currently this situation in Ukraine, uh, stopped us, uh, in most of our activities because we needed to shift the government funds that we have developed for the digitalization, uh, to some completely other, uh, 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 focuses that we had back in 2020, such, you know, uh, public health and things like these that were necessary during the COVID, uh, crisis. And now currently we are in some, let's say the state where we are progressing, but really with the small, with the small steps. Of course, we have focused, uh, more on some, uh, other issue that we have, and this is the cyber security, which is another area that we are devoting our attention, uh, to. That's why we established the partnership with the Israeli company, uh, Elta, that is Israeli aerospace industries. And we are currently expecting to establish the first cyber academy in Balkans, which would deal, especially, uh, with the creation of higher educated cyber security, uh, profiles in the Balkans. And this is the area that we are currently really, uh, um, losing qualified workforce and we are lacking qualified workforce actually in the area of, uh, cyber security. So what, what the future will bring? I believe that future is, uh, in cooperation with the companies and with the public entities, uh, in the region, but also, uh, with the European union, especially with the European regions. And that, that is why this conference and conferences like these are really of, uh, highest interest for us in the government of Republic of Srpska. That's why we are expecting to establish some kind of cooperation with the people that are present here today, especially with the I, uh, R, uh, E in terms of how we can further, uh, 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 achieve our goals in the area of digitalization, not only of public sector, but on the wire wider Western Balkans area. So thank you once again for inviting me. I'm looking forward to hear the discussions that are going to be present here today. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, then we will try to turn a second time to Spain, to turn a second time to Italy. Sorry. Do you hear me? Good morning. Do you hear me? Yes. Good morning. Do you hear me? Dear President Schelsberger. Thank you very much. Dear secretary, dear members of IRE. I am very pleased to take the floor as a member of the IRE Institute, uh, bringing the experience of the islands, in particular of the one whose government that represents the Sicily. Thank you for inviting me to this meeting. I would have liked to have been present in room with you in Linz, wonderful city of Linz, but unfortunately I'm involved in the budget of my region and I can't be with you. Anyway, I am glad that the organization made it so that I could connect with you remotely and I'm looking forward to receiving any input. The fellow members of the IRE might have regarding the argument of digital cohesion to relieve the condition of insularity, a condition on which I want today to provide an overview of the legislative action taken both national and European level. Pushing on digital as a competitive advantage can and should be done, especially when dealing with territories that lack significantly behind others due to their geographical disadvantage, such as the island region compared to Maryland one. Four years ago, in March 2018, the Sicilian government approved digital agenda, effectively kicking off the digital transition on the island. Since then, Sicily accelerated the spending Europe funds and trusting for digital. As February 2022, the initiative financed by the Sicilian government with European resources from the digital agenda see an advancement of 93%, exceeding the most developed European regions. The data provided by Infratel, an in-house company of the Italian Ministry for Economic Development, see today the island among the first large Italian region for the percentage of municipalities tested possibly 60%, and, in absolute terms, second BR in Ambruso for a percentage wage point. Sicily has invested over 300 million euros for digital infrastructure over the last three years and has become the most digitally infrastructure region in the Mediterranean area, having achieved the fuel of use of European resources and applied for the strength of investment in funding programs under the 2021-2027. To consolidate the results obtained in the digital transition, from the point of view of territorial cohesion, is now necessary to work on the causes that continue to keep the social and economic gap high, working on the level of deconstructing, contrasting, excuse me, the disadvantage deriving from the condition of insularity. Now, we must reaffirm the principle of fine-tune the meaning of territorial cohesion under Article 174 of the TFEU. Therefore, I want to emphasize the progressive centrality assumed by the issue related to the insularity in the Italian and European political agenda, thanks to the initiative taken to the regional level, in Sicily in particular. It should be noted that the legislative process of recognition of insularity in Italy, thanks to the contribution in particular of the Sicilian government and the autonomous region of Sardinia, is also seeing the European Parliament committed thanks to the determination of the President of the RIGI Commission, Honourable Junius Omergii. Before considering rebalancing, it is necessary to calculate how much the insularity condition costs. The Sicilian regional government has created the best practice drafting the estimation of the cost of insularity, a study on the cost of the phenomenon. The first draft of the study was out in October 2020, then submitted to the review of scholars and expertise from all over the universities of Sicily. The path towards recognizing the insularity sees among its leaders the major Italian islands endowed with legislative authority. Sicily answered this. This condition is found in context of economic, social and territorial cohesion, governed by the primary European law, under the new Article 119 of the Italian Constitution amended in 2022. A more comprehensive legislative recognition cannot disregard the European level, the Article 174 of the following, together with the renovated 119 of the Italian Constitution. It is not only a matter of reversing principles now confirmed by European and domestic law, but of facing up in concrete terms the guarantee of substantial equality of citizens all over Europe and equality treatment in the effective enjoyment of social rights in situations of gap and the cost of insularity. In particular, the repelancing of equalization measures respond to the need to mitigate the structural disadvantage, determined by the territorial discontinuity due to the geographical condition and to ensure equal opportunities for the development of the assets of the single European market compared to the other regions. At the end, insularity and peripherality are characteristic that only produce an increase in cost, but also create delays and weakness and process of development and cohesion. But all this kind of loss can compensate by the digital opportunity. Digital is a sort of, in the chess language, the horse movement. We are convinced that digital is the real opportunity for all the islands over Europe. Thank you once again for having invited me, President, and to debate I am looking forward to receiving an annual input from IRE fellow member might have. Thank you very much and many regards all of you. We have again a little bit of a little bit of a change, because we have to have a little bit of a change in the future. We have a little bit of a change in the future, because it was a little bit of a change in the future. Maria Jalindo, Generaldirectorin for Digitales and Urbane Agenda by the Regionalregierung of Catalonia, let me now have a little bit of a change in the future. Bitte schön, Frau Generaldirektor. Thank you so much. Yeah. So, Mr. Charles Verga, thank you so much for inviting the Regional Government of Catalonia. It's a big pleasure to be here today learning from Average Austria and from the other regions. To us, cooperation and learning about what everyone else is doing is very important, because we are very much prone to establishing relationships. So, we are very, very happy to be here today. We have prepared some presentations to share with you our digital strategy for Catalonia. So, Catalonia, as you know, is a region of Spain located in the Mediterranean Sea, an extension of like around three times Upper Austria and eight million population. But I would say... I think... Okay. So, it's this one. Okay. Okay. But we are very much, you know, leaning toward the digital strategy. I guess it all started with Barcelona being a recognized smart city. And then we brought on the smart region strategy for Catalonia with Smart Catalonia, which has brought us to be one recognized... Oops. Okay. There we go. Okay. Um... Um... Digital economy. So, um... Like, uh... Catalonia started, uh, like... Well, we are a digital hub. We like to call it, uh, that ourselves, but I think that we are even recognized as one, because, um, we have the pleasure to host many international events, like the Mobile World Congress and the Smart City Expo. Right now, today, it's starting the Cyber Security Congress and the IoT Congress in Barcelona. So, all that brings us the opportunity to learn from companies, from the market, what's happening in the world, what other regions and other countries are doing. So, that helps us position very much. And also, in the right side of the slide, you can see some companies that have actually located their digital-related headquarters in Catalonia over the past one and a half years. So, uh, we are actually also, like, gaining a lot of investments in the digital scene. Um... I was very pleased to learn that other regions are also, like, promoting their digital ministries. So, back in 2018, the Government of Catalonia had, for the first time, uh, the Digital Policies gained a, uh, ministry. And, as of last year, uh, the Ministry of Digital Policy gained the Vice Presidency of, of the Regional Government of Catalonia. So, actually, like, uh, digitalization is gaining more and more even power in, in the political agenda in Catalonia. Our approach is, is, is that of, uh, uh, it's a very much transversal approach as how digitalization can actually help enable and enable, um, a transformation across the different sectors in our society and bring new opportunities, as we were mentioning before, uh, during, uh, the conversation today. So, we basically work in five axes. The first one is to build a digital nation of empowered citizens. And here, also, uh, we are fighting very much for digital rights, like, human rights brought to the digital scene. And we were discussing before about cyber attacks and how senior citizens are more exposed and more prone to cyber attacks. But it's something that is happening and, 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 and that it's exponential every day. We have more cyber attacks and more digital rights are, are, um, actually overpassed. The second axis is, uh, to build a connected territory, not just with physical infrastructures, which is very important to bring up balanced territory, but also with digital infrastructures. And the digital economy as how to actually align what is, um, research and innovation in education and in research centers with the market and what, what the companies really need. Uh, the fourth one is cyber security as to build on a trust, um, and, and capable of developing all, all the, all the power of digitalization. And, and the fifth one is, is to build a carbon free shared mobility as the backbone for, you know, a more sustainable and digitalized society. So, um, in implementing the urban agenda, which is, uh, um, one of, of my, of my role in the government, we decided that we would, um, um, set the horizon for 2050 for Catalonia is to also occur with, uh, the two goals of the European commission for 2050. One is the digital transition with digital Europe program, as you are aware. And the second is the green transition as regions have the power to really, you know, build on these transitions. So in, in, in reaching these objectives for 2050, we set up like three different, uh, dimensions. One is building territorial balance as to promote and generate competitive advantages in all the territory. Like right now it's happens in many regions, uh, the activity and citizens are concentrated in the area of Barcelona. And so the rest of areas are being depopulated and even companies are leaving. So how we can balance this, this out by building new opportunities in these areas. The second one is economic prosperity. And we're seeing that through digitalization, not just by digitalizing like old processes and the old economy, but with digitalization, we can bring on new opportunities and also new jobs for our citizens. And the third one is to build a more equitable society that leaves no one behind, and also fighting for these digital gaps that are happening. So I'd like to share with you some strategic projects that we are doing in order to reach these three, uh, dimensions of territorial balance, um, economic prosperity and, and an equitable society. And so the first one is, um, to bring connectivity everywhere. I think that, um, with COVID we've all seen that either you had a connectivity or not meant that you could keep up with your studies or with your work for those, um, works that can be done at home. And we are seeing that there's new forms to, to be integrated in this new digital economy and digital society. So one of our main focus is to actually deploy the fiber optic, uh, public network. So far we've, uh, deployed, um, over 4,000 kilometers of fiber of fiber optic. And we're connecting right. As of today, we have 90% of our Catalan population connected with fiber optic. So the big challenge is that 10% that is left, but our objective is to bring connectivity to all municipalities in Catalonia. And, um, also we are, um, uh, very much focusing on new opportunities of digitalization through also new forms of connectivity. One is, um, through, um, the submarine cables. And I'm, I'm very happy to share with you that as of next year, uh, cable, uh, submarine cable will reach, uh, the area of Barcelona. So connecting, uh, directly the Iberic Peninsula with, uh, um, Asia. And that also brings us more capacity of connectivity with, uh, America. And also we are focusing on the nano satellite and the new space economy, which is, um, how through nano satellites, we can bring 5G and IoT connectivity to remote areas that, uh, we cannot reach with fiber optic or with like the cable. So, um, we've, um, we've actually, last year, we launched our first, uh, nano satellite and March, 2021. And we are, um, putting to orbit our second nano satellites, uh, later this year in November. And we are seeing that this is, this is bringing, you know, we are promoting, uh, a new, um, ecosystem of companies and research around this new space economy with drones, nano satellites, and how to bring connectivity to these areas. And, um, oops, okay here. So, uh, the new space strategy with, I don't know whether you are familiar with nano satellites, but these are like, you know, like this size, big nano satellites that orbit at like 500 kilometers from Earth. So it, it can, um, it can give you connectivity at the time that it's, uh, passing through the, your territory. So at the end of the day, you want to have a lot of nano satellites so that you'll have more connectivity. Each of these costs overall, like to have it in function, to launch it, et cetera, half a million euros. So it's very much democratizing, uh, the space industry. And we even, um, had this, uh, regional, like airport that was, was not functioning anymore in, in Yeda in one of the rural areas. In, in Catalonia that we are now using as a space port for nano satellites and also for drones. So we're building, you know, all this, um, industry around this project. Um, we also for, for this project, um, because we wanted everyone to, to be engaged. And sometimes we know that there's also a gap on how we, you know, come up with innovative, um, projects at, at, at the digital sphere. But then some citizens are reluctant or, you know, very much, you know, that's, that's not to do with, uh, my, my, my job or my life. So what we did is, um, we've been working with, uh, the public television, uh, TV3, and they have this info cap program where they, um, it's like a news program for kids, specialized in kids. So they basically translate like big news into like kids language. So together with them, we launched a contest with all kids in, in, in Catalonia to name the nano satellite. And actually the name that won was Anchaneta, who is, if you, if you recall the, the human towers, that is very much from our culture and identity. The Anchaneta is the kid that comes up to the top of the human tower. So basically it's got, you know, a, a similarity with, uh, this nano satellite that goes up to, to, to the top of, you know, the human tower. So, um, very nice. Um, we're also, I'm going backwards because I've seen that there was okay. Um, we're also working on bridging the digital gap and we, we, we have programs specialized in women in ICT. It's very important that we, um, don't leave this 50% of our talent behind. And we've seen the numbers at the European, uh, level even are, are dramatic on how women can actually access STEM, uh, education. And also after, uh, develop their careers and, 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 and reach the top and also in digital skills. And this was pretty much discussed this morning here. So how do we, uh, build on digital skills for our citizens? So we have some programs there. Um, another, uh, project that, uh, we were doing is like, we are very much into promoting, uh, hybrid work models because we, we, we've seen that this helps balancing out the territorial. Equilibrium and building new opportunities in, in areas besides Barcelona. So with, uh, the COVID and with hybrid, uh, work models, we've seen that people working two, three days from home, plus two days of weekend. Um, and are actually starting to move and to shift from Barcelona to rural areas. And so bringing their kids there and consuming there. And so this brings a whole new, you know, range of activity to this area. So we are very much promoting this. So with connectivity, we're seeing that people are moving out of the cities and into the countryside. So we also, um, we're also working. So as to convince companies to go for a hybrid work model that it's also reduces and helps us with the green transition. And by doing 2.5 days of, uh, home working per week, uh, one person, like personally, you can reduce 26%. And of CO2 emissions, which is a lot. So we're, we're, you know, it's your personal choice to actually, um, really promote that cybersecurity. We, we launched the cybersecurity agency in Catalonia, not just to like guarantee our, uh, own programs and projects from the government, but also to try and, um, educate the society. And as, as, as we were mentioning, like if every day we are, we have like a lot of emails and SMS that are cyber, cyber threats. So how to educate everyone into being more healthy in, in, in cybersecurity. And then with advanced digital technologies, just to let you know that we are focusing very much on 5g on blockchain on artificial intelligence and, and the new space economy that I was sharing with you before. And like delivering living labs as to promote, you know, pilot areas, uh, to deploy testing and also to build the ecosystem around that. And finally, um, we are working on this new project, the internet of energy, which is because the green transition is very much about changing the, the, the energy model. And I think that this is something that, um, is, is, is of much importance right now. And even for, for the European union, uh, what, what are we going to do with our, uh, sources of energy? Um, how with, uh, digitalizing, uh, the energetic model and our consumption models, we can become greener and more, and more sustainable. And this can be done through blockchain and the tokenization of, you know, the exchange of consumption and generation and distribution of, of energy. This is something that the European commission is even, is also regulating and promoting. So, uh, this is what we're being focusing on, uh, next. Um, just to finalize some COVID-19 digital responses that we, uh, rapidly put up, uh, in place. So, um, we launched a hackathon, um, to, to, um, occur with, uh, some responses to, um, COVID situations. We had a lot of, uh, teams of programmers and developers working, um, for new apps, um, to help the population overcome COVID. And this was, uh, very interesting. The office from home. So we actually also, um, we ran up with, um, working from home methodologies and, and new tools. A lot of people at the time of COVID, a lot of people had never done, you know, a video conference or online meeting. Um, which, um, which was a challenge also. Uh, CONFINAP, uh, which was a confined application as to get, uh, different reports that you needed. So all in, in one single application and ensuring connectivity and promoting more, uh, fiber optic emergency works, uh, as to, uh, bring connectivity in all the territory. And thank you very much. Thank you. Thank you. Um, my colleague and, uh, the delegate of the regional government of Catalonia. She's, uh, located here. And also, um, with me, we'll be very happy to share more and to learn off, uh, what you're doing and possibly collaborate. Thank you so much to IRE for organizing this and again for inviting us. Thank you. ... ... ... ... ... uns vor der ersten Pause noch ein paar Minuten Zeit bleiben, nutzen wir die Möglichkeit für Fragen an unsere Referenten, die noch da sind. Gibt es Fragen und ich bitte die Technik, uns die Mikrofone am Boden einzuschalten, dass wir nicht immer hin und herlaufen müssen. Bitte schön. Und die Frau Abgeordnete zum Europäischen Parlament würde dann auch in der Diskussion noch entsprechend teilnehmen. I have only one question as well as to Ms. Galindo and the Minister. The question is, I mean, what's about your gap in your regions, about the gap between the urban and the rural areas? And secondly, in which extent the local administrations are using digitalization? Because this is, I think, very interesting also for the local representatives from the Austrian municipalities and villages and so on. So, if you could give a very short answer to these two questions. I will start with the Minister. So, thank you very much for the question. Regarding the development of the local municipalities, I would say that it depends if they are, you know, more urban. As you know, Bosnia-Herzegovina does not have, you know, many urban centers in terms of population. So, for example, the largest city in Republic of Srpska is Beneluka, that I'm coming from, and it's 200,000 people. And the next one is around 70,000, the next city by the population. So, I would say that local municipalities are using the ICT in terms of providing the e-services to their citizens, well, according to the financial status of the municipality. As far as I know, only Beneluka is currently providing some e-services to their citizens, while the other municipalities, they are mostly doing it in one-way direction. So, they are not fully automated to weigh e-services. Of course, there are a lot of political issues there. As you know, Bosnia-Herzegovina is a really complicated country in terms of their constitution and in terms of local political turmoil and local disputes. So, it's very hard to devote some kind of serious political agenda to the area of digitalization, to the issue of digitalization in general. And what was the, sorry, what was the other question, the first one? How are you trying to close the gap between the rural and the... Yes, but, yeah, we're trying by bigger penetration of the internet. Currently, Bosnia-Herzegovina is somewhere at around 80%, according to the regulatory body for the communications. So, around 80% is the percentage of the internet penetration. And mostly of this scale is located in the urban areas. So, you know, the local municipalities that are not well developed in terms of infrastructure, they are using ICT in their business. And one question on this, very short. Is there a difference between the Republika Srpska and the Federation of Bosnia-Herzegovina regarding digitalization? Yes, there are some differences, because the only administrative level in Bosnia-Herzegovina that has the ministry that is devoted to the issue of digitalization is Republika Srpska. In the Federation of Bosnia-Herzegovina, there is no such body, and there is no such body on the national level either. So, even before we have established this ministry that I'm head of, we had the Agency for Information Society for the past 10 years. So, currently, we are representing Bosnia-Herzegovina in many of the international cooperation bodies. We are representing, actually, Bosnia-Herzegovina as a whole, although we are coming from one region of Bosnia-Herzegovina. Thank you very much. You're welcome. Yeah, okay. Yeah, so, in promoting urban and rural linkages in Catalonia, basically, and in terms of digitalization, what we are doing very much is building on this network of fiber optic. So, what we do is we work together with the municipalities and the other level of administration between municipalities and the regional government, which are diputaciones and, like, conseils comarcals, and, like, provincial governments in developing these infrastructures. So, the budget is shared between the government, which, like, obviously, hands off, like, 90% of the budget for fiber optic deployment, but then we have budget from the provincial governments. The municipalities don't allocate budget for this fiber optic, but for the last mile of the deployment of the fiber optic, we also work with businesses and companies, like, locally, to promote that the last mile reaches not just the main square in the municipality, but also, like, the different areas. One of the challenges is to bring this connectivity to industrial plots, which sometimes are far from the centers of the municipalities, but we're also working on the same model because it's a model that has actually worked for us, this public-private, you know, kind of deployment model. And in delivering digital services for municipalities, and this is a challenge for smaller municipalities, which don't have even technicians that can, that, you know, that are skilled to have this vision and this strategy on digitalization, and we have this regional, within our ministry and the regional government, we have the AOC, Administración Huerta de Catalunya, the Open Administration of Catalonia, who works to deploy common services for municipalities and also to promote interoperability of these services of data across municipalities. and the standardization of services related to, like, digital and e-government services. And also, with this view of the Urban Agenda 2050, you know, vision for Catalonia and how digitalization and the green transition can actually help us in bringing and balancing out this urban-rural, you know, scene, and we built the Urban Assembly of Catalonia, who brings together not just the regional government, but these other levels of government, and, of course, many municipalities and associations of municipalities, as to bring their voice and their needs. because I always say that Barcelona is not a problem for Catalonia because, you know, they have the, Barcelona has the budget and has the strategy and it's there, but it's actually the rural municipalities that are problematic here. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Pause. Wir kommen jetzt zur ersten von insgesamt drei heutigen Diskussionsrunden zum Thema Digitalisierung. In den kommenden 90 Minuten werden wir uns mit dem Thema beschäftigen Digitalisierungsbooster für Österreich und Oberösterreich. Wenn man diesen Titel hört mit Booster, stellt sich zuallererst für mich die Frage, warum brauchen wir einen Booster? Ein Booster ist nichts, das man zünden muss, wenn man bereits am ersten Platz wäre. Dass wir dort nicht sind, dafür gibt es einige Hinweise. Eine Rangliste zeigt, Singapur verfügt über das weltweit mit Abstand schnellste Breitbandnetz mit durchschnittlich etwa 200 Mbit. Auf dieser Rangliste kommt als erste europäisches Land auf Platz vier dann Dänemark und Österreich rangiert auf Platz Nummer 57 mit einer durchschnittlichen Downloadleistung von etwa 55 Mbit. Es gibt also, das kann man feststellen, eindeutig Luft nach oben. Und die Frage, wie wir Österreich doch noch zu einem Spitzenreiter der Digitalisierung machen können, darüber spreche ich mit zu meiner Linken Angelika Winzig, Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Unternehmerin. Grüß Gott. Grüß Gott. Mit Heinrich Schaller, dem Generaldirektor der Raiffeisenbank Oberösterreich. Schön, dass Sie hier sind, Herr Generaldirektor. Mit Stefan Eder, Partner bei Ben Ibler Rechtsanwälte und dem stellvertretenden Vorstand des Instituts Regionen Europas. Herzlich Willkommen. Georg Nickelfeld ist Themenkoordinator Digitalisierung bei der österreichischen Forschungsgesellschaft. Ich begrüße Sie. Karl Rehr kommt von Salzburg Research und hat dort die Projektkoordination für Digitalisierung der Mobilität inne. Grüß Gott. Und Johann Lefender leitet die Abteilung Trends und Innovationen des Landes Oberösterreichs. Willkommen. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Wie gut steht Österreich und im Speziellen Oberösterreich in der Digitalisierung derzeit tatsächlich da? Wo liegen die drängendsten Probleme? Wo haben wir Aufholbedarf? Und in welchen Bereichen haben wir unsere Hausaufgaben tatsächlich gemacht? Ich werde jetzt jeden auf dem Podium nacheinander bitten, auf seinen eigenen Fachbereich bezogen uns eine kleine Einordnung zu geben, wie wir denn tatsächlich dastehen. Und ich bitte Sie, Frau Abgeordnete, zu beginnen. Ja, vielen Dank, lieber Franz Schausberger. Ich glaube, ich darf das so sagen. Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns ja relativ oft in Brüssel. Der Franz ist ja da auch sehr, sehr aktiv. Gott sei Dank, geschätzte Damen und Herren. Dann, ja, wie stehen wir da in Oberösterreich? Ich kann es jetzt in dem Fall aus der unternehmerischen Perspektive angehen. Ich sehe das so, wir haben das ein breites Range, so wie der Herr Landeshauptmann das gesagt hat. Wir haben Senioren, die schon sehr fit sind, andere sind nicht fit. Und genauso geht es uns auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir haben eine sehr starke Industrie in Oberösterreich. Die ist top aufgestellt. Wir haben auch einen sehr starken Mittelstand. Der ist auch gut unterwegs in diesem Bereich, wo es natürlich hapert noch, würde ich sagen, das sind die kleinen und Mittelbetriebe, also Betriebe, sage ich mal, so bis zu 50 Mitarbeitern, wo der Unternehmer wirklich tagtäglich im Geschäft steht und er sich die Zeit nicht nimmt, welche Möglichkeiten die Digitalisierung bietet und vielleicht da etwas Unterstützung bräuchte. Gerade im Handel und so oder verkauft, da flutscht es schon etwas. Aber gerade, wenn es in die Produktion geht, wie kann ich in der Produktion effizienter werden? Und ich glaube, auch in Zeiten, wo wir Arbeitskräfte suchen wie nie zuvor, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema. Und da haben wir noch Aufholbedarf. Wie sieht es mit der Infrastruktur aus? In Oberösterreich? Ja, ich bin jetzt ein bisschen weg im Moment schon. Ich weiß, dass es in den Ballungszentren gut aussieht und dass wir im ländlichen Raum noch viel Nachholbedarf haben. Wir haben das heute schon diskutiert. Müllviertel müssen wir was tun. Also da gibt es mit Sicherheit Aufholbedarf. Aber nichtsdestotrotz, ich bin überzeugt, Geld ist da. Also ich kann das dann ein bisschen berichten zu einer späteren Zeit, welche Maßnahmen von europäischer Ebene da getroffen werden. Dankeschön. Herr Generaldirektor Schaller, eine Bank mit fast 400 Filialen, fast 9000 Mitarbeiter in Oberösterreich. Ihr habt das ganze Land sehr gut im Blick, auch die kleineren Ortschaften. und wisst wahrscheinlich sehr gut, wie die Möglichkeiten sind, ein großes Unternehmen wie die Raiffeisenbank zu digitalisieren. Sind Sie zufrieden mit dem Angebot, das Sie in Oberösterreich vorfinden? Zufrieden kann man nie sein. Es geht immer besser, aber ich glaube, wir sind sehr gut. Und ich glaube, wir können uns da nicht nur auf Oberösterreich beschränken, was den Bankensektor anbelangt. Der Bankensektor in Summe ist in einer gewaltigen Umwälzung. Und jede Bank, egal wo sie sitzt, die bei dieser Entwicklung nicht mitmacht oder nicht mit kann, wird massiv in der Zukunft einen Markt verlieren. Beziehungsweise würde es heute nicht mehr geben, wenn man nicht bereit ist, dafür auch wirklich viele Investitionen zu tätigen. Ich sage Ihnen nur ein paar Beispiele. In Oberösterreich laufen 94% aller täglichen Bankgeschäfte in der Zwischenzeit digital, das heißt über das Netz. Die Leute arbeiten oder machen ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus, unter Umständen vom Büro aus oder in der Zwischenzeit vom Handy aus, was für uns überhaupt kein Problem mehr ist. Und im Unternehmensbereich ist es in der Zwischenzeit sehr ähnlich. Die ganz normalen Transaktionen wie Überweisungen und dergleichen mehr werden auch von den Unternehmen in der Zwischenzeit digital erledigt. Wir haben, wenn wir wieder auf das Privatkundengeschäft zurückgehen, beispielsweise bei den Bankomatbehebungen eine ganz gewaltige Reduktion. Da war sicherlich die Pandemie ein Booster dafür, weil viele Leute immer geglaubt haben, insbesondere, und es möge sich da niemand auf die Füße getreten fühlen, die ältere Generation hat mit dem elektronischen Bezahlen definitiv noch ein Problem. Und viele glauben, ohne Bargeld geht es nicht. Wir sind immer der Meinung, jeder soll das Zahlungsmittel verwenden, das für ihn selbst am besten passt. Es hat uns aber die Pandemie gezeigt, dass es diesbezüglich ein gewaltiges Umdenken gegeben hat. Also Bargeld wird in der nächsten Zeit sicherlich aufgrund der Digitalisierung in den Hintergrund rücken. Und wir sind natürlich versucht, oder wir versuchen jetzt, die elektronischen und digitalen Mittel und Produkte, die wir in der Zwischenzeit auf dem Markt haben, und Sie wissen ja, dass wir, da muss ich ein bisschen Eigenwerbung betreiben, diese Reifers und mein Elber-App haben, das ist eine Neugestaltung und Neuentwicklung aus den Grundideen des alten Elbers und das alte Elber, ein elektronisches Bankensystem, wurde ja ursprünglich von Reifers und Oberösterreich entwickeln und hat sich dann auf den gesamten österreichischen Markt hingegeben. Zeigt, wir sind da schon sehr interessiert daran und federführend, dass wir hier weiterkommen. Und diese neue Banken-App, mein Elber, ist in der Zwischenzeit die am meisten in Österreich heruntergeladenste Banking-App und wird von den Leuten auch verwendet, sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft. Und da gilt es jetzt, diese Produkte weiterzuentwickeln und das Bankgeschäft für alle, wirklich für alle so einfach wie möglich zu machen. Wir haben zwei Themen dabei, die uns hier sehr, sehr stark beschäftigen. Wir werden von der Aufsicht, ich behaupte in der Zwischenzeit, hypotroph kontrolliert und wir müssen diese Anforderungen, die uns die Aufsicht ständig stellt und neue Anforderungen kommen, auch auf diese digitale Schiene hinüberbringen. Und das ist momentan bei uns eigentlich der größere Aufwand. Wir würden gerne viel, viel lieber noch in die Entwicklung für den Kunden hineinstecken, also in die Entwicklung für die Aufsicht. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, ich glaube aber schon, wenn wir ständig von Digitalisierung sprechen, wir dürfen nicht vergessen, dass es für bestimmte Geschäftsbereiche, und das sind Banken, ein wichtiger Teil davon, es unbedingt notwendig sein wird, den persönlichen Kontakt zu den Kundinnen und Kunden weiterzuhalten. Denn wir kommen immer wieder darauf, dass man im Gespräch und in der Beratung auf Probleme draufkommt, die man nur über die digitale Schiene wahrscheinlich nicht erfährt. Und da kann man in der Problemlösungskapazität natürlich wesentlich mehr im persönlichen Kontakt bewältigen. Und das ist auch der Grund, warum Reifersen immer sagt, wir werden keine reine Digitalbank. Werden wir ganz sicher nicht. Für uns ist wichtig, auch vor Ort zu bleiben, mit den Leuten zu reden. Aber dort, wo es möglich ist, alles digital abzuwickeln. Wir haben am Vormittag gehört, dass gerade die ältere Generation ein bisschen Probleme hat, sich in das digitale Zeitalter einzufinden. Wie kann man als große Bank, ich sage jetzt eine 75-Jährige, davon überzeugen, dass die Elba-App eine gute Sache ist? Das geht über den Bankberater. Ganz einfach. Ich muss mit den Leuten reden, muss Ihnen das zeigen. Wir organisieren auch Seminare für die ältere Bevölkerung. Das machen wir auch mit anderen Institutionen gemeinsam, auch aus dem Bereich der öffentlichen Hand. Und auch da haben wir gesehen, dass die Pandemie einen wesentlichen Fortschritt gebracht hat, dass sich auch die ältere Generation mit diesen digitalen Instrumenten wesentlich stärker plötzlich auseinandersetzt, als das vorher der Fall war. Denn auch Sie kommen darauf, dass es einfacher ist für mein alltägliches Leben. Dankeschön, Herr Generaldirektor. Herr Dr. Eder, aus rechtlicher Sicht, die Digitalisierung stellt große Anforderungen an die Verwaltung, große Anforderungen an den Rechtsstaat. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben, was uns erwartet und was wir tun müssen? Ja, mache ich gerne. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe sozusagen jetzt in meiner Seele zwei Hüte, weil ich auch Informatik studiert habe und sehr viel in dem Bereich mache. Und daher sehe ich das, vor allem was das Thema Datenschutz betrifft, immer aus zwei Blickwinkeln. Also ja, Datenschutz zum Beispiel ist ein tolles Gut, das geschützt werden muss, das aber, wenn man sich die Möglichkeiten der Entwicklung anschaut, immer wieder auch überextensiv ausgeübt wird. Und ich glaube, der Herr Generaldirektor wird das bestätigen können, unnötige Kosten verursacht in der Umsetzung, die meiner Meinung nach um den Schutz zu bewirken, der es gebraucht wird. gar nicht notwendig werden. Also das ist überhaupt unser Dilemma. Wir haben dasselbe Dilemma jetzt mit den künstlichen Intelligenzvorschriften, die die EU bringt. Wir haben im Unternehmen künstliche Intelligenz in sehr vielerlei Hinsicht im Einsatz, von der Sprachanalyse bis zur Entscheidungsvorbereitung. Und ganz ehrlich, was sich die EU da vorstellt mit Experten, Überprüfungen für Software, ich halte es für völlig unrealistisch und auch gar nicht machbar, wird nur Kosten erhöhen, das Produkt verschlechtern und die zeitliche Umsetzung negativ beeinträchtigen. Und da, glaube ich, liegt das Grundproblem. Ja, der Rechtsstaat ist natürlich vorbereitet auf Digitalisierung, weil Digitalisierung in vielerlei Hinsicht rechtlich Dinge berührt, die ohnehin geregelt sind, nicht einer gesonderten Regelung bedürfen. Wenn Sie jetzt vom Bankomat digital Geld abheben oder sich über die Schnittstelle bei der Bank Geld überweisen lassen, ist das rechtlich ähnlich betrachtet. Das ist auch in der Risikobetrachtung ähnlich. Also das Risiko des Betriebs des Bankomaten und des Fehlers liegt bei der Bank, genauso wie das Risiko der fehlerhaften Software bei der Überweisung bei der Bank liegt, genauso wie das Cyber Security Risiko in Bezug auf diese Anwendungen wahrscheinlich bei der Bank sein wird, beziehungsweise nach den soweit bislang gegebenen Vorschriften dort anzusiedeln ist. Das sehe ich sozusagen als Grundbasis, das mich am meisten sozusagen bewegt in dem Kontext, ist allerdings, dass wir in unserer Gesellschaft ganz aber auch hier vielfach von falschen Voraussetzungen und falschem Verständnis ausgehen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Künstliche Intelligenz ist nicht künstliche Intelligenz im Sinne von, Sie haben einen Computer und reden mit dem und der wird alles wissen, was Sie wissen wollen. Er wird auch nicht von selbst alles lernen können, was man glaubt. Also dieses Herangehen an ein technisches Instrument, das eigentlich verhältnismäßig simpel funktioniert, mit einer übersteigerten Erwartung führt dazu, dass wir im Rechtsstaat uns gegen Dinge verteidigen, die als Gefahr gar nicht gegeben sind und andererseits aber Gefahren, die gegeben sind, nicht regeln, weil eine Thematik der Softwareentwicklung hier zum Beispiel Produkthaftungsrisiken birgt, schauen Sie sich autonomes Fahren und ähnliche Dinge an, wo ich die rechtlichen Regelungen zum Beispiel noch nicht sehe. Also für mich ist ein bisschen so das Dilemma, wir sollten uns als Rechtsstaat und als Gesellschaft glaube ich generell einmal klar werden, alle einen ähnlichen Wissensstand bekommen, was denn diese neuen Technologien bringen und bedeuten und dann können wir uns auch mit den rechtlich notwendigen Voraussetzungen auseinandersetzen und können hoffentlich überschießende Regelungen, wie wir sie teilweise haben, vermeiden und andererseits Dinge regeln, die wir brauchen. Können Sie das konkretisieren, wo ist der Datenschutz überschießend? Der Datenschutz ist überschießend, wenn Sie jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, Sie wollen Gesundheitsdaten zum Schutz der Person auswerten oder nehmen wir einen Dongle in Ihrem Auto und dieser Dongle soll jetzt zum Beispiel, überwacht jetzt sozusagen die Funktionalität Ihres Autos und meldet zum Beispiel ein überhitzendes Motors. Jetzt ist die Frage, kann man diese Daten, die überhitzendes Motors ist vielleicht durch viel zu schnelles Fahren herbeigeführt worden, darf ich das jetzt nutzen zum Schutz der Person oder darf ich es nicht nutzen? Was ist das Wichtigere gut? Ist der Schutz der Person? Ich stelle ihm jetzt den Motor ab, ich melde, dass er hier ein Fehlverhalten hat. Ist das wichtiger oder ist die Gefahr, dass wir ihn dabei ertappen, dass er 180 auf der Autobahn gefahren ist, statt 120 oder 130? Was ist das Wichtigere gut? Und es gibt ein ganz berühmtes internationales Beispiel, das geht auf das Thema Herdschrittmacher. Es gibt ein Manipulationsthema, wo Herdschrittmacher mit Sensoren ausgestattet wurden, die man von außen beeinflussen konnte und das hat sogar, glaube ich, zu Todesfällen geführt. Und jetzt ist die Frage, wenn diese Herdschrittmacher Daten senden, die ich auswerten kann, die ich natürlich höchstpersönlich auf die Person und die sind personenbezogen, wenn ich diese Daten überwache und auswerte und verhindern kann, dass das Gerät manipuliert wird, was ist wichtiger? Dass die Daten nicht geschickt werden und die Person nicht überwacht wird oder sie geschützt wird? Müssen wir jetzt nicht auch mit Sorge sehen, dass Unternehmen immer mehr Daten von uns sammeln? Was machen Sie denn mit diesen Daten? Was können Sie denn, also wenn Sie heute googeln und Google sammelt jetzt Daten über sie als Personen, dann erstens tut das ja sowieso, unabhängig davon, ob Sie es dürfen oder nicht, sage ich einmal, weil Sie identifizierbar sind über so viele andere Kriterien in Ihrem Verhalten. Man kann die Geräte nur mal beginnen, wie Sie Fragen stellen, wie oft Sie die Fragen vom selben Ort am selben Gerät wiederholen und ähnliche Dinge. Aber was fangen die damit an mit diesen Daten? Wovor haben Sie da Angst konkret? Also das Höchste, das Höchste, wovor haben Sie Angst? Das Höchste der Gefühle ist, Sie kriegen personalisierte Werbung, die Sie nicht wollen, die Sie ohnehin, die sowieso verboten wäre, gegen die Sie sich wiederum wehren können. Aber wo ist das Thema? Ich lasse mir einreden, Datenschutz, wo es geht um mein Privatleben, meine Privatsphäre, Dinge, die ich sonst auch sozusagen für mich behalten kann. Aber es gibt eine Vielzahl von Dingen, wo die Daten, selbst mit Machine Learning, teilweise gar nicht verwertbar wären und wo auch das Thema Daten nicht so eine Rolle spielt. Vielmehr würde ich mich fürchten vor irgendwelchen Schadsoftware, Cookies oder ähnlichen Dingen, die auf mein Gerät abgelagert werden, angeblich, um die bessere Kommunikation darzustellen, mit dem vielleicht, ich weiß nicht, mein Gerät ausgelesen wird. Das wäre mir persönlich, wäre für mich das viel wichtiger, dass das geschützt ist. Das kann ich aber durchbrechen, durch entsprechende Konsens und andere Regelungen. Und ob ich Google jetzt irgendwelche Daten, die ich google, sammle oder nicht. Dankeschön. Herr Nickelfeld, als Themenkoordinator Digitalisierung bei der österreichischen Forschungsgesellschaft haben Sie einen, glaube ich, sehr kompletten Überblick über sehr, sehr viele Bereiche der Digitalisierung. Wir würden uns über einen kleinen Einblick freuen. Vielen Dank, danke auch den Veranstaltern für die Einladung. Vielleicht kurz zu meiner Perspektive. Also was ist die FFG, die Forschungsgesellschaft, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen der Republik. Unsere Dienstleistung besteht darin, öffentliche Fördergelder für Forschung und Entwicklung einerseits und andererseits für Infrastruktur einzusetzen und damit in vielfältiger Weise Beiträge zur positiven Entwicklung des Landes zu erbringen. Als Dienstleistungsunternehmen auf Bundesebene sind wir aber nicht nur im Bundesrahmen aktiv. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man über Digitalisierung spricht, ist es ein Phänomen, das auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet und auch Interventionen erfordert. Da beginnt es mal mit der europäischen Ebene, der europäische Forschungsraum. Es gibt bestimmte Technologiethemen, die heute sinnvoll eigentlich nur mehr auf kontinentaler Ebene bearbeitet werden können. Ich nenne ein Beispiel die Halbleiterindustrie. Hier spricht man über einen großen Wettbewerb der Kontinente. USA, China wird Europa hier eine Rolle spielen. Hier geht es darum, europäisch die Industrieeinheiten zu koordinieren und gemeinsam zu stärken. Die nationale Ebene, wo wir Technologiestrategien entwickeln, wo wir im Auftrag der Bundesregierung zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz in Österreich bewusst gestalten wollen. Und dann aber auch die regionale Ebene, wo wir in den neuen Bundesländern Österreichs ganz unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Ich fahre nicht nur deswegen gerne nach Oberösterreich, weil sie ja so ein großartiges Wetter haben, sondern weil es auch ein Bundesland ist, wo wir ein tolles Innovationssystem haben. Also es gibt natürlich in Oberösterreich diese große Stärke in der Sachgüterindustrie, die auch vorhin schon angesprochen wurde. Wir sehen das auch in unseren Förderzahlen. Also die FFG vergibt jährlich ungefähr 700 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln im F&E-Bereich. Dazu kommen dann noch die Breitbandförderungen. Davon gehen ungefähr 20 Prozent nach Oberösterreich, weil das eben ein sehr innovatives Bundesland ist. Aber im Bereich der Sachgüterproduktion sind das über 30 Prozent. Also ungefähr 32 Prozent des nationalen Fördervolumens für die Sachgüterproduktion geht nach Oberösterreich. In der Informationstechnologie sind es ungefähr 20 Prozent, also ungefähr im Oberösterreich-Schnitt, was auch zeigt, dass wenn wir in Oberösterreich mit der Digitalisierung was bewegen wollen, ein besonders großer Hebel der ist, Informationstechnologie, Digitalisierung in diese Sachgüterindustrie hineinzubringen. Und da passiert ja auch sehr viel. Es gibt aber natürlich, wenn wir über Digitalisierung reden, nicht nur dieses Thema der großen Industrie und der Hochtechnologieunternehmen, sondern es gibt auch das Thema der großen Landschaft von kleinen und mittleren Unternehmen, die sehr wichtig sind für die Volkswirtschaft, die aber auch vor ganz eigenen Herausforderungen stehen, wenn es um Digitalisierung geht. Hier bieten wir auch als FFG verschiedene, auch niederschwellige Formate an. Das beginnt bei der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, speziell für Digitalisierungsthemen. Und es geht weiter mit bestimmten Förderprogrammen, die für kleinen und mittleren Unternehmen leicht anzusprechen sind, wo man eher kurzfristige Digitalisierungsprojekte durchführen kann. Digitalisierung ist ganz wichtig und in ungefähr der Hälfte unseres Förderportfolios ist Digitalisierung ein wichtiger Aspekt. Warum ist es so wichtig? Es berührt die Wirtschaft, haben wir gerade angesprochen. Es berührt die Gesellschaft. Wir haben heute über die ältere Generation gesprochen, aber es gibt eine ganze Reihe von sozialen Themen, die mit Digitalisierung verbunden sind. Herr Eder hat gerade einige davon erwähnt. Und es berührt letztlich auch den Planeten. Es betrifft die große Herausforderung der Klimawende, vor der der ganze Planet steht, wo wir gerade auch in digitalen Technologien sehen, dass einerseits digitale Technologien einen starken Ressourcenverbrauch nach sich ziehen, sowohl Elektrizität als auch die Rohstoffe, die benötigt werden, aber andererseits ein noch viel größeres Potenzial hat, alle möglichen Abläufe in unserer Welt effizienter zu gestalten und zu Energieeinsparungen beizutragen. Und beiden gilt es, sehr viel Aufmerksamkeit zu widmen. Und das ist auch ein ganz großer Schwerpunkt unserer aktuellen Fördertätigkeit im Digitalisierungsbereich. Was wir auch tun, natürlich, ist bestimmte Forschungs- und Entwicklungsthemen zu fördern. Eines, das, glaube ich, noch nicht genug Aufmerksamkeit in Österreich bekommt, das hat mir sehr gefallen, dass es auf der Folie von Frau Galindo als eines von fünf großen Themen gestanden ist, ist das Thema Cyber Security, das immer wichtiger wird. Es ist jetzt schon sehr wichtig, aber wenn Sie die Medien verfolgen, die Anzahl der Angriffe auf Unternehmen nimmt ständig zu, wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Und das betrifft jetzt nicht nur die kritische Infrastruktur und die Großindustrie, sondern das betrifft auch jedes Klein- und Mittelunternehmen. In Zukunft muss jeder, jedes Unternehmen, natürlich auch jeder Privatperson, aber wir machen uns vor allem um die KMU-Sorgen, darauf vorbereitet sein, mit Angriffen auf die eigene IT-Infrastruktur fertig zu werden. Und es muss auch auf nationaler und regionaler Ebene geeignete Unterstützung dafür geben, mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Artificial Intelligence ist eine weitere ganz wichtige Zukunftstechnologie. Es gilt auch hier, die positiven Potenziale zu nutzen. Also, was können wir mit Artificial Intelligence effizienter gestalten? Wo können wir neue Dienstleistungen gestalten, die für die Menschen auch einen Wert darstellen und dabei die negativen Effekte verhindern? Technologie bewusst gestalten und das geht eben auch mit Förderung, mit einer öffentlichen Einflussnahme der Technologieentwicklung. Und dann vielleicht noch als letztes Thema dieses Themenreigens für jetzt die Infrastruktur. Wir wickeln für den Bund ja auch die Breitbandförderung ab, wo es in Österreich noch viel zu tun gibt. Ja, es hat von 2015 bis 2020 die erste Breitbandmilliarde gegeben, die wir zur Gänze mittlerweile in Verträgen vergeben haben. Die Projekte sind noch nicht alle fertiggestellt. Deswegen auch einiges, was hier sozusagen vertraglich schon an Verbesserungen vorhanden ist, merken Sie vielleicht, wenn Sie irgendwo in einer abgelegenen Region sind, noch nicht bei Ihrem privaten Anschluss. Aber auch nach dieser ersten Breitbandmilliarde sind wir noch nicht fertig. Die Bundesregierung hat im Vorjahr erfreulicherweise eine zweite Breitbandmilliarde, sogar 1,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, mit einem großen Beitrag auch der Europäischen Union, die hier über die RRF-Mittel 890 Millionen Euro beisteuert für diesen nächsten Schub im österreichischen Breitbandausbau. Damit gehen wir bis ungefähr 2026, mit dem Ziel bis 2030, eine Vollversorgung für Österreich mit Gigabit-Anschlüssen zu erreichen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel und wir hoffen, dass wir auf diesem Weg gut vorankommen. Das ist aber auch nur die Infrastruktur. Es geht dann auch um die Nutzung. Also wir sehen in Österreich, dass auch dort, wo inzwischen höhere Bandbreiten verfügbar sind, viele Privatkundinnen und Privatkunden dann eher zum günstigen Produkt greifen und lieber 10 oder 20 Euro im Monat zahlen als 50 Euro für die hohen Bandbreiten. Hier möchten wir auch als öffentlicher Sektor einen Anschub leisten mit überzeugenden Anwendungen für diese hochbreitbandigen Anwendungen, sowohl im 5G-Bereich als auch in Festnetzanwendungen. Wir haben da jetzt ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, das heißt DIGA-App. Und da sind speziell auch die Regionen aufgerufen, überzeugende Use Cases zu entwickeln, wie man mit diesen großen Bandbreiten tatsächlich neue Dienstleistungen, neue Angebote schaffen kann, die dann den Bürgerinnen und Bürgern auch was wert sind und damit dann diesen Wirtschaftsmotor durch die neue Telekommunikation in Gang setzen sollen. Hat man da als österreichische Forschungsgesellschaft auch den Blick nach außen und schaut sich an, wieso ist ein Land wie Singapur so weit vorne, wieso ist dort das Internet so viel schneller, so viel besser als bei uns? Natürlich wird das analysiert. Also wenn Sie Singapur und Österreich vergleichen, da fallen Ihnen gleich ein paar Unterschiede ein. Also rein von der Fläche, von der Landschaft. Wir haben hier durchaus einige topografische Herausforderungen in Österreich, Streusiedelungen in manchen Bundesländern zum Beispiel. Wir haben auch historisch eine verhältnismäßig gute Kupferinfrastruktur gehabt, die uns in gewisser Weise auch bremst beim Glasfaserausbau. Es gibt in den städtischen Bereichen Kabelnetze, die jetzt als Übergangstechnologie durchaus hohe Bandbreiten auch liefern können. All das und einiges Weitere hat dazu geführt, so wie in einigen anderen europäischen Ländern, dass Österreich zeitlich hier ein bisschen zurück ist und dementsprechend stellt sich die Herausforderung besonders im ländlichen Bereich nach wie vor sehr stark. Sie haben das Kupfernetz erwähnt. Hat man da zu lange aufs falsche Berg gesetzt? Jetzt hätte man nicht viel früher sehr viel mehr Glasfaser verlegen müssen. Also man kann das sozusagen normativ im Nachhinein bewerten. Aber es ist einfach, wenn man verschiedene Länder vergleicht, dann sieht man, dass die auf verschiedenen Pfaden unterwegs waren. Das ist ein Effekt einer Industriestruktur, den man auch rein deskriptiv sehen kann. Also Österreich hatte dieses Netz. Es sind bestimmte Dinge daraus gefolgt. Und Schweden zum Beispiel hatte auch sehr früh ein großartiges Kupfernetz, das dafür dann halt auch früher obsolet geworden ist. Deswegen hat man dann in Schweden zu einem früheren Zeitpunkt auch von Seite des Ex-Monopolisten her die Notwendigkeit gesehen, dieses Kupfernetz zu ersetzen und früh schon in die neuen Technologien investiert. Wir sind, wo wir sind. Und es geht darum, für die nächsten Jahre die richtigen Schritte zu machen. Dankeschön. Herr Reall, Ihr Spezialgebiet ist die Digitalisierung der Mobilität. Jetzt sehen wir, in Kalifornien fahren die Autos selbst. Bei uns tun sie das noch nicht. Müssen wir uns Sorgen machen oder springen wir da nur auf einen kurzfristigen Trend nicht mit auf? Also vielleicht gleich vorweg. Ich glaube, Sorgen brauchen wir uns keine machen, sondern Automatisierung ist natürlich ein großes Thema im Bereich der Digitalisierung der Mobilität. Aber das ist ein Thema, das man breiter denken muss. Sie müssen sich anschauen, die Versuche, die jetzt stattfinden in den USA zum Beispiel mit automatisierten Fahren. Da ist das Ziel, so wie wir heute die Mobilität kennen, den individuellen Pkw zu automatisieren. Das ist aber, glaube ich, sehr oft die falsche Frage. Wir müssen uns ganz eine andere Frage stellen. Wir haben andere Voraussetzungen. Wenn wir die Infrastruktur in Europa, auch in Österreich zum Beispiel vergleichen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die wir haben, die Dienste, die hochqualitativen Dienste, die wir haben in Städten, aber auch im Fernverbindungsbereich, die gibt es teilweise in den USA nicht mehr. Deshalb gehen wir da von ganz anderen Voraussetzungen heraus. Und die Gefahr, die jetzt besteht für Österreich, auch für Europa, auf diesen Trend auch aufzuspringen und zu versuchen, sozusagen die Mobilität im Individualverkehr einfach nur zu automatisieren. Wir müssen das breiter denken. Mobilität muss man immer als Netzwerk denken. Mobilität ist komplex geworden. Sie haben verschiedene Mobilitätsmodi. Sie haben den Individualverkehr. Sie haben den öffentlichen Verkehr. Sie haben ein Scootersharing zum Beispiel für städtische Gebiete. Sie haben die ländlichen Regionen. Auch da geht es darum, da sind viele Leute heute völlig auf den BKW angewiesen, auf mehrere BKWs angewiesen, weil es die Angebote nicht gibt aus dem öffentlichen Verkehr zum Beispiel. Wir stellen aber auch fest gleichzeitig, dass wir immer häufiger in Situationen kommen, wo wir einfach an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Mit der individuellen Mobilität, wie wir heute gewohnt sind. Das führt zu Stauungen, das führt in Städten zu Stauungen, das führt im Transitverkehr zu Stauungen. Sie kennen das alle. Und sehr oft sind auch die Regionen betroffen, die eigentlich gar nicht die Quelle dafür sind. Sehr oft nehmen Sie den Pendlerverkehr her. Der wirkt sich dann auf die Zentren aus. Aber eigentlich ist das Problem nicht im Zentrum zu lösen. Das Problem ist, in den Regionen zu lösen. Und dort müssen wir ansetzen. Und wenn Sie jetzt in Richtung Mobilisierung oder Automatisierung gehen, schauen Sie sich an, wie diese Finanzierungsströme dort ausschauen. Und wer die Firmen sind, die jetzt weit vorne sind. Warum investieren die Milliarden in dieses Business? Die glauben, dass das einmal ein Riesengeschäft werden wird. Und wo wird das ein Geschäft werden? Und wo testen Sie heute? In den Megastädten. Und genau da beginnt aber jetzt sozusagen der Widerspruch. In den Megastädten, wenn ich jetzt auch Wien, aber eine andere Städte her, da habe ich ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Also warum brauche ich dann dort noch zusätzliche automatisierte Fahrzeuge? Sondern wo ich sie brauchen würde und wo ich das Angebot brauche, ist ja in den Regionen. Aber wie glauben Sie jetzt, dass eine Google-Dochter wie Weemo, glauben Sie, dass die irgendwo ein Service im Müllviertel anbieten wird? Und das wird sie irgendwann rechnen. Das ist völlig illusorisch. Das wird sich nicht rechnen. Also die Frage ist nach wie vor, auch bei der Automatisierung, wenn wir dort Mobilität haben wollen, wer wird das bezahlen letztendlich? Und werden wir diese Angebote dorthin bringen? Die große Versprechung ist, das wird viel günstiger, als wie es heute ist. Das ist momentan nur eine Versprechung. Das wissen wir nicht. Ob so ein Fahrzeug viel günstiger werden wird. Man wird möglicherweise Fahrpersonal einsparen. Das ist im Busbereich ungefähr 60%. Das ist viel. Im Bahnbereich schaut es völlig anders aus. Also da ist es nur ein kleiner Anteil, den man einsparen wird. Aber nichtsdestotrotz, also Automatisierung ist wichtig. Sich frühzeitig damit zu beschäftigen, aber breiter zu denken, wo kann mir das helfen? Das kann mir im öffentlichen Verkehr helfen. Das kann mir im automatisierten Busbereich helfen. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel das Einfahren in eine Haltestelle. Sehr oft ist es so, dass der Bus immer ein bisschen anders drinsteht. Das ist dann nicht komfortabel zum Einsteigen. Wenn man nur diesen kleinen Vorgang automatisieren würde und dort eine höhere Qualität schafft, hat man auch eine gute Qualität. Also das ist ein wichtiger Bereich. Das andere ist aber auch, man andenken muss in der Mobilität, ist generell in der Digitalisierung ist der Zugang, der vereinfacht wird zur Mobilität. Man nennt das jetzt Mobilität als ein Serviceangebot mehr oder weniger. Das ist eine völlig andere Denkheit. Bis jetzt war das immer so in Silos gedacht. Das eine war die Planung im Autobereich, Individualverkehr. Das andere war im öffentlichen Verkehr. Und so ist es immer geplant worden. Auch städte- und regionsübergreifend war diese Planung nicht. Und die Digitalisierung ist dort wirklich ein Booster. Warum? Weil Digitalisierung immer das Potenzial hat, auch Strukturen zu hinterfragen und Strukturen zu ändern und Dinge zu verknüpfen und zu vernetzen. Und auf einmal gibt ein gutes Beispiel in Österreich, zum Beispiel die Verkehrsauskunft Österreich, denen ein Angebot, eine Auskunft über alle Verkehrsmittel in Österreich gibt. Alle verschiedenen Modi, Öffnungsverkehr, Individualverkehr können sie parallel abfragen. Wie komme ich von A nach B? Und auf einmal, wenn sie das kommen, das ist ein gutes Produkt der Digitalisierung. Auf einmal sehen Leute und sagen, ich möchte eigentlich dorthin fahren in diese Region, aber da gibt es überhaupt kein Angebot. Und dann stellen die Fragen und sagen, warum gibt es dort kein Angebot? Warum komme ich dort nicht hin? Und das ist wiederum dann ein Booster, zu sagen, ich muss natürlich auch im Angebot was ändern und muss mein Angebot verbessern, weil die Digitalisierung kann das nur aufzeigen und kann nur sozusagen die Daten dafür liefern, auch die Informationen. Aber sozusagen das Angebot ist natürlich das Wesentliche im Mobilitätsbereich. Und vielleicht noch abschließend, das Ziel ist dort auch, auch für die Zukunft, die Mobilitätsangebote miteinander zu vernetzen. Wenn Sie heute von A nach B fahren, ist das oft so, Sie brauchen entweder drei verschiedene Apps, wo Ihnen die eine, mit dem buchen Sie das Ticket, mit dem anderen kriegen Sie die Informationen und dann mit dem anderen buchen Sie dann noch Ihren Scooter. Und auch das Ziel muss sein für die Zukunft, egal welche Apps Sie verwenden, es muss nicht unbedingt eine sein, aber dass Sie in einer App das durchgängig Information bekommen, aber auch durchgängig buchen können. Genau das Gleiche mit Carsharing. Wenn Sie so ein Fahrzeug heute nutzen, Sie müssen sich zuerst wieder bei einer privaten Firma registrieren, Sie müssen Ihren Führerschein nachweisen und so weiter. Das muss einfacher werden, das muss der Zugang einfacher werden, weil sonst werden diese Services auch nicht genutzt. Wie kann man große Unternehmen davon überzeugen? Ich denke jetzt an die ÖB, ich denke an die Westbahn, ich denke an verschiedene Busunternehmer. Jeder bietet da sein eigenes System an und die müsste man zusammenführen. Wie kann das aussehen? Also wie überzeuge ich die ÖBB, dass auch die Westbahn-App eine gute Sache ist? Ja, ich muss Sie nicht überzeugen, dass die Westbahn-App eine gute Sache ist, sondern ich muss Sie nur davon überzeugen, dass jeder davon ein Angebot hat, das zusammenpasst und dass zumindest die Schnittstellen so angeboten werden, dass sich die Angebote kombinieren kann oder miteinander buchen kann. Das war in den letzten oder vielen Jahren lang war das beinahe unmöglich und der hat Ihnen gesagt, da ist keine Bewegung möglich. Aber ich glaube, in den letzten Jahren zeigt das, dass auf allen Seiten dort Bewegung stattfindet. Und ich bin da durchaus zuversichtlich. Wir haben auch im Navigationsbereich zum Beispiel das gleiche Thema. Es haben sich viele große Firmen etabliert. Sie kennen Tomsom, Sie kennen Google, die diese Informationen anbieten. Das Problem ist sozusagen, wie schaffen Sie es, dass das mit der öffentlichen Hand und mit der öffentlichen Infrastruktur und diesen privaten Unternehmen zusammenspielt. In den vergangenen Jahren haben die gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht, weil wir versteuern den Verkehr und wir wissen am besten, was unsere Kunden wollen. Mittlerweile beginnt sich das ein bisschen zu ändern. Warum? Weil die teilweise auch nicht mehr die Lösung haben. Oftmals war das so, und Sie kennen das, wenn ein Stau war, dann hat Ihnen die App gesagt, Sie können den Staub fahren. Wenn das ein paar machen, dann staut die nächste Straße und das ist keine Lösung mehr. Und oftmals ist wahrscheinlich die Lösung, sozusagen dort vielleicht in den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Und diese Information haben Sie nicht. Und weil Sie jetzt auch Ihren Kunden keine Information mehr anbieten können, keine Lösung, jetzt werden Sie offener und beginnen auch mit der öffentlichen Hand zu kooperieren. Und insofern bin ich da schon zuversichtlich, dass das passieren wird. Aber es braucht natürlich auch auf der anderen Seite die gesetzlichen Regelungen und auch die Steuerung der öffentlichen Hand, so etwas zu ermöglichen. Und auch die erfolgreichen Projekte, wo sowas gelungen ist, auch international betrachtet, da spielt immer eigentlich auch die öffentliche Seite eine sehr, sehr herausragende Rolle und greift dort steuernd ein und schafft die Rahmenbedingungen, dass sich auch Private dort vernetzen können oder teilweise dann auch gesetzlich dazu, sozusagen ermutigt werden, dann auch wirklich zu vernetzen. Vielen Dank. Bitte. Herr Lefender, Sie beschäftigen sich, kann man sagen, beruflich mit der Zukunft. Sie sagen uns, welche Trends es geben wird, wo die Digitalisierung hingehen könnte. Einfach gefragt, was sind die drei wichtigen Trends, die Oberösterreich bei Digitalisierung in den kommenden Jahren keinesfalls verschlafen wir dürfen. Ja, danke schön. Ich kann es sogar reduzieren auf einen Trend, den dann aber ein bisschen ausformulieren. Und ich bin meinem Vorredner sehr dankbar, weil ich glaube, in ein ähnliches voranzustoßen. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge ganz grundsätzlich unterscheiden. Das eine ist Digitalisierung und das andere ist digitale Transformation. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe zu Hause zwei schulpflichtige Kinder und eine Lehrerin. Also das Thema Schule ist bei uns ein sehr, sehr großes. Und dann kam vor zwei Jahren der erste Corona-Lockdown. Was ist passiert? Man wurde ins Distance-Learning geschickt. Wir haben noch nicht einmal einen deutschen Begriff dafür gefunden. Und in der ersten Woche ist Folgendes passiert. In der Schule meines Sohnes wurden Kisten aufgelegt mit Arbeitsblättern. Und ich bin am Montag in der Früh hingefahren, habe das Kiste mit den Arbeitsblättern geholt. Er hat sich hingesetzt, die Arbeitsblätter ausgefüllt und am Freitag habe ich die Arbeitsblätter wieder zurückgebracht. 100% analog und klimaschädlich. Dann ist die Lehrerin auf die Idee gekommen, sie könnte ja diese Arbeitsblätter einscannen und als PDF per E-Mail verschicken. Also kam nun jeden Montag in der Früh ein E-Mail mit dem PDF. Wir haben uns hingesetzt, haben das zu Hause ausgedruckt, wenn der Drucker mitgespielt hat, haben das Ganze ausgefüllt. Und am Freitag bin ich hingefahren und habe die ausgefüllten Arbeitsblätter wieder abgegeben. Also so halb digitalisiert oder wie jemand einmal so schön gesagt hat, das ist Pseudo-Digitalisierung. Das ist analoges Denken zu 100% einfach irgendwie in ein digitales Tool hineingepackt. Aber wir machen noch genauso wie immer. Dann kamen irgendwann MS Teams auf und wir haben gewisse Stunden über MS Teams gemacht. Zu genau den Uhrzeiten, wo sie in die Schule gehen würden, haben sich die Kinder hingesetzt und über MS Teams miteinander gesprochen und mit der Lehrerin gesprochen. Dann wurde irgendwann die Idee vorgeschlagen, machen wir das doch nicht zu derselben Stunde, weil bei 25 Kindern herrscht dann nur Chaos. Machen wir das doch aufgeteilt und am Nachmittag. Weil es ja egal ist, die Stundeneinteilung spielt überhaupt keine Rolle, wenn alle zu Hause sind. Und irgendwann kamen dann Lern-Apps hinein und irgendwann kam ein digitales Klassenzimmer. Irgendwann wurde der Unterricht gemacht von immer, man das will. Meine Frau als Lehrerin bekommt am Samstag um 10 Uhr Abend Nachrichten von ihren Schülern. Frau Lehrerin, schauen Sie sich das bitte an. Und jetzt weiß ich, dass natürlich das Soziale oft fehlt. Aber es hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass viele Schüler, die im Präsenzunterricht unausstehlich waren, die lahmfrommsten Schüler waren. Weil der soziale Druck weggefallen ist, sich unter Gleichaltrigen zu behaupten. Und was wir da jetzt durchgemacht haben, in einem wirklichen Crashkurs von zwei Jahren, ist diese Erfahrung, was ist Digitalisierung und was ist digitale Transformation. Und ich glaube, einige Statements hier im Podium haben jetzt auch in genau diese Richtung gedacht. Wir müssen die Technologien hernehmen, wir müssen sie verstehen, wir müssen sie auch weiterentwickeln. Wir haben da tolle Institutionen in Oberösterreich und in Österreich. Aber wir müssen noch den Schritt weiter gehen und überlegen, was können wir denn alles anstellen? Wie können wir Systeme völlig anders denken? Wie können wir Mobilität völlig anders denken? Wie können wir Bankwesen anders denken? Und so weiter und so weiter. Wir können Geschäftsmodelle von Grund auf disruptiert werden, weil die Digitalisierung uns ganz neue Spielregeln ermöglicht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir generell in Europa sehr inkrementell denken, sehr in Schritt weisen. Wir haben jetzt da eine neue Technologie, da machen wir jetzt was Neues und da kommen die Apps und jetzt kommt die künstliche Intelligenz und ein bisschen Blockchain könnten wir auch machen, weil das gerade so in ist. Aber wirklich diese Vision und diese Kreativität zu haben, wir denken das jetzt vollkommen anders. Das ist, glaube ich, etwas, wo unsere Mentalität noch ein bisschen wachsen muss, dass wir sagen, hier denken wir das mal völlig anders. Und wir als Land Oberösterreich versuchen hier einen Rahmen zu geben, wir versuchen hier zu motivieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel, mit Bibliotheken haben wir gemeinsam einen Workshop gemacht, Digitalisierung des Bibliothekswesens. Es ist ja völlig anachronistisch, heute irgendwo hinzugehen, sich ein Buch auszuborgen, das nach Hause zu nehmen, zu lesen und wieder zurückzutragen. Was soll denn das? Aber sind deswegen Bibliotheken überflüssig oder haben sie ganz neue Funktionen? Werden sie plötzlich zu Lernorten, zu Begegnungsorten, wo wir Sprachkurse machen, Handwerkskurse, wo man einfach hingehen kann und Zeitung lesen oder sich mit jemandem unterhalten, ohne dass man was konsumieren muss. Und ich glaube, diese Spiele braucht noch viel, viel mehr und das ist auch der wesentliche Grund, oder ein wesentlicher Grund, warum die neue Technische Universität, die heute schon angesprochen wurde, sich nur zum ganz kleinen Teil mit Digitalisierung befassen wird. Zum ganz kleinen Teil. Der ganz große Teil dieser Universität wird digitale Transformation sein. Genau dieses visionäre, kreative, innovative Denken, was kann denn durch digitale Technologien in den verschiedenen Wirtschafts- und Lebensbereichen ganz anders gedacht werden. Und wenn uns dieser Coup noch gelingt, dann glaube ich, ist es ein Boost nicht nur für Oberösterreich, Österreich, sondern für ganz Europa. Wie weit ist die Landesverwaltung in dieser digitalen Transformation? Im verbalen Zeugnis wird es stehen, man bemüht sich. Dankeschön. Ich werde jetzt noch einige einzelne Fragen ans Podium stellen und nachher wird es dann die Gelegenheit für das Plenum geben, auch Fragen zu stellen. Frau Witzig, wir haben gehört vom Herrn Dr. Eder, dass er den Datenschutz zum Teil für übertrieben hält. Hat die EU übertrieben? Gibt es zu viele Datenschutzverordnungen? Müsste man was zurücknehmen oder ist das Maß aus Ihrer Sicht richtig? Wir haben generell ein Bürokratieproblem auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Das ist sehr schwierig, weil auch wenn man es gut meint, jetzt zum Beispiel bei den ganzen Lieferketten. Das Lieferkettengesetz wird wieder für alle Unternehmer mehr Bürokratie bringen, auch wahrscheinlich für die Banken, weil Herr Schaller schon so schaut. Ja, es ist leider so und es gibt auf europäischer Ebene auch wenig, die Verständnis dafür haben, dass man Bürokratie reduzieren muss. Das ist einmal das Erste. Die Datenschutzgrundverordnung, da ist uns, würde ich noch sagen, aus österreichischer Lösung ja etwas gelungen mit dem Grundsatz Beraten vor Strafen. Das heißt, bevor Sie als Unternehmer das erste Mal gestraft werden, müsste jemand kommen, der Ihnen das sagt, was Sie da jetzt falsch gemacht haben. Und das hilft natürlich in Österreich den Klein- und Mittelbetrieben. Und ich wünsche mir, dass man auch so weiterhin vorgeht, also das Ganze mit Hausverstand, auch wie der Herr Dr. Eder das schon gesagt hat, mit Hausverstand umzusetzen. Aber es gibt jetzt keine konkrete Datenschutzrichtlinie, Regelung, die Sie lieber zurücknehmen würden? Die Datenschutzgrundverordnung, die ist wie es ist, die werden wir jetzt in dieser Legislaturperiode mit Sicherheit nicht ändern. Die größere Herausforderung ist für mich jetzt diese zusätzliche Bürokratie, die bei jedem Gesetz irgendwie dabei hängt und die nicht nur den Unternehmen, sondern auch der Bevölkerung schadet. Dankeschön. Herr General Dr. Schaller, wir haben ganz kurz von der Cybersecurity gehört. Ich denke, in einem großen Bankunternehmen auch ein zunehmend wichtiges Thema. Wie stark sind die Bemühungen und vor allem wie stark ist die Gefahr? Gibt es bei euch Angriffe, die abgewehrt werden müssen? Die Gefahr ist groß. Die Anstrengungen mindestens so groß, das zu verhindern. Aber eines muss man definitiv sagen, eine absolute Sicherheit gibt es im digitalen Bereich nicht. Sie wäre mir bisher noch nicht untergekommen. Man beschäftigt natürlich Leute, die sich mit dem Thema des Hackens und dergleichen vorher beschäftigt haben, um herauszufinden, wo ist man selbst angreifbar? Wo sind Verteidigungsmechanismen in diesem Bereich, damit man diesen Angriffen widerstehen kann? Es gibt aber auch andere Angriffe, wo einfach mit einer so einer großen Menge von Daten die Computer von einzelnen Institutionen auch bei Banken versucht wird, Land zu legen. Da gibt es eine ganze Vielzahl. Bis jetzt sind wir ganz gut durch die Runden gekommen. Aber man muss, und ich sage das immer wieder, wenn irgendjemand im Bankenbereich behauptet, wir sind absolut sicher vor Cybersecurity, das kann definitiv nicht stimmen. Man kann viel Geld aufwenden, man kann viel Energie aufwenden, um zu versuchen, das zu verhindern. Vielen ist es Gott sei Dank bis jetzt gelungen. Ob das dauerhaft ist, trauen wir uns derzeit noch nicht an. Dankeschön. Herr Eder, wir haben ganz kurz gehört von ein bisschen Blockchain machen. Und gerade das ist, glaube ich, ein rechtlich sehr, sehr schwieriges Thema, wie ein neues digitales Geld aussehen kann. Aussehen darf. Gibt es da eine Einschätzung von Ihnen? Ja, gerne. Vorweg wollte ich nur kurz was sagen zum Thema Cybersecurity und Datenschutz. Die Absurdität ist zum Beispiel, dass das Datenschutzgesetz die einzige Norm ist, wo der technische Standard für die Cybersecurity angesprochen wird. Also wenn wir davon ausgehen, dass es sehr große Vorstandshaftung und Organhaftung generell gibt für Cybersecurity-Vorfälle, dann müssen Sie die Datenschutz-Grundverordnung schauen, um zu schauen, wo gibt es irgendwo mal einen rechtlichen Anknüpfungspunkt, was ist Stand der Technik, wo beschäftigt sich eine Norm mit Stand der Technik in Cybersecurity. Wieso gibt es da nicht was Gesondertes? Das ist das, was mich so stört. Das ist alles in irgendwas verpackt, verwoben miteinander, völlig intransparent. Blockchain, da fragen Sie bei mir wahrscheinlich den Falschen, weil ich bin ein absoluter, ich halte das für ein Humbug, in einer gewissen Weise. Blockchain ist eine ganz, also technisch gesehen, eine relativ primitive Technologie, das in der Informatik bezeichnet wird, das als Linked Lists. Das ist als nichts anderes, als dass Sie Blöcke von Informationen miteinander verlinken. Und diese Verlinkung, das ist das, was sozusagen zu dem technischen Konzept dazukommt. Und durch diese Verschlüsselung erreichen Sie etwas, was für Dokumentationszwecke, was für Wertpapierausgabe oder so, wahrscheinlich für Lieferketten, Nachverfolgung und so sehr hilfreich ist. Sie erreichen einen relativ hohen Stand der manipulierbaren Sicherheit. Ganz sicher ist der nicht, weil, wir wissen, Blockchain ein Community-Good ist. Und Community-Good heißt, dass also die gesamte Community bestimmt, ob oder ob nicht eine bestimmte Blockchain-Transaktion gültig ist oder nicht. Daher Blockchain in diesem klassischen Konzept, wie sie verkauft wird, ist erstens einmal nicht das Allheilmittel aller Dinge. Und für monetäres Geld natürlich nicht geeignet, weil es kann ja nicht die Community entscheiden lassen, ob mir die Euro, die mir überwiesen worden sind, gehören oder nicht. Daher, wenn Blockchain als Technologie für monetäre Zwecke verwendbar ist, dann muss man von diesem Konzept weg. Dann haben Sie eine zentral ausgebende Stelle, eine Nationalbank wahrscheinlich. Das ist ähnlich übrigens mit der digitalen Identität. Da tut man auch Blockchain, diese Diskussion. Da wird man auch nicht die Community bestimmen lassen können, ob ich bin, sondern es wird auch, wenn es für solche Zwecke wie KVC oder so verwendet wird, eine zentrale Stelle in einem Ministerium oder was immer sein müssen. So, und wenn Sie jetzt aber eine zentrale Stelle haben, die die Blockchain begibt, dann ist das jetzt ein zentral verwaltetes Datensystem und das könnte jedes andere Datensystem auch sein. Möglicherweise, da bin ich jetzt zu wenig in dieser Technologie- und Umsetzungsthematik drin, möglicherweise lässt sich das mit Blockchain schöner dokumentieren. Also ein schönes Beispiel in der Praxis ist, also vielleicht ein Beispiel vorweg, woher kommt der Begriff Smart Contract? Das Begriff Smart Contract, den hat der amerikanische Wissenschaftler, ich glaube 1990 oder irgendwas, entwickelt und der hat das so beschrieben, was ist ein Smart Contract? Das ist nichts anderes, als wenn ich eine Münze einwirfe in einen Automaten, dann kommt unten meine Cola-Dose raus. Diese Transaktion ist nicht reversibel. So ähnlich hat er sich ein Smart Contract vorgestellt. Das Smart Contract ist in dem Moment, wo Sie ihn digital durchführen, wird er exekutiert und ist nicht reversibel. Das widerspricht natürlich, wenn wir jetzt auf Bankgeschäfte oder so weiter uns das umgelegt denken, jegliche rechtliche Transaktion, stellen Sie sich vor, der OGH sagt, die Transaktion ist nichtig, aber sie ist nicht reversibel. Oder sie ist nur reversibel, wenn irgendein Miner in China zustimmt, dass die Transaktion rückabgewickelt wird. Also all diese Dinge wie Rechtssicherheit, Durchsetzbarkeit und so weiter sind ein Thema, das man in der Blockchain neu denken muss. Man muss sie eigentlich in das Design der Blockchain mit hineindenken. Das heißt, man müsste in der Blockchain Mechanismen vorsehen, dass wenn ich jetzt ein Gerichtsurteil exekutieren kann, ich das umsetzen muss. Das würde aber bedienen, dass ich völkerrechtliche Verträge dazu abschließe, weil die Blockchain sind ja bekanntlich grenzenlos ist. Also wenn ein österreichisches Gericht also beschließt, das muss reversibel sein, das betrifft eine Partei in Indien, stelle ich mir die Frage, wie setze ich das dann durch? Also alle diese Dinge haben sie im Thema Blockchain und Recht mitverpackt. Wenn man also Blockchain als Technologie nutzen will, dann muss man das entweder in einem sehr abgegrenzten Rechtsrahmen machen und oder kombiniert, und das ist ja da, wo die Technologie jetzt beim digitalen Geld hinläuft, sie haben eine zentrale Stelle, die das verwaltet und in Wirklichkeit die Instanz ist, die sagt, gilt die Transaktion oder nicht. Ist aber dann vom Gedanken dessen, was eine Blockchain ist, von Bitcoin und so weiter, sehr weit entfernt. Dankeschön. Die Gelegenheit, auch den Generaldirektor einer Bank zu fragen, was er von Bitcoin und Blockchain hält, möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich halte es für problematisch. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn man sich, und ich sage jetzt bewusst nicht Währung, wenn man sich die sogenannten Krypto-Assets ansieht, mit welchem Energieaufwand, die zum Teil oder zum Großteil geschürft werden, und die dann dazu dienen, um massive Spekulationen in den Gang zu setzen, dann frage ich mich, ob wir da nicht irgendwo auf einem falschen Weg sind. Denn auf der einen Seite versuchen wir immer mehr, energieschonende Investitionen oder auch in energieschonende Entwicklungen zu fördern, und auf der anderen Seite kreieren wir etwas mit massenhafter Energie, wirklich massenhafter Energie, das eigentlich dazu dient, dass man sagt, ich versuche jetzt damit zu zahlen, oder ich betätige mich als Spekulant, weil ich bin der Meinung, das wird wesentlich im Wert unter Anführungszeichen steigen, frage mich, in welchem Wert. Also ich bin da ein sehr, sehr großer Skeptiker. Aus genau diesen zwei Gründen. Reine Spekulation bei vielen. Es gibt da oder dort Ansätze, vielleicht nicht nur. Es ist keine Währung. Da wehre ich mich immer massiv dagegen. Und das Dritte ist, der Energieaufwand beim Schürfen von Krypto-Assets ist für mich unverständlich. Und dieser Markt, wenn man sich dort auch bewegt, ist bitte fast oder ist nicht reguliert. Wenn ich mich an Finanzmärkten betätige, ist jede Transaktion oder jede Tätigkeit, die ich mache, großen Regularen unterworfen. Auch für den Einzelnen. Und im Krypto-Asset-Bereich gibt es derzeit praktisch nichts. Ein offenes Tor auch für, sagen wir mal, ich würde nicht Betrügereien oder so, nennen wir es halt schon Schwindlereien, würde ich es bezeichnen. Was die Blockchain-Technologie betrifft, da kann man darüber reden, wo kann man sie aus Sicherheitsgründen anwenden. Aber wenn ich mir vom Herrn Eder die Aussagen anhöre, ich bin da völlig seiner Meinung. Auf Dauer wird das nicht so sicher sein. Dankeschön. Vielleicht noch einmal zurück auf die EU-Ebene. Ich denke an meinen letzten Griechenland-Urlaub im vergangenen Sommer. Wenn man dort schaut, wie gut dort das WLAN ist, dann merkt man, vergleichsweise ist Oberösterreich dann doch ein gelobtes Land. Was kann die EU tun, damit sich das europaweit ein bisschen angleicht, dass wir eine gleichbleibende Qualität des Internets erreichen können? Ja, die gleichbleibende Qualität des Internets hängt ja dann auch von den lokalen Providern ab. Was wir jetzt geschafft haben, dass wir die Roaming-Regulation wieder neu verhandeln. Und ich glaube, das haben wir sehr gut abgewickelt. Also das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich durfte das ja als Chefverhandlerin führen. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch noch geschafft, und da muss ich danke sagen an alle Telekom-Betreiber in Europa, dass wir für die ukrainische Provider auch die Roaming-Gebühren reduziert haben oder fast ausgesetzt, je nach Provider. Und dass die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die jetzt in Europa sind, sehr schnell SIM-Karten bekommen haben. Und der nächste Schritt, den wir in diesem Bereich machen werden, ist, dass wir Roaming auch auf Westbalkan ausdehnen. Da sind wir schon, da bin ich mit meinem Team, von meinem Team ist eh heute da, sind wir schon in Verhandlungen mit Westbalkan. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zeichen gerade jetzt. Braucht es da nicht auch eine große Infrastruktur offensiv? Also genauso wie es in Österreich die Breitbandmilliarde gibt, bräuchte es das nicht in viel größeren Versionen europaweit? Es gibt ja von europäischer Ebene im Bereich Digitalisierung umfassende Programme. Das größte Einzelprogramm, das ist Digital Europe. Das sind einmal 9 Milliarden. Das ist jetzt auf sieben Jahre gerechnet. Aber Digitalisierung und Infrastruktur ist in fast jedem Programm drinnen. Wir haben das im Wiederaufbauprogramm drinnen, dass 30 Prozent in Digitalisierung gehen müssen. Wir haben das im InvestEU-Programm, wir haben im Horizon einen großen Teil für Digitalisierung. Wir haben aber auch das in Landwirtschaftsprogrammen, in Kohäsionsprogrammen. Also ich habe gestern einmal versucht, das zusammenzusehen, wo ich das rausfiltern konnte. Da sind wir jetzt bei 135 Milliarden, das ist von 21 bis 27 gerechnet, weil da ja unser mehrjähriger Finanzrahmen so läuft. Da sind wir einmal bei 135 Milliarden, die da zur Verfügung stehen. Und darüber hinaus aber noch in den regionalen Programmen, im Kohäsionsfonds, im Social Fund, sind auch noch Mittel abzuholen für diesen Digitalisierungsbereich. Also da ist Geld vorhanden, wir müssen es nützen. Nutzt Österreich es ausreichend? Auf alle Fälle. Also in unserem nationalen, also Sie wissen ja wahrscheinlich, das Wiederaufbauprogramm, das wurde mit 750 Milliarden aufgelegt. Hälfte Kredite, so ungefähr Hälfte Zuschüsse. Und Österreich partizipiert bei den Zuschüssen mit 4,46 Milliarden in etwa und 53 Prozent davon geht in die Digitalisierung. Also es ist auch in Österreich so mit Geld vorhanden und da wird vor allem eben für KMUs investiert, aber auch für Großbetriebe. Es geht um Netze, es geht um Ausstattung von Schulen. Genau diese Themen betreue ich. Aber auch die Digitalisierung der Verwaltung, die Sie schon angesprochen haben, soll auch hier ausgebaut werden. Dankeschön. Ganz bei dem Online-Teilnehmer. Ich kann mich auch furchtbar ärgern über die Cookie-Banners. Ich denke mir, nachdem ich 1.000 davon schon gesehen habe, muss ich auch weitere 2.000 sehen, die ich immer wegklicke. Ich glaube, da ist wirklich im Design der Anwendererfahrung, die ist schiefgegangen, man könnte das wieder ein bisschen runterfahren. Aber ich verbinde das mit einer Gegenrede zu dem, was vorher so ein bisschen an DSGVO-Kritik hier vom Podium gekommen ist. Ja, das ist schon mühsam, aber es ist halt eine Frage, die für mich dann auch nicht auf die regionale Ebene und auch nicht auf die nationale Ebene gehört, sondern auf die europäische Ebene. Sind wir wirklich bereit, als gottgegeben hinzunehmen, wie sich das Web rein marktwirtschaftlich getrieben entwickelt und unsere Gesellschaft prägt? Weil das die Digitalisierung unserer Gesellschaft ganz wesentlich gestaltet, das muss uns ja allen klar sein. Ich glaube, jemand wie Donald Trump hätte nie amerikanischer Präsident werden können, wenn er nicht auf diesen sozialen Medien mit ihrer speziellen Ausformung, mit der Verstärkung von allen extremistischen Positionen und Bubbles und so weiter aufbauen und das nutzen hätte können. Und da ist, glaube ich, schon in diesem kontinentalen Wettbewerb eine Chance für Europa, sozusagen eine europäische Werteposition zu definieren, die sagt, ja, wir wollen die Digitalisierung, ist was Großartiges, wird unsere Zukunft sein, aber wir wollen es auch aktiv mitgestalten. Und genau das ist ja die DSGVO, der Versuch, diese Debatte zu führen, wie wollen wir in Zukunft digitale Technologien nützen, wie wollen wir mit Schutz der Privatfähre umgehen, wie wollen wir mit Artificial Intelligence umgehen und da rein nicht auf sozusagen das Gesetz des Dschungels dem zu folgen, ohne das gesellschaftlich zu debattieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben eine gute Mittagspause gehabt und haben das gute oberösterreichische Mittagsmahl genossen. War sehr gut, Knödel, Sauerkraut, Schweinsbraten, alles bestens. Möchte Sie wieder begrüßen und danke, dass eigentlich alle durchgehalten haben und jetzt wieder dabei sind. Ich werde sofort jetzt dann das Kommando abgeben an den Herrn Josef Ertl vom Kurier, in Oberösterreich bestens bekannt als oberösterreichischer Journalist in verschiedenen Medien und wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange und ich freue mich, dass wir uns wieder einmal gesehen haben, lieber Josef. Und wir haben ein paar kleine Änderungen. Die Frau Ahrens kann leider nicht da sein. Die Frau Galindo haben wir schon auf Vormittag vorgezogen gehabt. Und das Statement von der Frau Bundesministerin für Landwirtschaft ist auch nicht mehr angekommen. Aber wir haben dafür mehr Möglichkeiten, glaube ich, dass wir diskutieren. Und es hat uns Gott sei Dank im allerletzten Moment die Frau Abgeordnete zum Nationalrat Holzener zugesagt, dass sie bereit ist, hier auch auf das Pendel zu gehen. Sie ist auch Mitglied im Digitalisierungsausschuss vom Parlament und ich danke dir sehr, dass du so kurzfristig bereit gewesen bist, mitzumachen. Die anderen Pendelteilnehmer wird der Herr Ertl kurz vorstellen und ich würde dich bitten, lieber Josef, dass du jetzt das Kommando übernimmst. Ja, manche haben mir das Sarko schon ausgezogen. Wir haben heute einen sommerlichen Tag. Ganz super, auch dass die Fenster offen sind. Da bekommen wir wenigstens ein bisschen was davon mit. Ich darf kurz die Damen und Herren am Podium vorstellen. Neben mir die Frau Abgeordnete Holzener, die ja nicht nur so die Wiener Bühne kennt, sondern auch sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Tarsdorf in Bezirk Braunau. Ist eine Kleingemeinde, also sie weiß auch, was sie vor Ort an Digitalisierung abspielt oder nicht abspielt oder was die Gemeinden für Wünsche hätten. Und dann bei der Realisierung oft sie schwer tun, weil es dann an Geld fehlt oder an anderen Dingen. Neben mir die Frau Angelika Seri-Froschauer. Sie ist Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich und sie ist Selbstunternehmerin. Und ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, du hast eine Werbeagentur. Und natürlich, eine Werbeagentur ist ja heute auch mit der neuen Form der Kommunikation, soziale Medien, Digitalisierung etc. herausgefordert und muss hier versuchen, neue Antworten zu finden. Neben der Frau Bürgermeister ist der Herr Werner Arich, Geschäftsführer und Gründer der Grand Garage in Linz. Ich muss jetzt zugeben, dass ich selbst nicht weiß, was das genau ist, zu meiner Schande. Aber er wird uns das dann erklären, warum es sich da handelt. Und links von mir Andreas Schmollmüller, Experte für Digitalisierung und Innovation. Auch er wird erklären, was er genau macht. Starten werden wir gleich mit einer Schaltung nach Finnland zur Frau, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Taina Tuku Ainen, Expertin für Innovation und Digitalisierung, Professorin an der Universität Turku. Und sie wird uns gleich jetzt zugeschaltet. Bitte sehr. Danke sehr. Guten Tag. Es ist wirklich schön. Maybe I will change it in English. I mean, thank you so much. It's wonderful to be here with you today, virtually today. I would love to be also physically, but maybe in the future we can actually make that happen. And also welcome to Finland. Greetings from Finland. So, yes, I mean, I'm now actually, I'm in the professor at Turku University, but Finland is small. And I have used to work with Helsinki Espo, and especially Espo, which is actually 20 kilometers from Helsinki, Helsinki metropolitan area. And I've done different kind of digital kind of efforts. I worked for Nokia 15 years, and lately I have been involved with the research, with the initiatives and onwards. So, today I spoke on behalf of Finland and Finnish regions. So, thank you so much about this excellent opportunity to talk about this digitalization and new power for the regions. The Finland is putting heavy emphasis for the green and digital, as we say, and everything now actually, which is funded, is basically about the green and digital. And, of course, those are combined in many things. If we go to the next slide, the Finland, we actually, we are known for the Nordic welfare system, Finland, Sweden, and Norway, Denmark. And, therefore, actually, we have rebooted our vision once again, that actually, I mean, the well-being, prosperity, and well-being are the target of everything that we do. And, thinking that, I mean, we think the longer-term things, sustainable growth, sustainable economic growth, and competitiveness. And, of course, I mean, these times, I mean, we have the issues on this longer-term issues, of course, I mean, this pandemic, and now, actually, this, I mean, dramatic situation that has happened in the close Europe-Ukrainian war is affecting directly to everything, actually, to everything, actually, to everything, to everything, actually, that we do in digital and green issues, energy, of course, that's the target, I mean, now. And, those, those are very close, close together. And, thinking about, actually, our approach, now, in everything that we do, I can say, we go to the next slide, that we have adapted pretty much the mission approach. And, Mariana Matsukato has introduced for the European Union, and to the, I mean, all regions, the mission approach, meaning that, I mean, we, 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 we make a mission, we have a roadmap, and then, actually, we execute towards the mission. And, in Finland, this mission approach is also integrated to the leading company and leading company ecosystem funding and work that they do. And, that means that, heavily, the state of Finland is funding the companies, the unicorns, or leading companies, we don't have so many unicorns, but we have some. Like, we have it, we have it, Nokia, we have it, Kone, we have it, Neste, Sandvik, MED, Fortu, which, actually, have got it, this mission kind of funding for the leading Finnish companies. And, that actually means that, in addition, that they orchestrate the collaboration, so that, actually, they themselves develop, of course, the global businesses, with the, actually, this long-term vision, to create the well-being and prosperity and sustainable growth. But, in addition, there is this orchestration of the collaboration, and these partners and partnerships models, and, actually, the funders are funding the both, so that, actually, these companies, and then, actually, these ecosystems. And, why I am telling this, because, this is, basically, the companies, mainly, are in the field of green and digital, and, basically, and, mostly, it is, it is funded for the future, future work, which, then, means, that, actually, these green companies, are creating the better, better world, with the digital models, with the digital models, and, digital tools. And, this means, that, actually, that, actually, there is, I mean, pretty nice funding, and, this, actually, means, also, that, the regions, get the funding, with these leading companies, in these partnership models. And, this, this is, this is quite, quite, amazing, so, there is, around 20, now, actually, these leading companies, and ecosystems, selected, and funded, and, and the work is ongoing. So, then, thinking, then, thinking, that, actually, if we are thinking, if we go to the, to the core of the digital, I took it, this, this slide, the, the next slide, which is about the European digital compass, towards the 20, 2030. And, 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 in this digital world, we, of course, we need to invest, to the skills. This is the European Union, wide, wide compass, but, I think, so, that, this is, where the implementation is done, the implementation is done, by the regions. And, 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 and that means, that we, everybody needs to be aware, in certain level, about the basic digital skills. Minimumally, they said, actually, they have said the target, that the minimum, the 80% of the population should have the, basically, the basic digital skills. But, then, the, thinking about these ICP specialists, so, there is a target to 20 million, and also, the gender convergence. So, that, actually, I mean, genders, like women, and, and also, the minorities, are involved in, in, in the digital. And, there's huge amount of the jobs, as we know, in different kind of the jobs, available, where, actually, there is no, nobody, who is taking those jobs, even in Finland, I mean, we have that, those kind of issues. Thinking about, then, the future, in, in, in front days, there are lots of things, that, actually, we should, I mean, make it better in the Europe, and be, be the leading, as we have been. So, in the connectivity field, the 5G is now the thing, I mean, 5G everywhere. And, also, the gigabit society, for everyone. And, 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 and why 5G, this gigabit 5G, and 6G, even, are important. That's important, therefore, that, actually, we can seamlessly, seamlessly develop, and do the things, like in the hospital. If you need to have the data from the other hospital, or on the other sources, you'll, you seamlessly get in the data, and, and also, the photos and pictures, and need videos from the other parts, so that you can, as an example, do the surgeries. Or, online, I mean, meaning, get it, I mean, advance. And, that means, that, there is, no latency, no, I mean, so that, I mean, the networks are working perfectly well, and, 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 you are getting the real-time data, on demand. Then, thinking about, of course, the data is now the thing, not anymore the connectivity, because, pretty much, we will get it, of course, there is actually still, I mean, room for improvement. I mean, in Finland, in, in Europe. But, the data is the thing, data, edge, and cloud, actually, I mean, which is, where, actually, the difference is made, and where the competitive advantages are made. And, 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 and that's actually some of the issues that we should actually, uh, uh, put our emphasis, that how, in Europe, we, we, we will develop ethical background, which we have it also, the ethical legislation. part-based, uh, in, that, uh, uh, TO– The, uh, in, that, uh, that new Ouaiserdale, um,ği, uh, and, uh, 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 uh,H, uh, 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 , uh, Uh, e. Ah. es aus? Okay, can you hear me? Can you see me? Can you hear me still? Okay. Ja, sonst würde ich sagen, machen wir einen kleinen Stopp und setzen hier einmal fort, bis die Leitung wieder hergestellt ist. Aha, okay. Ich darf vielleicht die Frau Abgeordnete Hult. Geht schon wieder? Okay, bitte sehr. Okay. Can you hear me? Yes, we can now we can hear you. Trotz aller Technik sieht man, es gibt in der Praxis doch hin und wieder ein kleines Problem. Aber es wird sicher gelöst werden. Frau Abgeordnete Hultzer. In Darstdorf Bürgermeisterin ist eine Kleingemeinde. Wie geht es euch da mit der Digitalisierung? Die Gemeinden haben ja natürlich alle den Wunsch nach Ausbau des Breitbandnetzes. Wie spielt sich das gleich konkret ab? Ja, was geht es alle miteinander? In Linz beginnt es, aber aus Tastaf, wo wir herkommen im westlichsten Zipfel Oberösterreich, von Oberösterreich an, so an der Grenze zwischen Salzburg und Bayern und der Kleingemeinde. Genau, wir haben 2100 Einwohner auf 35 Quadratkilometer. Das sorgt vielleicht auch schon die Herausforderung beim Glasfaserausbau. Ich bin im Nationalrat seit Dezember im Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung. Und ich glaube nicht von ungefähr, weil nämlich seit die Bürgermeisterin bin, seit 2014, beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema. Damals hat nämlich die Energie AG bei unserem Pilotprojekt versucht und hat Glasfaserleitungen verlegt mit Informationsveranstaltungen und, und, und. Also in zwei Siedlungen und im Zentrum waren dann die Leitungen verlegt und die Anschlussquote war bei 15 Prozent. Die Energie AG hat entnervt, das Handtuch geschmissen. Und mir selber war aber ab diesem Zeitpunkt klar, was Digitalisierung und somit die Entflechtung von Zeit und Raum für Chancen für den ländlichen Raum bringt. Das hat man ja dann auch ganz deutlich in der Corona-Krise gesehen mit Homeoffice, Homeschooling, wo man einfach unabhängig vom Ort seine Aufgaben hat erledigen können. Und ja, gleichberechtigte Teilhabe für den ländlichen Raum, finde ich einfach ganz wesentlich. Es muss jeder unabhängig von der Region, in der er lebt, den digitalen Wandel mitgestalten können und die Chancen nutzen können. Ich habe mich dann entsprechend auch dahinter geklemmt, auch mit den Gemeinderäten, weil das Thema eben einfach von großer Bedeutung für uns gewesen ist. Und habe dann immer wieder bei jeder Gelegenheit sensibilisiert, Informationsveranstaltungen gemacht. Und ich glaube, es war 2018, wie dann die Fiverr-Service gegründet worden ist, auch mit dem Ziel in ländlichen Regionen, den Glasfaserausbau voranzutreiben, habe ich dann die Chance genützt und habe da gleich Kontakt aufgenommen. Und durch das, dass wir jetzt schon ein paar Jahre viel vorbereitet haben, haben wir dann auch die Zustimmungsrate, die erforderliche, in kurzer Zeit gehabt und waren somit dann beim Ausbau durch die Fiverr-Service dabei. Also unsere Gemeinde ist jetzt seit zwei Jahren flächendeckend ausgebaut. Jeder Bauernhof und Zeit ist ja noch so abgelegen. Wenn der Glasfaser haben will, dann ist er angeschlossen. Und es hat uns in der Corona-Krise total viel gebracht. Und da haben die Leute dann auch wirklich gemerkt, was das bringt. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich beim Ausbau. Zum einen muss eine flächendeckende Infrastruktur da sein, damit Teilhabe möglich ist. Und zum anderen muss man aber auch um die digitale Kluft zu schließen, die Leute mitnehmen, den Nutzen sorgen und schauen, dass wirklich alle, wir haben heute das Thema Senioren schon öfter gehabt, dass auch die dann entsprechend vorbereitet werden und dann auch digitale Angebote annehmen. Herzlichen Dank. Die Leitung nach Finnland funktioniert wieder. Ich würde bitten, dass wir jetzt die Frau Professor wieder zuschalten. Bitte sehr. Danke so much. Und danke so much about the issue. I mean, technicalities do not work, I mean, properly. So there's lots of innovations that need to be done. But basically, we need the digital. I mean, as this conference also shows, that, I mean, we make the infrastructures better so that everything works as seamlessly as it could. And of course, this means for everybody, businesses, government, government, and also the rural areas. That's a very important, what actually was mentioned, I mean, by the previous speaker about actually, about the countryside and rural areas. That's actually huge importance that actually these connections work. If we go actually further, I don't want to bother you actually with this kind of theoretical things too much. But if we go to the next slide, it's a little bit more detailed, described about the connectivity, this gigabit infrastructure policy objectives, and how actually we need to drive these digital platforms and solutions for the future, so that in the Europe, we will be leading positions in our cities and regions, where the people are living. If we go to the next slides, this 5G or infrastructure, structures for smart communities is the very important thing. So I just wanted to take this call here, so that there is a call now, the commission called for 5G for smart communities. And it has just, I mean, opened and it's until 20th of April. And then actually the key is to have innovative use cases for public authorities, services and general economic interest about this 5G operators, local authority, hospitals, schools, public safety. And I can share one example where I have been heavily involved in Finland. If we go to the next slide, this is about the smart community. This is the case, Espo case Nokia, where the Nokia headquarters is. And there we have built in four years, put around 40 to 50 million for the project called Neutral Host, where actually the idea is that actually, when Nokia is located, the headquarters is located, Espo is building actually the lots of houses there, so that the citizens are living in the area. Now it is the commercial business area. But there in addition of this housing and infrastructure networks, of course, these infrastructure networks are also larger, meaning that there will be fiber, there will be wireless networks, and there will be smart poles for hotspots, so that these smart poles could actually, I mean, take it like a video kind of the data and other data, by the sensors, to allow the certain kind of the services. And these services, actually, what the people are for, as an example, electric buses and self-driving, self-driving technologies, that could be used for the last mile vehicles, or robots used to actually deliver the packages, or shopping bags. I don't know actually how it is in Austria, but in Finland, as an example, there in Espo, now we have small robots picking up the deliveries and then delivering those to the households. So, of course, that's a pilot, but I mean, it's very interesting pilot. For example, you can actually, in certain shops, order the things, and then the robots are delivering the things. Of course, because that's the pilot, there's still actually lots to improve, as an example, for the security, safety, and on those issues. We have tested also the applications for the hospitals, so to say, actually, for the acute healthcare issues, so that, I mean, you get, if needed, as a person, you have, as an example, these self-driving buses to pick you up, if not you, if I'm not needing ambulance, I mean, for the, for the, for the, your health issues. And, of course, other things, like, we have it, I mean, Mayusala Corporation, which actually is looking at the weather and air quality, measurement systems. It's actually the big company in the Europe, which is, even in the globe, which is developing and producing this weather and air quality systems. But there, the digital is coming, the issues, because we, everybody want to, want to include, whether air quality, and these kind of things, I mean, in the certain applications, like, I mean, in health applications, or so forth. So they have piloted very interesting applications in the area. My message is that there's lots of things that actually we could do together in the green and digital. And, and we should, I mean, this is fantastic example about the sharing the experiences and, 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 and then also collaborating and co-creating, co-creating together. So very happy, happy, actually, I mean, to, to, to discuss these issues. If we actually then go to the next slide, which is actually about, I mean, Business Finland is our organization, which is, I mean, delivering, distributing our states money to the companies and investments. And, and this are, if funding is in Finland, 500 million, and they're actually, the most of the funding is going to the green and digital. If you look the actually the pie, there is one and two, there was green and digital, but also the third and fourth, in certain sense, including the digital because the employment and, and skills, there's a heavy part, I mean, on the, on the, on the digital skills and also the, I mean, green things and infrastructures and living, living labs and these kind of things. So basically, and this, in addition, is including, if we look actually the, 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 last slide, the, the companies, if we go to the next slide, actually, that's a little bit more deep, I mean, discussing the, what in green and digital we are funding, so leading companies, therefore, I highlight that actually for the regions, the companies are actually, I mean, very important, every kind of, these growing companies, startups, the, the dynamism and test, kind of experimental environments, and in innovation infrastructures, and also, of course, the future, future, technologies, future enabling technologies, but other future, also the trends and onwards, and, 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 and we heavily have put an emphasis because of this, I mean, Nordic kind of the system for longer term issues, even actually by tradition, so in our all education, as an example, the city planning, regional planning, that based on the thinking that, I mean, we want to have it, our, our areas planned for, for, for a long time, so that means that actually for this carbon, carbon and hydrogen are now the issues and low carbon solutions, carbon neutral solutions, I think so that in many, many fields, we are very similar, similar country with the Austrian, with the EU, in, in these issues, and, and, and this is something, I mean, if we go to the next slide, so I thank you so much, it has been a pleasure to, to, intervene with you and I hope that we will actually collaborate and do actually something in the field of this, these areas together and, and I want to mention that actually, even though now I'm talking about this clean and digital on my actually hobby thing, I'm a farmer, a sustainable farmer and, and I also live in village in addition of this spot, so, very happy and very important to contribute in all of these fields that actually we have it in our society. Thank you so much. Thank you so much for that. Thank you so much for that. Erläuterungen about the goals of the EU, that the money that is available to you, and also the Umsetzung in Finland and also konkret for projects. Also, interesting war jetzt für mich wie stark der Schwerpunkt auf Klimaveränderung und grüne Erneuerung und Innovation gesetzt wurde. Herzlichen Dank. Liebe Frau Bürgermeister, wir haben erzählt, dass du das jetzt umgesetzt hast in deiner Gemeinde und das jetzt natürlich ganz wesentlich darauf ankommt, dass die die Bevölkerung jetzt die Möglichkeiten auch nützt, indem sie Schulungen durchführt, sich die Dinge erklären lässt und passiert das? Wird das angenommen von den Leuten? Ja, also bei uns spielen da mehrere Leute oder Institutionen zusammen. Wir haben in der Schule zum Beispiel die Klassen so nach und nach die letzten Jahre schon mit Smartboards ausgestattet, sodass da die Eltern dann auch schon mit einbezogen sind und speziell zu Senioren, also wie die Corona-Krise begonnen hat, der erste Lockdown, da war es ja ganz wichtig, dass man Informationen schnell rausbringt und die älteren Menschen haben dann öfter gefragt, warum weiß ich jetzt das noch nicht, weil so ein amtliches Mitteilungsblatt per Post zugesend wird, das dauert oft vier, fünf Tage und da waren die Informationen schon wieder veraltet und dann habe ich gesagt, die Gemeinde-App nutzt die Gemeinde-App und da haben wir einen Senioren-Smartphone-Kurs durchgeführt zum Beispiel, der sehr gut angenommen worden ist und somit haben wir immer mehr Leute an Smartphone tatsächlich als ältere Leute ein Smartphone genutzt. Wir haben dann zum Beispiel eine interaktive Karte entwickelt, wo unser Gemeindegebiet drauf ist und man klickt dann irgendwo hin oder hat einen dran dran bleiben. Okay, danke. Wenn man natürlich eine Bürgermeisterin wie die hat, wird das funktionieren, glaube ich. Wenn du das sagst, werden die Leute das machen. Liebe Angelika Zeri-Froschauer, wie ist das in der Wirtschaft? Die Wirtschaft legt einen ganz großen Wert auf Digitalisierung und drängt, dass das Breitband im ganzen Land vorhanden ist. Wie ist eure Sicht? Danke, auch danke für die Einladung, dass ich und als Stellvertretung für die gesamte Wirtschaftskammer Oberösterreich heute hier Teil des Pendels sein darf. Das Thema Digitalisierung begleitet uns die letzten, sage ich jetzt mal acht, neun Jahre intensiv, weil es ist ja nicht jetzt aufgepoppt, sondern es war schon vor vielen Jahren klar, dass das Thema wird, welches uns in der Transformation, in dem First Run, um der Erste zu sein, in den Märkten stark begleiten wird. Insofern ist es für uns, für alle Branchen so ein wesentliches Thema, dass wir es in den Masterplan aufgenommen haben und es ergänzt haben um das Thema der Innovation. Digitalisierung und Innovation sind sozusagen für uns miteinander ganz stark verbunden und du hast es schon gezeigt, es sind so viele Bälle in der Luft, wenn man um das Thema Digitalisierung spricht, das Breitband ein wesentlicher Punkt, aber auch die Skills, aber auch und das möchte ich anknüpfen vielleicht dieses Bewusstsein bei den Unternehmerinnen und Unternehmern in die Digitalisierung in ihrer einzelnen Reifephase, wo sie sich befinden, auch einzusteigen. Das ist eigentlich der Hauptjob, den wir gerade spüren, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Die erste ist einmal ein Unternehmer in seinem Umfeld muss Bewusstsein dafür schaffen, dass es Geschäftschancen bedeutet. Da haben wir, muss man sagen, bis vor der Corona-Krise noch nicht so eine hohe Zustimmung erreicht, wie wir sie jetzt haben. Jetzt ist es quasi allen quer durch, vom Ein-Personen- Unternehmen bis hin zum ganz großen familiengeführten oder Aktiengesellschaft geführten Unternehmen, ist es klar, dass das die neuen Geschäftschancen sind und wir da einfach gut drauf sein müssen. Jetzt befinden sich die Unternehmen in ganz unterschiedlichen Phasen. Die einen haben die Administration, die sie digitalisiert haben, die Finanzabläufe digitalisieren, die anderen sind schon in der Kommunikations Digitalisierung durch, sprich Website war auch vor ein paar Monaten möchte ich sagen, noch ein Thema. Es gab immer noch Betriebe, die das einfach nicht professionalisiert und beziehungsweise verweigert hatten. Heute schaut es wirklich anders aus, weil auch die Open Source Systeme, die zur Verfügung sind und weil auch die Skills der Leute, die einfach meistens ein Kleinunternehmer hat mittlerweile in der Familie oder im Freundeskreis jemanden, der das Wissen und das Know-how aufgebaut hat und auch einbringen kann. Ein wichtiger Punkt ist die Skills Ebene und die Fachkräfteebene. Das beschäftigt uns aktuell beim Thema Digitalisierung. Wir haben ja das Thema Regionen und es wurde so schön von Frau Professorin gesagt, die Implementierung erfolgt in den Regionen. Ja, sie erfolgt wirklich in den Regionen und dazu brauchen wir Kollaborationsräume, die in den Regionen sehr häufig durch eigene Coworking Spaces, wo sich die kleineren oder die mittleren größeren zusammentun und dort kollaborieren, aber auch Fachkräfte herzubringen, die im Homeoffice nicht in der Region sitzen, sondern woanders sitzen, aber nur mittels einer guten Breitbandanbietung natürlich zugeschalten werden können, aber die IT-Fachkräfte in den Regionen, das ist einer unserer größten Themenpunkte, aber ich denke, das haben wir nicht nur hier in unserer schönen Region Oberösterreich, sondern das weiß ich aus vielen Gesprächen, das ist ein europaweites Phänomen und wir versuchen uns alle miteinander zu vernetzen und das zu nutzen. Also dieses Thema der Skills, der Werner Arich kennt das Thema sehr genau mit den Skills, was man braucht, um Digitalisierung zu stemmen, das ist ein Riesenthemenbereich, wir haben sehr viele Unternehmen, die in Generationen, Generationenunternehmen sind, wo die ältere Generation sich manchmal keinen Weg sieht, wie geht jetzt diese Transformation des Geschäftsmodells, wie kann ich jetzt meine analogen Abläufe digitalisieren, das ist ein ganz normales Thema, es ist an unterschiedlichen Wissens- und Lernebenen da, unterschiedliche Generationen- und Altersebenen, die einen verstehen, auch tun sich schwer in den Zugang hineinzugehen und das ist eigentlich jetzt der Moment, an dem wir arbeiten. Wir versuchen hier ganz stark zu coachen, ganz stark zu stützen, das was uns als Wirtschaftskammer Organisation zur Verfügung ist, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern fördern, sogar in Österreich Fördern, was geht, lässt sich jetzt schwer übersetzen, aber und dieses Fördern beginnt bei dem Digistarter Programmen, wo wir Digitalisierungswege, Webseiten, aber auch Abläufe, neue Innovationsideen, neue Geschäftsmodellideen, Click and Collect, Webseiten etc. All diese Themen werden sozusagen über ein Förderprogramm, welches bei uns jetzt Digistarter heißt, das zweite Mal schon aufgelegt wird, weil das war in den ersten Monaten sozusagen abgerufen von den Unternehmern und ich habe gesagt, bitte helft und so weiter, also diese Impulsgebung, wo ein Berater, ein Coach, ein Experte aus den wissensbasierten Dienstleistungen jenen zur Verfügung steht mit Wissen, die das noch nicht so wissen, wo sie ansetzen wollen, ein ganz wichtiger Punkt oder auch Erfolg Plus nennt sich das zweite Programm, welches wir haben, wo es um Innovation geht, deswegen Digitalisierung ist eine Technologie, Innovation auch, aber Innovation geht ganz stark in das Neue hinein, in die Zukunftslösungen hinein und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, im Begleiten, im Helfen und ganz stark alles zu tun, IT, Skills quer durch alle Schulstufen und auch ganz ganz viel bei jenen Berufen anzusetzen, die vordergründig nichts mit IT zu tun haben, nichts mit diesen Digitalisierungs Fähigkeiten zu tun haben, wo wir Chancen sehen, dass wir durch Weiterbildung ganz einfach in dieses Digitalisierungsthema hineinbringen. Auf die Schnelle. Wunderbar, danke. Werner Arich, was macht die Grand Garage in Lenz? Hallo, ich bin der Exoter in dieser Runde, ich habe auch bei der Einladung kurz nachgefragt, wie man auf mich kommt und ich habe dann im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht und da gibt es eigentlich interessante Ansätze. Also wir als Grand Garage sind in der Tabakfabrik Linz angesiedelt, wir sind auf rund 6000 Quadratmeter eines der größten Innovationszentren in Europa gebaut mittlerweile. Ich war rund 30 Jahre im Venture-Capital-Geschäft und widme mich meinen letzten Arbeitstrittel quasi jetzt in meinem Leben der reinen Innovation. Das ist das, was mich andere interessiert und das war auch der Gründungszeitpunkt und der Startzeitpunkt für die Grand Garage. Wir haben bei uns in der Tabakfabrik rund 500 Mitglieder, das sind Privatpersonen, das sind Studenten, das sind Universitäten, das sind Firmen und, das ist der Punkt, vereinzelt auch Gemeinden mittlerweile bei uns. Die Ersteren sind unser Stammpublikum sozusagen, das heißt, die bauen bei uns drei Arten von Prototypen. Das sind Produktprototypen, das sind Prozessprototypen und Geschäftsmodellprototypen. Und bei dem Letzteren sind auch die ersten Gemeinden jetzt angedockt bei uns, weil sie sozusagen übersetzt in die Gemeindesprache ihre Prozesse innovativ gestalten wollen. die Digitalisierung ist ein Teil davon, sondern es geht eigentlich darum, wie kann ich, und ich habe mir das einmal kurz überlegt, wenn ich beobachte, welche Gemeinden bei uns sind und was die bei uns eigentlich konkret machen, dann kann ich drei Dinge beobachten. Das eine ist, die Infrastruktur zu digitalisieren, das sind klassische IoT-Anwendungen, da geht es im Wesentlichen um die Kostensenkung. Das hängt ein bisschen von der Größe der Gemeinde ab, ob die eigene Infrastruktur betreibt oder nicht. Dort ist ein enormes Potenzial und da haben wir ganz spannende Projekte laufen bei uns im Bereich Abwasserversorgung, im Bereich Entsorgung generell, Verkehrssysteme und so weiter. Die bauen dann ihre digitalen Prototypen bei uns mit unserer Unterstützung. Das Zweite, was wir bei uns sehen, sind innovative Services für die Bürger, für die Einwohnerinnen. Da gibt es schon sehr viele Angebote. Das ist, du hast es kurz erwähnt, die Digitalisierung aus der Bürgersicht der Gemeinden. Da gibt es schon viel Angebot, da gibt es schon viele Projekte. Und das Dritte, das ist auch total interessant, wir haben eine erste Gemeinde, die mit unserer Unterstützung einen Kongress für digitalen Humanismus in die Welt gesetzt hat. Das heißt, das führt zu einer Attraktivität, einer höheren Attraktivität der Gemeinde. Also Kostensenkung, das ist klassisches IoT, Optimierung der eigenen Prozesse der Gemeinde. Das Zweite ist, Prozessoptimierungen für die Bewohner, für die Einwohner. Und das Dritte ist, die Gemeinde insgesamt attraktiver zu machen. Und du hast davon gesprochen, so ein klassischer Kubikingsspace in einem Leerstand mitten in der Gemeinde ist der Klassiker. Das ist sicher auch interessant, aber das Thema zum Beispiel einen Kongress für digitalen Humanismus zu entwickeln, ist natürlich ein völlig neues Angebot. Und was wir auch klären, das haben wir auch aufgeschrieben, Wissensvermittlung zu sprechen, was du gemeint hast, wenn bei uns Studierende sind, Unternehmen sind, dann haben die in der Regel schon ein relativ hohes Wissen über das Thema Digitalisierung. Das haben wir gemerkt, dass wenn Gemeinden bei uns sind, müssen wir da nochmal zwei Schritte zurückgehen und Wissensformate anbieten, Vermittlungsformate anbieten, die die Antreiber in den Gemeinden überhaupt in die Lage versetzen, auf solche kreativen Ideen zu kommen. Weil sonst stecke ich im Handy für ein Seniorenfest. Das ist nicht das, was wir machen. Und da, wie gesagt, sind die ersten Gemeinden bei uns und da kann es passieren, dass ein Industrieunternehmen einen Design-Sprint bei uns macht, zum Thema ein digitales Geschäftsmodell, weil es ein Maschinenbau ist und drauf kommt, das wird eng und am nächsten Tag ist eine Gemeinde da und entwickelt ein IoT-System für den Abwasserverband zum Beispiel. Und das sind ganz, ganz konkrete Projekte, die bei uns laufen. Herzlichen Dank. Andreas Schmolmüller, Experte für Digitalisierung und Innovation. Was macht ihr? Ich bin Experte für Digitalisierung in der Landwirtschaft, bin vom Digital Innovation Hub Innovate und die Digital Innovation Hubs, die gibt es in ganz Österreich, die gibt es in der gesamten EU. Wir sind ein nicht gewinnorientierter Verein. Wir werden finanziert von der Vorschussförderungsgesellschaft, von verschiedenen Ländern, unter anderem in Oberösterreich. Und wir haben den Namen Innovate, weil ATE für Agriculture, Timber und Energy, das heißt, wir forcieren die Digitalisierung im Bereich der Landwirtschaft, der Holz- und Forstwirtschaft und auch der Energiewirtschaft. Und unsere große Aufgabe ist es und unsere Motivation, die Digitalisierung eben in diesen Bereichen voranzutreiben, speziell für KMUs und größere landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe. Ich bin selber nebenher noch Lektor an der FV Oberösterreich, im Bachelorstudium Agrartechnologie und nehme an der FV Wiener Neustadt, am Standort Wieselburg auch für Agrartechnologie. Und was wir machen ist, wir beraten die Betriebe und sagen ihnen eigentlich, was es für digitale Lösungen gibt. Ich war davor zwei Jahre lang auf der Landwirtschaftskammer da in Linz, Referent für Digitalisierung. Davor war ich in Wien bei einer Softwarefirma, ich habe auf der BOKO Phytomedizin studiert und habe mit Phytomedizin als Tiroler in Wien ein bisschen Deutsch lernen dürfen. Und es ist so, ich merke immer aus meiner Berufspraxis, aber generell, Digitalisierung, das ist so ein super Passwort, das ist so ein super mächtiger Begriff. Also das merke ich, das ist nicht nur für den allgemeinen Österreicher im Bereich der Landwirtschaft schwierig einzuordnen. Das ist auch für Landwirtinnen und Landwirte wirklich schwierig einzuordnen. Was heißt Digitalisierung in der Landwirtschaft? Was bringt mir das eigentlich? Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einen kleinen gedanklichen Ausflug machen, wie sehr Digitalisierung in der Landwirtschaft, gerade einige in diesem Raum so stark betrifft, vielleicht bei die Zuhörerinnen und Zuhörer digital auch, vielleicht ein paar begeisterte Kaffeetrinker dabei und Digitalisierung in der Landwirtschaft sorgt jetzt gerade in dem Moment dafür, dass der Kaffee, der da gerade getrunken wird, mit schon 30% teurer ist. Warum? Wir sehen ja den Namen von einem Panel. Ohne Digitalisierung keine Zukunft. Und die Landwirtschaft in Österreich oder in Europa ist ja kein isoliertes Ökotop, sie hat die gleichen Herausforderungen wie überall, ist aber im Vergleich international viel nachhaltiger und kleinstrukturierter. Aber der Klimawandel ist der große Game Changer und nicht so noch der Ukraine-Krieg. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir Kaffee trinken oder wenn Kaffee trinken, ist es so, dass im kolumbianischen Hochland gibt es einen Schädling, den Coffee Berry Borer, also der Kaffee Bohnen Borer, der klingt zwar recht nett, ist aber eigentlich recht der Kretzen. Und der bohrt sich in die Kaffeebohne ein und vernichtet dort ziemlich große Ernteanteile. Und das ist ziemlich krass, wenn man sich überlegt, in Kolumbien ist Kaffee extrem wichtig, weil einer der größten Exportfrüchte, das heißt, würde da der Export mit Kaffee einbrechen, würde der Weltmarkt einbrechen mit Kaffee, Kaffeepreise würden explodieren und das hat ganz große sozioökonomische Auswirkungen. Und mittels Satellitendaten und Wetterdaten und sogar Man-Made-Daten, das heißt, Landwirtinnen und Landwirte oder Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern vor Ort, die mit Digitalisierung wenig zu tun haben, wenn jetzt Daten erhoben, die haben eine App und da müssen sie einfach nur im Feld fotografieren und schauen, ist dieser Coffee Berry Borer jetzt eigentlich da oder nicht. Und wenn der da ist, dann ist ein Prognosummodell, das aktiviert wird und das berechnet dann, wie viel man von seinem Feld mechanisch bereinigen muss, das heißt, sie nehmen einen Teil von die Feldfrüchte einfach weg, die Stauden und da breitet sich nicht weiter aus. Und das hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass wir da auch weiter gemütlich Kaffee schlürfen können, bei nicht sehr horrenden Preisen. Für mich als stark kaffeeabhängigen Menschen ist das wirklich eine tolle Errungenschaft. Gut, Kolumbien ist schön und gut, aber wie bringt man jetzt die Digitalisierung in Österreich oder wie stellt man diese Digitalisierung im Kontext der Landwirtschaft in Österreich? Wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben die Außenwirtschaft, wir haben die Innenwirtschaft, wir haben die Betriebswirtschaft. Also Landwirte oder Landwirtin zu sein, ist ja wirklich ein sehr breiter Job und ein sehr wichtiger Job, weil die Landwirtschaft ist ja eigentlich das Rückgrat des ländlichen Raumes. Also eine schlechte Landwirtschaft beeinflusst ja nicht nur den Produktionssektor mit höheren Lebensmittelpreisen, sondern beeinflusst ja ganz viele andere Bereiche, wenn wir an den Tourismus zum Beispiel denken. Wenn wir schauen, die Buchungen, die wir haben, haben wir viele Ernächtigungen in der Wachau, bei der Marillenblüte, wir fahren ins Bugenland, weil der Wein so schön ist oder mehr vorne in die Almen. Das sind alles landwirtschaftlich stark geprägte Kulturräume, die auch für den Tourismus sehr wichtig sind. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir diese Landwirtschaft fit halten. Der Klimawandel ändert in allen Bereichen eigentlich alles, weil er die Produktionsbedingungen ganz stark ändert. Das heißt, wir haben Wetter, das ganz dynamisch ist. Wir können Wetterextreme Ereignisse weniger genau vorhersehen und sie machen den Produktionsstandort einfach schwieriger. Das heißt, die Pflanze muss mit Stress besser zurechtkommen, ist damals der Anfälliger für Krankheiten. Und jetzt haben wir mehr Schädlinge, verstärkten Produktionsdruck und jetzt kommt das Zuckerl oder Ukraine kriegt dazu, wo wir starke Produktionsausfälle haben oder produziert ist ja schon, das kann nicht exportiert werden. Und die EU hat jetzt schon gesagt, sie will jetzt da einspringen und noch mehr produzieren. Gleichzeitig haben wir die Vorgabe in der Farm-to-Fork- Strategie ziemlich stark, Agrochemie einzusparen. Also 50 Prozent ist da immer dieses Schlagwort. Es ist sehr schwierig, mehr zu produzieren und gleichzeitig einzusparen. Aber die Digitalisierung kann da helfen. Ich will ein paar Praxisbeispiele geben, wie das ausschaut. Es gibt das BLT Wieselburg, mit denen wir zum Beispiel viel zusammenarbeiten. Die haben wir super Plattformen entwickelt, die nennt sich Terrazzo. Terra für Erde und Zoo für Zonierung. Und da ist es möglich mittels Gratis-Daten. Also wir haben ja in Europa die sehr glückliche Situation, dass wir die Copernicus ESA-Mission haben. Das sind verschiedene Satelliten. Und diese Satelliten umkreisen alle paar Tage die Erde und machen eigentlich sehr hochauflösende Bilder. Zeh mal zehn Meter. Das kann man in der Landwirtschaft sehr gut verwenden. Und die haben eine Sensorik, mit der es sehr gut möglich ist, die Vitalitätsparameter von der Pflanze abzutasten. Das klingt jetzt für einen Laien vielleicht sehr abstrakt, aber ich will es weiterfassen. Das ist so, es ist ein optisches Sensorium. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gelbe Hautfarbe hätte, wird sich jeder denken, puh, der ist nicht gesund oder der hat sich gestern noch nicht über den Dusch trunken. Das heißt, ich kann also quasi mein optisches Sensorium wahrnehmen, ob sich was verändert. Bei Pflanzen geht das auch. Und gerade in dem Bereich, den wir nicht sehen, geht es noch viel besser. Und diese Sensorik haben wir auf diesen Satelliten. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass man das auch in die Vergangenheit schauen kann, weil diese Satelliten gibt es schon länger. Und auf dieser Plattform kann ich jetzt meinen Feldschlag, also in Österreich sind da die Schläge, also die Feldstücke alle digitalisiert, hineinladen und gibt meine Kultur ein. Und dann werden dort die Vitalitätsparameter erhoben. Und die kann man dann zum Beispiel ausrechnen lassen, wo ich Teilzonen genau düngen muss. Warum? Eine Pflanze, die sich sehr gut und vital entwickelt, wozu soll die Idee jetzt düngen? Das macht vielleicht wenig Sinn, weil sie gut ernährt ist. Aber wir wissen in der landwirtschaftlichen Praxis, ich habe sehr vielfältige Produktionsbedingungen. Und dann habe ich oft Orte am Feld, wo ich Staunässe habe, wo sich die Pflanze schlecht entwickelt. Dann werde ich vielleicht dort, wo die Pflanze schlecht entwickelt ist, mehr düngen. Und diese Teilzonenausbringung, die gibt es nicht nur in der Düngung, die gibt es auch im Pflanzenschutz. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel auf der Fachhochschule Oberösterreich einen Versuch gemacht. Da haben wir eine simple Drohnenaufnahme gemacht. Tistel. Tistel ist wirklich lästig. Haben wir fotografiert mit der Drohne, einfach gesagt, und haben einfach nur ausgezeichnet, wo diese Tistelnester sind. Wir haben in Österreich die sehr luxuriöse Situation, dass wir in der Landwirtschaft, gerade im Ackerbau, unseren hohen Digitalisierungsgrad haben. Das heißt, dem Traktor haben wir dann quasi vereinfacht gesagt, wo diese Tistelnester seien. Und mittels einer Einzeldüsen- oder Teilflächenabschaltung ist es dann quasi möglich, dass nur dort gespritzt wird, wo die Tistel steht. Das heißt, ich muss nicht das ganze Feld spritzen und spare mir sehr viel Agrochemie. Und das hat natürlich super Synergieeffekte, weil jetzt habe ich natürlich den ökonomischen Vorteil als Landwirt, dass ich vorher weiß, wie viel Spritzmittelbrühe brauche ich überhaupt zum Bekämpfen. Aber gleichzeitig habe ich den ökologischen Vorteil, dass ich weniger Agrochemie eintrage. Also ich spare mir was und habe der Umwelt was Gutes getan. In Österreich ist es so, dass wir in der Landwirtschaft sehr unterschiedlich aufgestellt sein. Wir haben eine große Gruppe von Landwirtinnen und Landwirten, die vielleicht in den nächsten Jahren den Hof übergeben werden. Und da merken wir, dass die Bereitschaft zur Digitalisierung noch weniger ausgeprägt ist. Wir haben ein paar sehr viele junge Landwirte, die digital eben sehr nativ sind, weil sie damit aufgewachsen sind und das ein Wissensdurchstieg. Und was wir machen, speziell die Innovate, ist, wir tragen dieses Wissen einfach dorthin und sagen, schau, das gibt es, benutze es. Das ist zum Beispiel Digitalisierungssprechstunde. Da kommen die Betriebe zu uns und sagen, wie hilft mir Digitalisierung im Alltag? Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages muss es mir ja was helfen und muss man Geld sparen. Und als Landwirt hat man schon einen ziemlich straffen Zeitplan. Das heißt, am besten Sachen benutzen, die leicht zum Verwenden sind. Und wir wissen halt, was da für Tools gibt oder was da in Österreich entwickelt wird, tragen das zu den Landwirten, die verwenden das und im Optimalfall sind sie dann richtig happy. So, das war die kurz zusammenfasst. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie nun einladen, Fragen an die Referenten zu richten, beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen kleinen Beitrag zu leisten. Bitte sehr. Sind Sie so lieb und sagen Ihren Namen? Mein Name ist Silvia Wienzberger und ich komme aus Kärnten. Moment, Moment, Sie kriegen ein Mikro. Mein Name ist Silvia Wienzberger und ich komme aus Kärnten, bin zuständig für den touristischen Income der Region Villach. Villach, Fahrkasse Ossia hat sie eben genau zu sein. Und gerade das Letzte, da muss ich jetzt geschwind einhaken, bei diesem Thema Digitalisierung der Landwirtschaft ist zum einen natürlich sehr wichtig, das weiß ich, weil wir auch sehr klein strukturiert und landwirtschaftlich unterwegs sind in Kärnten. Aber ist es nicht so zum anderen, dass man doch in der Landwirtschaft die Authentizität, gerade im Tourismus auch sehr bevorzugt und nicht unbedingt dieses oberdigitalisierte, das war jetzt aber nur eine Nebenbei-Anmerkung. Meine Hauptfrage war eigentlich, Sie sind jetzt, wenn ich es richtig sehe, Experte für Digitalisierung und Innovation als Privatunternehmen sozusagen, also nicht im öffentlichen Dienst stehend, wenn ich das richtig verstehe. Da ist nämlich die Frage, ist da eigentlich nicht die AMA dafür zuständig, dass sie den Landwirten die Digitalisierung ermöglicht, weil ich weiß, dass das ja ziemlich problembehaftet ist, dieses Thema Digitalisierung und Landwirtschaft. Ja, also da treffen Sie einen Nerv bei mir, das ist sehr emotional, das Thema, das habe ich in den zwei auf der Landwirtschaftskammer in Linz mitbekommen. Es ist so, die AMA ist nicht primär dafür zuständig. Die Interessensvertretung an sich bemüht sich da schon auch zu den Landwirten hinzugehen. Deswegen gibt es ja jetzt diese Stelle des Referenten der Digitalisierung an der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und auch an anderen Landwirtschaftskammern wie in Niederösterreich oder in der Steiermark. gibt es ähnliche Stellen, die sich mit den Themen beschäftigen. Ich selber bin jetzt wirklich Privatwirtschaft, weil das nicht gewinnorientierter Verein ja quasi auch für die öffentliche Hand arbeiten und schauen, dass die Landwirte können das oder die Betriebe und KMUs können diese Programme bei uns kostenlos in Anspruch nehmen. Und die Gefahr der Überdigitalisierung, das ist etwas, was ich oft höre und das kann ich auch stark nachvollziehen, weil Digitalisierung in der Landwirtschaft wird oft assoziiert mit mächtigen Drohnen oder wahnsinnig viel Mechanisierung. Aber so ist die Praxis oft gar nicht. Da oft sind es ganz banale Dinge. Ich gebe ein Beispiel. Oft sind es so kleine banale Dinge wie ein digitaler Fruchtfolgemanager, wo ich einfach nur eingebe, was habe ich die Jahre davor auf dem Feldstück langgebaut und dann weiß mein Programm, das erstellt ein Pathogenprofil im Hintergrund und weiß, ja okay, wenn ich die Kultur anbaue und ich habe vorher die Kulturen gehabt oder die anderen Flächen haben die Kulturen gehabt, dann werde ich nicht eine Kultur anbauen, die anfällig auf eine Krankheit ist, die genau dort reinpasst. Das sind oft ganz banale Sachen und diese Mechanisierung sehe ich gerade in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, sehe ich das eher nicht das Problem. Ja, ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, ist jetzt die Konkurrenz zur AMA. Was hat das mit der AMA zu tun? Die AMA wickelt die Förderungen teilweise ab und da gibt es diese... Für die Digitalisierung? Nein, nicht für die Digitalisierung. Landwirte, die geben ihre Förderanträge ab und die AMA kontrolliert natürlich, was angebaut worden ist. Es ist auch ein Prozess, der digital abgewickelt wird, aber mit dem haben wir nichts zu tun. Also das ist völlig unabhängig von uns und das ist quasi ein Teil der Abwicklung der Förderungen, aber das ist unabhängig von uns. Ja, klar. Gut. Bitte. Ja, Herr Herr. Mein Name ist Nico Schörgendorfer. Ich bin in der Stadtgemeinde Leonding für das Organisationsmanagement zuständig und habe bei dem Bereich Digitalisierung mit dabei. Eine erste Frage, wobei jetzt da gar nicht was, an wen ich es genau richte. Es ist vielleicht ein bisschen mehr so eine persönliche Meinung oder persönliches Empfinden. Wir sprechen über Digitalisierung, also ohne Digitalisierung keine Zukunft und ich bin erst sehr kurz in der Verwaltung, also ich komme eigentlich aus der Wirtschaft und jetzt einmal so dieses, wo wir eigentlich alle wissen, wie schwierig es ist, im Moment IT-Fachkräfte zu finden und im Land Oberösterreich gibt es eine Einreihungsverordnung, wo halt eben Gehälter bestimmt werden und IT-Fachkräfte werden da nicht einmal angeführt. Es ist jetzt so für mich die Frage nach einem Jahr in der Verwaltung, was für Stöhnenwert hat dann die IT und die Digitalisierung. Also das ist mal so eine erste Frage. Wie gesagt, ich weiß dann, wenn ich es richten könnte, steht aber nichts drinnen. Man kann es dort ein, nein, man kann es nicht einmal dort einreihen. Ich glaube, das ist maximal jede 15, aber das ist jetzt ein anderes Thema und dann wäre also auch eine Frage, also nach einem Jahr in der Verwaltung, was, also welche Angebote gibt es eben auch für Kommunen, wahrscheinlich dann auch für Unternehmen, weil es gerade eben um das Thema geht, Reifegradmodelle, gerade digitale Reifegradmodelle, wo steht mein Unternehmen, wo steht meine Kommune im Moment. Ich habe da eigentlich noch kein Angebot gefunden, wo man eben jetzt in Österreich irgendwie ein Modell anwenden könnte, was eben zur Verfügung steht, gefunden habe, was in Brandenburg. Aber oft ist ja bei den Gemeinden so, also wir sollen uns digital weiterentwickeln, wissen erstens mal nicht, wo wir stehen und sollen aber dann vielleicht noch eine Roadmap entwickeln, wie innovativ man sein sollte als Gemeinde. Und da wäre es ja dann vielleicht die Frage an die Frau Bürgermeisterin auch, wie digitalisieren Sie Ihre Verwaltung? Okay, die beiden Damen, ja, Frau Bürgermeister. Verwaltung digitalisieren, also wie gesagt, wir sind eine kleinere Gemeinde, wir haben sozusagen, wir haben keine IT-Fachkräfte, ich weiß jetzt auch nicht, wie das im Dienstpostenplan ausschaut, aber war wahrscheinlich in einer größeren Gemeinde sehr sinnvoll, wenn man da extra wen hätte. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, es spielen auch immer mehrere Faktoren zusammen und wir haben in unserer Verwaltung eben technologieaffine oder internetaffine Mitarbeiter. Bei uns ist die Verwaltung schon sehr lange digitalisiert. Wir haben ein papierloses Büro, wir haben alle Akten digitalisiert. Wir bieten unseren Bürgern auch proaktiv E-Services an. Aber wie gesagt, das hängt auch mit dem zusammen, dass wir die Mischung der Mitarbeiter haben. Strukturell wäre das auf jeden Fall ein guter Vorschlag, tatsächlich auch IT-Kräfte entweder einzustellen oder mehrere Gemeinden miteinander zu nutzen, gerade auch jetzt in diesem Weg der fortschreitenden Digitalisierung. Gut, bitte. Das finde ich eine super Idee. Wir in der Wirtschaft haben natürlich da, weil das ist für uns total wichtig, die IT-Fachkräfte ein Match herzustellen und überhaupt die Digitalisierungsbereiche Beratung hat bei uns, wir sind jetzt nicht öffentlich, sondern wir haben eigentlich seit Jahren, der Steffen Schöffel ist auch da, seit Jahren intensive Beratungen. Das sind so 5 bis 6 Minuten Beratungsslots, die sind ausgebucht jeden Tag, wo Unternehmer sich praktisch das Zeitfenster nehmen, dann mit einem externen Berater sozusagen auf die Spur gebracht werden und dann möglicherweise in unsere Fördermodelle eingeschleust werden, wo es um das geht, zum Beispiel Höchstförder, Fördervolumen 10.000 Euro, ein Projekt, 40 Prozent werden gefördert, wo es um neue Geschäftsmodelle geht, wo es um Automatisierung geht etc. Für uns ist das, ich finde das total spannend, ich habe das nicht gewusst, dass die kommunale Ebene dieses Bewusstsein offensichtlich für das Thema noch nicht hat. Für uns als Wirtschaft ist das ein zentrales Thema, diese nahe Begleitung von Experten zu den Betrieben. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den dürfen wir nicht missen, der verändert sich jedes Jahr mit Themenschwerpunkten. Der neue Themenschwerpunkt, der kommt, ist zum Beispiel IT-Security. Das ist ein Riesenthemenbereich, auch nochmal geboostert durch das Thema mit Angriffskrieg und mit diesen Attacken, die zwar jetzt eine Pause gehabt haben, vielleicht... Also Erpressungen, finanzielle Erpressungen. Naja, einfach, nein, 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 das sind nicht nur Erpressungen, sondern einfach, wo die Netzwerke einfach stillgelegt werden. Es laufen ja permanent IT-Angriffe auf unterschiedliche Netzwerke, die wir alle nicht kennen, aber die dann da sind und wenn dann dein Netzwerk auf einmal steht, hast du ein Problem. Hier haben wir eine IT-Security-Hotline eingerichtet und eine unmittelbare Beratung für unsere Unternehmer, weil das ja ein Riesenbereich ist. Ich sage es jetzt einfach dazu, es liegt mir auf der Zunge. Wir in der Wirtschaft sind gar nicht undankbar, dass ihr noch nicht so viel macht in der Akquise für die IT-Fachkräfte, weil wir alle suchen sie intensiv. Also es gibt ein Bedürfnis, ja sofort, es gibt also ein Bedürfnis, also Ansprechpartner waren wahrscheinlich in dem Fall konkret der Gemeindebund, Städtebund und das Land Oberösterreich, oder? Habe ich das richtig verstanden? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay, bitte sehr. Meine Verständnisfrage müsste das nicht der österreichische Gemeindebund übergreifend für die Gemeinden machen, die sie fördern. Ja, diese ganzen Abläufe analysieren und den Gemeinden zur Verfügung stellen. Ja, Gemeinde und Städtebund, nicht? Für die Städte, das Städtebund und die Gemeinde. Und das Land natürlich auch. So erfindet jede Gemeinde wieder das selbst für sich. Ja, da glaube ich immer aber von Prozessen. Ich habe nicht nach Prozessen gefragt, sondern nach einem Reifegradmodell. Das ist, dass eine Gemeinde für sich selbst einatmen kann, wie digital ist sie. Und das ist ja dann immer so ein politisches Thema wahrscheinlich mit dabei, wo eben dann die Bürgermeisterin oder meine Vorstande eben dann sagen, in welche Richtung sollen wir uns entwickeln und wie weit. Mir ist ja ganz klar, dass Gemeindeämter gibt in Oberösterreich oder in ganz Österreich, wo ich wahrscheinlich irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute zum Arbeiten habe, wenn es eine kleine Gemeinde ist. Es gibt aber eben dann größere Gemeinden, Städte, die jetzt noch kein Statutarstadt sind, wo wir halt eben aber trotzdem im Rathaus 150 Leute sind. Und da glaube ich, brauche ich sehr wohl eben dann auch in der IT jemanden. Aber das Reifegradmodell geht eigentlich darum, dass ich eben sagen kann, wo stehe ich im Moment als Gemeinde, also auf meinem digitalen Weg und was kann ich daraus ableiten, wie ich mich weiterentwickeln soll. Und das ist es mir eigentlich gegangen. Sehr gut. Danke. Bitte. Das Mikrofon bitte hier herüber. Stefan Schöffel, Wirtschaftskammer Oberösterreich. Ich wollte nur eine Ergänzung machen zum Thema Reifegradmodell. Oberösterreich hat seit 2015 ein Reifegradmodell entwickelt an der FH Oberösterreich mit der Business App Austria, Mechatronic Cluster. Also bitte mit den Kollegen, Kollege Beiräte war zuerst noch da, Cluster Manager, mal kurz schließen. Da kann man das auch, ich glaube, auch umlegen. Es ist auch die Wirtschaft mit an Bord, die Fachgruppe der Unternehmensbüro der IT-Dienstleister. Also ich glaube, da rennen Sie offene Türen ein. Dort anklopfen bitte. Vielleicht kann man das auch, wie es der Kollege gesagt hat, auf andere Gemeinden auch umlegen, dass man da vielleicht das auch über die Gemeinden ausrollt. Auch kann man ja reden. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Danke. Danke. Bitte, ja. Das Mikrofon an den Nachbarn, ja. Ich würde ganz gerne einen anderen Themenkreis. Kurz vorstellen, bitte. Andreas Pumberger, Ramsauer & Stürmer. Wir haben in den Kommunen das Kommunallaudit und machen Entwicklungen bei den Kommunen. Kommen wir jetzt noch einmal mit einem anderen Thema und das richtet sich ein bisschen an den Herrn Arich, auch mit seiner Grand Garage, wo ja auch viele Junge zum Teil noch Schüler arbeiten und forschen und in diesen Projekten mitarbeiten. Wenn es um die Zukunft geht, die ohne Digitalisierung nicht gut bewältigbar ist, dann ist für mich schon auch die Frage, was würde deiner Einschätzung nach auch an den Schulen noch notwendig sein, um die Digitalisierungskompetenz zu erhöhen, einerseits. Und zum Zweiten, wie wohl, also könnte Digitalisierung auch ein Thema sein, in den Regionen Bildungsangebote hinaus zu bringen, die wir derzeit nur sehr zentral in den Ballungszentren haben, aber wo dann einfach Kompetenz liegen bleibt. Wir haben heute in Barcelona gehört, wie hoch die Frauenquote auch in den technischen Berufen ist. Also wäre so etwas vorstellbar, gibt es da Überlegungen, um ein neues Berufsbild auch für Frauen schaffen zu können? Ja, danke für die Frage. Ich habe es vorhin erwähnt, das Thema Wissensvermittlung für uns offensichtlich dann geworden als Startpunkt sozusagen, weil das Know-how überhaupt nicht da ist. Wir machen sehr viele Projekte auch mit Schulen. Das ist zum Teil sehr nüchtern für uns, weil wir gesehen haben, dass zum Teil die Motivation schon da ist in den Schulen, aber einfach nicht nur die Ressourcen, sondern das Mindset einfach nicht passt. Das heißt, es ist eine große Ängste dort. Da gibt es dann Schüler, Schülerinnen, die können mehr als ich. Das merkt man ganz, ganz stark. Wir haben uns jetzt konzentriert bei der Wissensvermittlung auf Schulen, die selbst Schulen, die diesen digitalen Schwerpunkt haben. Da sind sie extrem schwer, geschweige denn Schulen, die den nicht haben. Also das kann man sich so fast nicht vorstellen, eigentlich aus der Theorie gesprochen. Was wir gemacht haben, das ist ein Projekt, das heißt Codas Bay. Das ist ein Projekt, das hat man gestartet vor zwei Jahren. Da ist der Rahmen gegangen, dass wir gesagt haben, es gibt eine Hypothese, 0,2 Prozent der Bevölkerung haben drei Eigenschaften. Sie haben eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit, sie sind interessiert am Coding, also an der IT, sind aber völlig weg vom klassischen Bildungssystem. Wenn wir für diese Menschen ein Bildungssystem aufsetzen, wo sie in sechs Monaten von null auf ein Junior-Coding-Level kommen, also einfach Hochsprachen beherrschen, dann wäre das eine tolle Sache. Das haben wir aufgebaut. Wir haben mittlerweile in der Codas Bay auch in der Tabakfabrik angesiedelt rund, wenn Sie jetzt runterschauen, 120 Leute in Ausbildung circa. Die kommen aus völlig fremden Kontextsystemen. Das sind arbeitslose Staplerfahrer, das sind Leute aus der Gastronomie, die umsteigen wollen, das sind Frauen mit Kopftüchern, die nicht Deutsch können, also die eigentlich keine Chance haben, irgendwie einen Zugang zu diesem Bildungssystem zu haben, die auch eine Scheu davor haben. Und die Leute bilden wir aus im Fullstack-Bereich und im SAP-Bereich und das ist faszinierend, wenn man die Lebensläufe dann sieht. Also da machen wir sehr viel mittlerweile. Da kommen Leute raus, die normalerweise, wie gesagt, in diesen IT-Berufen überhaupt nicht Fuß fassen könnten. Und das sind auch Programme, die wir jetzt dezentral anbieten. Also in den Regionen, das war auch nur ein Punkt von dir. Weil man merkt, es gibt ein hohes Interesse, aber extreme Hemmschwellen. Speziell bei Frauen, die sagen, ja, der Mann ist Programmierer, der Bruder IT, aber ich, für mich ist das alles nichts eigentlich. Also es gibt eine Hemmschwelle, speziell für Frauen und Frauen sind für uns in der IT der Blue Ocean. Das ist ein brachligendes Riesenpotenzial. Moment, das Mikrofon bitte. Also nochmal nachgeschärft, auch mit diesem Einblick, gerade in diese ganz spezielle Digitalisierungsfähigkeit oder digitalen Fähigkeiten, was müsste im Bildungsbereich unterstützend auch passieren, damit die 0,2 Prozent, ja, das ist eine ganz spezielle Gruppe, aber wir haben ja 100 Prozent der österreichischen Bevölkerung in Schule gehabt. Ja, dieser etwas frustrierende Befund ist, dass man einfach den Lehrplan völlig umbauen müsste, also in weiten Strecken, ja. Also das ist eigentlich, wir merken es auch bei den Studierenden, Leute, die von der Uni kommen, im IT-Bereich, ja, und man schaut, was die dann können und was die Wirtschaft braucht, das ist ein Gap, ein großes Gap, selbst auf der Uni und auf der FH. In den Schulen ist es noch viel, viel extremer. Und Digitalisierung heißt in den Schulen nicht, ich lerne Wörter und Excel, weil das machen sie jetzt im Wesentlichen und Office-Programme. Und Digitalisierungs-Know-how heißt nicht, ich weiß, wie WhatsApp funktioniert, sondern es ist ganz anderes. Und das ist eigentlich, da steckt man im Moment auch ein bisschen fest, offen gesagt, das sind Riesensteine, die da im Weg liegen. Das Bildungs-, also den Lehrplan insgesamt, den müsste man über weite Strecken umbauen. Wir haben jetzt bei uns wieder in der Tabakfabrik als Schule mitgegründet, Bundesoberstufen-Oralgenasium für digitalen Humanismus. Da schaut der Lehrplan ganz anders aus. Aber das ist ja eine private Initiative. Wir haben es gemerkt, in den öffentlichen Schulen, da können es wir mit unseren Muskeln nicht heben, der reicht da nicht aus. Und darum haben wir die Schule selbst gegründet. Also, ich habe jetzt drei Wortmeldungen. Bitte, eins, zwei, drei. Das ist ja ein zentrales Thema, die Skills der Jungen, genau, quer durch. Was schon jetzt passiert in den Schulen und auch in der Berufsorientierung und in der Berufsausbildung, ist, dass alle Lehrberufe, und da haben wir mehrere Hundert, jetzt in den Lehrplänen Digitalisierung in ihren eigenen Branchen mit aufgenommen haben. Die werden auch seit gut zwei Jahren schon implementiert in den einzelnen Lehrberufsbildern. Das funktioniert schon, weil es hat jeder, jeder Lehrberuf, jeder Lehrberuf eine andere Herausforderung an Digitalisierung. Dann, was jetzt auch ganz gut schon anläuft, sind die Digi-DNMSen, die digitalen höheren, digitalen Mittelschulen, neun Mittelschulen, genau, mit Digi-Schwerpunkt. Was dort passiert ist, dass die Lehrer, die Direktoren gemeinsam mit den Lehrern gewisse Fächer aufgreifen und implementieren in den Unterricht. Ich sage nur, ich glaube, wir haben 41 oder was jetzt, gerade in Oberösterreich. Es wird jetzt probiert, ja, es wird gemacht. Und dann gibt es dieses Projekt Mittron, das bei den Volksschulen anfängt. Ich weiß jetzt deswegen, weil ich morgen in der Früh genau bei so einer Volksschule in Bad Pulsan bin. Die fangen an, mit den kleinen in den Mittfächern, in den Naturwissenschaften- und Technologiefächern, Projekte zu machen aus den unterschiedlichen Bereichen. Und dann gibt es die Junior Companies, auch die sind technologisch aufgestellt, wo die NMSen und auch die Unterstufen sozusagen Projekte gemeinsam mit Betrieben als Coach während eines Schuljahres machen. Aber es ist noch lang nicht genug. Von Seiten der Wirtschaft gibt es die Impulse und wir haben eine gute Partnerschaft schon mit der Bildungspolitischen und mit der Schulebene. Das kann ich nur dazu sagen. Ein schönes Projekt, das wir jetzt gemeinsam haben, mit der Stadt Linz übrigens, als kommunale Einrichtung. Da kommen alle Lehrlinge, die haben über 100 Lehrlinge, kommen jetzt zu uns und machen parallel zur Lehre in der Stadt Linz ein Programm zum Erwerben von Skills im Digitalisierungsbereich. Also was wir verflechten, ist bereits bestehende, bei den Lehrlingen übrigens, funktioniert das super. Ja, das freut mich jetzt gerade ein. Also da haben wir offene Türen, da haben wir auch Finanzierungen dafür. Also das ist eigentlich viel, viel weiter fortgeschritten, als man glauben würde. Und das Thema Magistrat Linz ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Die schicken alle Lehrlinge zu uns, ob das jetzt in der Buchhaltung sind, in der Verwaltung, im kaufendischen Bereich, im Gartenbereich, wo auch immer. Und die bekommen bei uns parallel, wie gesagt, zur Lehrausbildung digitale Skills vermittelt. Danke, bitte sehr. Vielen Dank, ein herzliches Grüß Gott. Wolfgang Ebner, mein Name. Bis vor fünf Stunden und 50 Minuten CDO im Digitalisierungsministerium, seit diesem Zeitpunkt im Staatssekretariat für Digitalisierung und Breitband im Finanzministerium. Ist auch Innovation, oder? Ist absolut auch eine Innovation, ist richtig. Sollte ich auch, hoffe ich, die Zurverfügungstellung oder überhaupt die Ressourcenfrage uns vielleicht etwas erleichtern in Zukunft. Aber das wird die Zeit weisen. Ich möchte auf ein Thema oder auf eine Ausführung von Ihnen, Herr Arich, eingehen, was das Skills-Thema betrifft, allen voran in den Schulen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also entweder habe ich es missverstanden, aber ich möchte schon sagen, ich glaube, ehrlich gestanden, Sie haben ein paar Punkte angesprochen, die, glaube ich, doch sehr, sehr wichtig sind. Nämlich allgemein, dass diese wirklich zu den Grundlagen werden. Und wir reden jetzt auch in der Schule von einer digitalen Grundbildung. Und als Vater einer 8- und 13-jährigen Tochter, also vor allem bei der älteren Tochter, muss ich ja, das war vor zwei Jahren, wie auf einmal, es geheißen hat so, und die nächsten Monate verbringst du deine Schulzeit hier vor einem PC. Und damals war sie elf Jahre. Das war eine große Herausforderung, ganz ehrlich, mit Word umzugehen, mit Outlook umzugehen, mit anderen Medien umzugehen. Und das als Grundlage, mal dringend, das ist genauso um und auf wie das Einmaleins-Hinkünfte, glaube ich. Also das, glaube ich, ist doch ein Punkt. Man kann das sicherlich nachschärfen, das gehört wahrscheinlich abgestuft. Aber die Grundbildung, dass man diese Office-Anwendungen oder andere Anwendungen, die notwendig sind, und die das um und auf, sage ich jetzt einmal, in den meisten oder im Großen der Geschäftsprozesse sind, ich glaube, das ist doch eine Notwendigkeit. Genauso wie ein Thema, das Sie auch angesprochen haben, nämlich auch den Umgang mit sozialen Medien. Und da sind wir ziemlich schnell auch in einer Aufklärung, in einer Notwendigkeit der Aufklärung. Das sind wir, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise sind die Eltern natürlich gefordert, weil das kann ich nicht einfach nur in die Schule delegieren. Aber auch das ist, und ich glaube, wenn jemand Teenager zu Hause hat, wie ich das habe, das ist eine der Hauptdiskussionen, die man derzeit hat, nämlich der Umgang mit diesen sozialen Medien, beziehungsweise was und wie lange ich dort tue. Da sind wir aber in ganz spannenden Fragen, ehrlich, stand. Da sind wir in Persönlichkeitsrechten, da sind wir überhaupt in der Sensibilisierung, was alles damit passieren kann, welche Kreise das ziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, Stichwort Weiterleiten, Verfälschung von irgendwelchen Dingen, von Bildern angefangen etc. Aber vor allem auch beim Thema Suchtverhalten. Also das sind, glaube ich, Punkte, die sehr wohl in eine digitale Grundbildung als Minimalvoraussetzung, sage ich jetzt einmal, in einen Lehrkart oder aufgenommen wird. Ich bin bei Ihnen, vor allem Sie haben auch angesprochen, ein Thema, das wir, also nicht nur, sage ich mal, in der öffentlichen Verwaltung, sondern das ist Industrie nicht anders und wir werden darüber in dem nächsten Pendel nach der Pause noch sprechen. Das ist derzeit dramatisch, was es für einen Mangel an Experten gibt, an IT-Fachexperten in verschiedensten Bereichen. Das ist neue Technologien, das ist aber allen voran auch Cybersecurity, wo gegenseitig abgeworben wird etc. Das ist ganz, ganz dramatisch und dass da dringend etwas getan werden muss, vor allem im universitären Bereich, dass da die richtigen Fachkräfte, sage ich jetzt einmal, auch wirklich unter Anführungszeichen produziert werden, das ist absolut, also bin ich absolut d'accord und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das wollte ich nur zu diesem Thema sagen. Danke. Danke sehr. Gut. Danke. Eine Wortmeldung noch. Ich würde Sie bitten, die Frage in der nächsten Runde zu stellen, weil wir haben jetzt um 15 Uhr Pause. Nein, Sie dürfen nicht, aber der Kollege hinten. Mein Name ist Chris Wahn-Wolfgang, ich komme aus Engelwitzdorf, nicht weit weg von Linz. Also ich möchte nur kurz über etwas sprechen, was sehr gut zu diesen Themen von heute dazu passt. Digitalisierung, digitale Transformation und das heißt Dezentralisierung. Denn da haben wir die Werkzeuge, die Tools. Es muss nicht alles im Zentralraum angesiedelt werden, sondern es kann wo ein bisschen weiter weg auch sein. Es wird also gar große Rolle spielen für jene, die Leute, die dort beschäftigt sind, die dort ausgebildet werden oder was immer oder dort arbeiten. Das betrifft ja nicht nur auch Dienststellen oder was immer auch Landes- oder Bundesdienststellen, sondern speziell, also ich spreche von Bildungseinrichtungen. Bei uns im Bezirk ist es ja so, dass man einen auch da und da zusperrt, woanders wie verlagern oder in den Zentralraum sind. Also das kann also nicht die Zukunft sein. Und speziell, wenn wir schon solche Möglichkeiten haben, wie sich heute ja zeigt oder was die Zukunft uns bietet, dann sollten wir dieses Thema, was unbedingt dazugehört, auch nicht vergessen. Danke sehr. Ich sage, ich habe jetzt keine Wortmeldung mehr. Ich darf mich sehr herzlich bedanken für die sehr konstruktiven und hochwertigen und sachlichen Beiträge. Es war jetzt wirklich ein Genuss zuzuhören. Frau Bürgermeister, Sie haben natürlich das letzte Wort. Das kriegen wir schon. Und ich möchte noch diesen Eindruck widersprechen. Also die Gemeinden haben sehr wohl standardisierte Programme. Ich sage nur K5-Buchhaltungsprogramm oder Rieskommunal. Also die sind durchaus standardisiert. Und ich glaube, die wenden auch 99 Prozent der Gemeinden auch in Zusammenarbeit mit Gemeindebund und GEMDAT. Was der Herr gemeint hat, der Reifegrad, ein Programm, jeder, der mit IT und Programmen zu tun hat, weiß, dass das eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten bietet. Und dass man oft nur das nutzt, was man unbedingt braucht. Und dabei gab es auch noch weitere Erleichterungen. Und dies ist damit gemeint, man könnte mehr aus den Programmen herausfinden, als dies, was man vielleicht unbedingt muss. Und wir sind auf bestem Wege. Danke, Kaffee-Pause. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir wieder beginnen dürfen, wir kommen zum abschließenden Panel Chancen und Risiken der Digitalisierung. Und ich war schon den ganzen Tag seit den Morgenstunden bei Ihnen. Das war wirklich, wirklich interessant. Also großartige Gäste hier auf der Bühne, beziehungsweise in Finnland und in Italien. Und auch sehr, sehr großartige Fragen von Ihrer Seite. Bitte glauben Sie mir, wir legen das trotzdem noch mal eins drauf. Also wir haben eine großartige Runde, wenn ich das so sagen darf. Ich darf mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Werner Seger, bin ProSieben Sat.1.4 GmbH. Als größtes privates Medienhaus treibt uns das natürlich seit Jahren schon um Chancen, Risiken der Digitalisierung. Ich nehme mal kleine Beispiele. Also weil Bildung heute immer wieder erwähnt wurde, wir wundern uns oft, dass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen oft nicht mehr Rechtschreiben können, dafür aber dann schon wissen, wie man die Welt rettet. Auf der anderen Seite aber digitale Möglichkeiten haben, um zu lernen wie niemals sofort. Das ist großartig. Und wir erleben in unserer täglichen Berichterstattung, wie digitale Lügen, lassen Sie es mich so stark sagen, wirklich analoge Fakten schaffen. Also ich denke jetzt an den Sturm des Kapitols in Washington. Oder wir haben das erlebt auf diversesten Corona-Leugner-Demos, wo quasi digitale Lügen, wenn ich das so betiteln darf, analoge Fakten schaffen. Auf der anderen Seite habe ich auch von der Energie AG gehört, digital habe ich die Möglichkeit, mal ganz schnell auch im Unternehmen einen Virologen einzuladen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt einfach nur über einen Teams-Call sich informieren können. Das sind großartige Chancen. Und über das ein bisschen wollen wir sprechen. Chancen, Risiken der Digitalisierung. Wenn ich vorstellen darf, ich beginne mit dem Herrn Affenzell, der wissenschaftliche Leiter des Softwareparks Hagenberg. Schön, dass Sie da sind. Dann Wolfgang Ebner hat sich schon zu Wort gemeldet. Chief Digital Officer, jetzt halt nicht mehr im Bundesministerium für digitalisierende Wirtschaftsstandorte, sondern offenbar im Staatssekretärrat im Finanzministerium. Das wissen Sie dann aber besser eben. Dann Ulrike Domani-Fund, dann ist Generalsekretär in Fit for Internet. Und manche der Themen, die ich so ein bisschen schon angerissen habe, glaube ich, liegen Ihnen da schon seit langer Zeit am Herzen. Cornelius Kranig, er ist Experte für Service Security und Unternehmensberater, engagiert sich jetzt gerade auch in der Ukraine Hilfe. Auch da gibt es interessante Einblicke, die uns Herr Kranig vielleicht liefern wird. Dann Klaus Steinmauer, auch ihn haben Sie heute schon gehört, der Geschäftsführer der Grundfunk- und Telekomregulierungsbehörde RTR. Und Gerald Weilbuchner ist Berater von der Finanzfuchsgruppe. Auch dazu gibt es einiges zu sagen in Richtung Cyber Security, aber teilweise auch in Amtshaftungshaftpflichtversicherungen für kommunale Amtsträgerinnen und Amtsträger. Und an meiner Rechten ist Elke Schreik, sie ist Wissenschaftlerin im Center for European Integration Research. Das ist Teil der Politikwissenschaft, des Instituts der Politikwissenschaft der Universität Wien. Und Frau Schreik bringt uns in einem Impuls, so circa zehn Minuten haben sie gesagt, mal ein bisschen die Chancen und Gefahren der Digitalisierung näher, was jetzt eher die europäische Perspektive betrifft. Wir haben ja gerade vorhin gehört, in Finnland, da probt man schon mit 6G. Wir haben so zehn Mbit in manchen Kommunen. Ich darf es dann Frau Schreik übergeben. Sie darf mir einen kleinen Applaus suchen. Vielen Dank für die Vorstellung und die Einführung. Ich basiere mein Impulsreferat auf einer Studie von der Leiterin unseres Instituts oder unseres Forschungszentrums, Professor Falkner, die sich vor allem einmal angesehen hat, die Chancen und vielleicht noch ein bisschen mehr, die Gefahren in Bezug auf unsere Demokratie. Also welche Herausforderungen die Digitalisierung für die Demokratie bereithält sozusagen. Schauen wir uns kurz mal die Chancen an, das wird mal relativ kurz sein. Einfach, die Chancen sind schon groß, aber wir sind hier noch nicht angelangt. Deswegen wird der Teil ein bisschen kürzer sein. Aber was könnten wir tun in einer digitalen Demokratie? Also gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wir hätten da viele Möglichkeiten, da man Daten natürlich dann besser nutzen kann, aufgrund hoher Rechenkapazitäten, aufgrund von vielen Daten, aufgrund des Datensammelns. KI kann man einsetzen, das heißt für eine Pandemiebekämpfung oder auch für andere Gesundheitsgefahren. Ideal könnte man einiges tun. Man könnte den Wohlstand erhöhen. Man könnte, ist teilweise natürlich schon der Fall, man könnte Individuen mehr Freizeit ermöglichen. In der Freizeit, die kann genutzt werden für Weiterbildung, was natürlich auch wieder gut ist für die Demokratie. Es ist mehr politische Teilhabe möglich, es ist mehr Zeit dafür, es ist mehr Wissen da, auch das zu tun, auf informierte Art und Weise. E-Government haben wir auch schon gehört, Estland zum Beispiel, großer Vorreiter. Gibt es schon, kann man noch viel mehr ausbauen und man kann so die Verwaltung viel effizienter machen. Auch eine tolle Chance. Was Cyber Security angeht, hier haben wir natürlich einerseits die Gefahren, die sich ergeben, aber eben auch die Möglichkeit, hier die Sicherheit zu stärken. Gut, das wären alles Chancen. Und hier möchte ich dann vielleicht nochmal, oder möchte ich mal erwähnen, Digitalisierung oder Technik an sich ist ja nicht per se schlecht oder per se gut. Es kommt ja darauf an, was ich damit mache. Und auch teilweise, wie ich es reguliere oder auch nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, welche Herausforderungen es gibt, und wenn man hier jetzt aus politikwissenschaftlicher Sicht, wenn man das so angeht, dann könnte man sich mal anschauen, was sind denn die Bausteine des demokratischen Regierens. Man hat hier die Individuen, das sind Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler. Man hat die Medien, vielleicht noch dazu die Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler, das wäre, wenn man jetzt als Wissenschaftsdisziplin wäre, wichtig, die Psychologie. Man hat die Medien. Hier hat man Medienwissenschaft, Publizistik, politisches System, sehr wichtig, Politikwissenschaft und die Wirtschaftssysteme, Ökonomie. In der Digitalisierung verfließt hier alles und wird das dann sehr komplex. Das heißt, man kann auch nicht einfach nur eine Wissenschaftsdisziplin hernehmen und die löst dann alles, sondern hier braucht es einfach einen interdisziplinären Zugang, was ja, soweit ich weiß, auch vom Institut der Regionen Europas sehr gefördert wird und auch diesen Ansatz hat, diesen interdisziplinären. Ich beginne mit dem letztgenannten, mit der Ökonomie. Einige kennen vielleicht das Werk von Shoshana Zuboff, Überwachungskapitalismus, das, was wir jetzt im Moment haben, wobei wir haben vielleicht jetzt mittlerweile schon mehr, eher einen Manipulationskapitalismus. Und hier ist eine extreme Ungleichheit entstanden zwischen Individuen, die mit ihren Daten eigentlich bezahlen. Die Dienste sind ja eigentlich nicht gratis, so ist es ja nicht. Unternehmen auf der anderen Seite, die mit diesen Daten natürlich sehr große Profite machen. Und auch zwischen den Unternehmen haben wir eine große Ungleichheit, zwischen den globalen digitalen Giganten, meistens amerikanisch, und kleinen, mittleren Unternehmen. Gut, soviel zur Ökonomie. Psychologie. Suchtproblem, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Von Gaming angefangen, aber genauso auch Likes zum Beispiel, gerade bei Jugendlichen, ein großes Problem. Das Verlernen von Fähigkeiten. Hier ist das Werk von Sherry Turkle, Alone Together, zu nennen, aus 2012 bereits übrigens. Konzentrationen, tiefe Konzentrationen, Verständnis von komplexen Texten, eigentlich sehr wichtig für eine Demokratie, dass die Bürgerinnen und Bürger das können, ist die Gefahr, dass das verlernt wird. Konstruktive Diskussionspraktiken, die verlernt oder auch nie gelernt werden. Intimität, die verlernt wird, aufgrund dieser Pseudo-Intimität, die besteht auf sozialen Medien. Der freie Wille, ebenso in Gefahr. Hier gibt es ein interessantes Werk von Brad Frischman und Ivan Salinger. Menschen sind einfach formbar und das passiert durch Nudging, kennen wir, eine unbewusste Verhaltenssteuerung eigentlich, die dem Micro-Targeting, das eigentlich zusammenhängt. Es gibt Algorithmen, die intransparent sind, man weiß ja gar nicht, warum man eine gewisse Werbung sieht und man hier eben beeinflusst wird. Free Speech, freie Rede. Hier geht es nicht nur darum, was wird vielleicht in einer Content-Moderation dann gelöscht, was wird nicht gelöscht, sondern es ist auch ein Problem, dass manche Leute wisse Dinge gar nicht mehr kommunizieren in sozialen Medien, einfach aufgrund der Angst, welche Reaktionen dann kommen. Das ist auch, das betrifft auch freie Meinungsäußerung, die Beschränkung von freier Meinungsäußerung. Darf ich nicht vergessen werden. Informationsüberflutung. Auch hier sagt die Wissenschaft, Infoclub von Marc Andrejevic aus 2013 ist hier ein interessantes Werk. Wenn man zu viele Informationen hat und es wird einem einfach zu viel, man kann hier kaum mehr entscheiden, was stimmt, was nicht stimmt, auch das ein Problem, Desinformation, beziehungsweise wo hole ich mir jetzt die Informationen, was ist jetzt wirklich wichtig. Die Reaktion, eine typisch menschliche Reaktion ist dann, dass man eben auf die eigenen Vorerwartungen zurückgreift, die eigenen Vorurteile, die man hat. Das heißt eigentlich das Gegenteil davon, dass man erreichen will, dass die Leute sich eben informieren. Machen wir weiter mit Medienpublizistik. Ebenso wissenschaftliche Wiesenextremisten und Extremistinnen bekommen eine größere Stimme, sagen wir mal so, weil sie schon an und für sich aktiver sind auf sozialen Medien. Damit beginnt es schon mal. Extreme Positionen verbreiten sich einfach viel schneller als moderate Positionen. Das heißt, moderate sind eigentlich nicht sichtbar in den sozialen Medien. Was dann wieder Good News ist, es gibt mehr moderate als wir glauben, wenn man sich so die sozialen Medien anzieht. Das gibt sie. Sie sind da einfach nur nicht so sichtbar, was aber ein Problem ist natürlich. Fake News verbreiten sich auch schneller als korrekte Informationen. Werden oft dann nicht aus Fake News erkannt. Nächstes Problem, werden ganz bewusst produziert in Trollfabriken in Russland zum Beispiel, nicht nur, aber hier gibt es, vor einigen Tagen habe ich es wieder gelesen, wieder eine neue Studie, auch zu den Desinformationen in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Hier ist ein Werk von Philipp Howard zu nennen, Lie Machines aus 2019. Also hier auch eine große Problematik. Hate Speech, auch eine Problematik natürlich. Anonymität enthemmt. Man schreibt Dinge, die man normalerweise nicht sagen würde, wenn die Person vor einem steht. Und das passiert oft im Zusammenhang mit politischen Positionen. Und trifft ja auch Politikerinnen und Politiker sehr oft. Dann die Rolle der professionellen Medien schwindet. Es gibt diese Gatekeeper nicht mehr. Und man merkt auch in den USA vor allem, dass die Regionalpresse auch verschwindet. Also es gibt die richtige Medienwüsten. Hier dann gleich der Übergang zur Politikwissenschaft. Medien sind die vierte Macht im Staat, sagt man ja. Haben eine zentrale Rolle, wie auch die Parteien. Demokratie braucht Diskurs. Das wissen wir schon von John Stuart Mill aus dem 19. Jahrhundert. Also das ist jetzt nichts Neues. Jetzt ist aber so, dass hier private Unternehmen diese Rolle der Medien übernehmen. Die orientiert sind an Profit, an Macht, nicht an der Demokratie. Zum Beispiel, wenn sie eben entscheiden, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht. Also das ist ein großer Eingriff. Microtargeting wird auch in der Politik verwendet, by the way. Auch hier schränkt das den politischen Diskurs natürlich ein. E-Voting-System haben wir, ich habe vorhin kurz Essland auch erwähnt. Hier haben wir die Gefahr von Cyberattacken. So ohne ist das auch nicht. Spin-Doktoren, die alles eher dramatisieren, verkürzen und da auch die sozialen Medien hier verwenden, um das zu tun. Digital-Plattformen, die Aufgaben des Staates übernehmen. Zum Beispiel Sicherheit nach innen, KI-Dienstleistungen, Policing of the Internet wird von innen übernommen. Jetzt, was Dienstleistungen angeht, wird zum Beispiel Gesichtserkennung oder Big Data-Auswertung, wird da zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Steuern. Also diese Unternehmen sind ja finanzkräftiger als Staaten es sind, sehr oft. Dazu kommt, dass sie den Staaten die Besteuerungsmöglichkeit auch sehr oft nehmen. Wir kennen das, Steuerminimierung, die Headquarters von digitalen globalen Giganten in Europa sind, hauptsächlich in Irland. Wir wissen, warum. Sicherheit nach außen, auch da in der Außenpolitik sind diese Internet-Plattformen mittlerweile Akteure. Das sind Akteure, so wie Staatenakteure auch sind in den internationalen Beziehungen. Also hier gibt es zum Beispiel von Benjamin Bratton, The Stack, ein Werk, der hier schon neue globale Ebene oder neue Ebenen in der Geopolitik erkennt. Global, Cloud, Stadt, IP-Adresse, Interface, Userin. Also hier ergeben sich da ganz neue Ebenen. Währung, Kryptowährung, Währungen normalerweise Aufgabe des Staates der Zentralbank. So, zum Abschluss. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Zum Abschluss noch einmal Retour. Also Digitalisierung an sich, Technologie an sich ist nichts Schlechtes per se. Es kommt darauf an, was man damit macht, was wollen wir machen damit, welche Veränderungen sind notwendig. Hier gehe ich kurz noch auf die Odds of Change von Peter Hall 1993 ein. Er sagt, wenn man jetzt einen Paradigmenwechsel haben möchte, und das ist das, was wir brauchen, brauchen wir nicht nur die derzeitigen politischen Instrumente. Und dann machen wir so ein bisschen Feinabstimmung. Das wäre die erste Ebene. Das wird nicht genug sein. Neue Instrumente wird auch nicht reichen. Wir brauchen wirklich neue Ideen und neue Ziele. Wir brauchen wirklich einen Paradigmenwechsel, um mit diesen Herausforderungen zurechtzukommen. Und vielleicht noch kurz, weil ich aus der EU-Forschung komme, auf EU-Ebene wird da doch schon einiges gemacht. Macht viel mehr als USA zum Beispiel. Also ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich fasse das noch einmal insofern kurz zusammen. Also ja, es gibt Chancen, aber ich denke, drei Viertel waren es eher mögliche Gefahren, die Sie angesprochen haben. Eine Frage hier, digitaler Humanismus, das wird jetzt immer mehr so als eine Art Benchmark. Haben wir dann ein riesengroßes Problem in Europa, dass China, wir haben das mitbekommen rund um die Corona, das Corona-Management dann dort vor Ort, also man sperrt eben alle ein. Und Punkt Ende ist sehr vereinfacht gesagt, aber Sie wissen, was ich meine. Das macht man natürlich auch über digitale Helferleins. Und in den Vereinigten Staaten, ja, da haben wir dann diese großen Player wie im Twitter. Also Elon Musk, der würde jetzt Donald Trump wieder twittern lassen, was John Stuart Mill vermutlich auch so gewollt hätte, interessanterweise. Aber das würde eine andere Richtung ergeben. Kann Europa da überhaupt mit oder ist der Zug, vereinfacht gesagt, womöglich schon abgefahren? Man sagt ja immer, die Amerikaner, die haben die Technologie, die haben die Software, die Chinesen haben die Hardware und wir haben noch das Geld. Ja, es kommt immer darauf an, wie man sieht. Also wenn man Leute fragt, die bezüglich Chipsindustrie und so weiter forschen, die sagen, ja, da würden wir jetzt mindestens 10 oder 15 Jahre brauchen, bis wir da jetzt endlich mal hinten nachkommen. Das heißt, da hört man immer wieder mal, der Zug ist abgefahren. Die Frage ist, was will man? Was ist hier eigentlich unser Ziel? Man hört ja in letzter Zeit, vielleicht haben Sie das auch mitbekommen sehr oft, das Wort digitale Souveränität. Da schmeißen alle um sich mit dem Wort. Jeder meint was anderes, jeder definiert es anders. Ich selbst verwende die Definition von Floridi, einem Politikwissenschaftler, finde ich sehr gut, der mehr oder minder sagt, ich verkürze das jetzt in Definition, digitale Souveränität bedeutet eigentlich Kontrolle über alles Digitale, sei es Infrastruktur, Daten etc. Wenn das das Ziel ist, dass man da souverän sein möchte, muss man nicht unbedingt selber Digital Giants haben wie Facebook etc. Muss jetzt nicht sein. Und die EU ist ja auch bereits bekannt, wenn man jetzt die Datenschutzgrundverordnung sich ansieht, als eine Regulatory Power, wird sie auch immer wieder genannt. Ich glaube, Sie das Werk Brussels Effect kennen von Anne Bradford, die das schön analysiert und man sieht es jetzt ja auch, es gibt den de facto Jure-Brussels-Effekt. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung mehr oder minder exportiert. In Kalifornien gibt es ein Gesetz, das ist sehr ähnlich zum Beispiel. China hat jetzt ein Datenschutzgesetz, das auch sehr ähnlich ist dem unseren, gibt es auch Ähnlichkeiten in vielen anderen Ländern, auch die das wirklich mal die Jure übernommen haben. De facto gibt es sowieso, weil eben diese großen Globeträgers, für die ist es eindeutig billiger, zu sagen, okay, wer hat das strengste Gesetz, wir sind global tätig, das nehmen wir her und jetzt für alle Länder. Weil das ist einfacher als, ich habe jetzt überall in jedem Land da etwas anderes, das ist viel teurer. Das heißt, die EU hat hier schon bewiesen, dass sie eine Regulatory Power sein kann, wird sie wahrscheinlich auch weiterhin sein, weil wir sind jetzt auch in den Regulierungen, jetzt Digital Services Act, Digital Markets Act, alles, was jetzt eigentlich schon fast beschlossen ist, noch nicht ganz offiziell, aber man hat sich auf einen Text geeinigt. Das ist alles auf dem Wege und das ist extrem fortschrittlich und da strebt man genau das auch wieder an, dass man das mehr oder minder exportiert, so ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die Frage ist dann, weniger sind wir abgehängt worden, sondern die Frage ist auch, was wollen wir oder was ist wirklich notwendig, um digitale Souveränität zu erreichen. Und eine weitere Frage noch an Sie. Jetzt haben wir ein bisschen nach außen geschaut, also die Europäische Union ist quasi im Wettbewerb mit den anderen großen Blöcken. Afrika haben wir da noch gar nicht angesprochen, was aber auch ein wichtiger Player ist. Schauen wir nach innen, also innerhalb der Europäischen Union. Sie haben jetzt auch psychologische Aspekte angesprochen, vereinfacht gesagt, wir werden es alle schon mal gemacht haben, aber wenn Sie da jetzt auf der Autobahn Menschen sehen oder im Straßenverkehr sehen, die da jetzt mit dem Handy spielen, dann sind die ja nicht dumm. Also jeder von uns kann sich das ausrechnen, wenn ich nicht auf die Straße schaue, kann das gefährlich sein. Diese Menschen sind süchtig. Was müsste gesellschaftlich passieren, um das aufzuzeigen, weil hier versagen aus meiner Sicht alle Institutionen, in der Schule lernt man es nicht, bei den Eltern kennen sie gar nicht aus, was da passiert. Und lustig ist es ja ohnehin auch gerade irgendwie zu WhatsAppen, während ich Auto fahre. Was müsste man da gesellschaftlich anders denken? Wir haben noch immer das Schulsystem aus Zeiten Maria Theresias, Stichwort 50 Minuten, Stunde. Was müsste sich da ändern und wie lange würde das brauchen, um auch einen Effekt zu zeigen? Na gut, Sie haben eigentlich schon die wichtigen Institutionen angesprochen. Ich meine, das ist natürlich die Schule. Und wenn es die Eltern sind, dann spielt auch Erwachsenenbildung hier eine extrem große Rolle. Und da geht es hier nicht nur um das Spielen mit dem Handy im Auto, sondern da geht es vor allem auch um Desinformation zum Beispiel. Wie will ich das lösen? Ich meine, ich kann natürlich, haben wir jetzt gesehen, hat die EU jetzt auch einmal gemacht, Russia Today wird blockiert, Sputnik ebenso. Aber das wird eher selten der Fall, sondern auch da waren ja die Meinungen selbst von Journalisten, also europäischen Journalistinnen und Journalisten geteilt. Die einen sagen, ja super, weil das war nur mehr reine Propaganda. Das sind ja keine Medien mehr, sondern Propagandamaschinen. Die anderen, die sagen, naja, aber das ist kein typischer europäischer Weg und das entspricht nicht unseren Werten, die ja festgeschrieben sind in Artikel 2 des EU-Vertrags. So ist es ja nicht. Das heißt, ein europäischer Weg, der an den Werten orientiert ist, läuft nun mal über, würde in diesem Fall über Bildung laufen. Vor allem jetzt zum Beispiel, was Desinformation betrifft. Wir haben vorhin gehört, am folgenden Panel, dass an der Schule auch jetzt nicht Programmiersprachen zum Beispiel gelehrt werden noch, sondern eher nur Excel, Word und so weiter. Das heißt, das ist auch wichtig, Programmiersprachen etc. für die Digitalisierung, keine Frage. Aber was auch wichtig ist, neben Word, Excel und so weiter, ist, wie gehe ich um mit der vorhin genannten Informationsflut zum Beispiel? Wie erkenne ich Fake News? Das sind auch, sind einfach Kompetenzen, die nicht gelehrt werden. Und wenn man jetzt rasch damit beginnt, sollte man auf jeden Fall auch in der Erwachsenenbildung hier ansetzen. Nicht nur bei den Kindern in der Schule, beziehungsweise auch über die Medien kann ja auch sehr viel laufen an Information und dann indirekter Schulung, sage ich mal. Natürlich bedeutet, so ein Weg dauert ein bisschen. Das ist gar keine Frage. Das ist nichts, was man von heute auf morgen dann merkt sofort. Das ist richtig. Nur zum Thema Russia Today und Sputnik. John Stuart Mill sind dann angesprochen, die im 19. Jahrhundert überlegt, ich muss eigentlich auch quasi offensichtlich falsche Meinungen zulassen, weil sie sich dann in weiterer Folge ja selbst das Falsche herausstellen und die Wahrheit dann kein Dogma wäre und auch die Wahrheit müsste sich beweisen können. Das ist so in diesem Lernst des 19. Jahrhunderts, was ein bisschen vielleicht jetzt, ja womöglich auch durch die Digitalisierung mal zumindest auf den Prüfstand kommt. Ich danke Ihnen. Ja? Vielleicht, weil mir gerade noch was eingefallen ist, was zum Beispiel im Bereich Desinformation ja auch schon gemacht wird. Es gibt im IES, im Diplomatischen Dienst der Europäischen Union, eine eigene strategische Kommunikationsabteilung, die auch genau das schon machen. Die Desinformationskampagnen zum Beispiel jetzt auch aus Russland identifizieren und darüber dann informieren. Auch das ist natürlich eine sehr wichtige Maßnahme. Vielleicht war es jetzt ein bisschen negativ im ersten Moment. Jetzt hoffe ich, dass mich ein Affenzeller hier in die Gegenrichtung dreht. Wo ist er? Da sind Sie. Weil er sieht, wenn ich das richtig verstehe, das ist mir wichtig, dass sehr, sehr viele positive Chancen auch für uns hier in Österreich, was die Digitalisierung betrifft. Ganz kurz zur Vorstellung. Michael Affenzeller ist wissenschaftlicher Leiter im Softwarepark Hagenberg, studierter Mathematiker, Doktor der Informatik. Seit 2002 eben der Leiter der Forschungsgruppe für heuristische und evolutionäre Algorithmen. Mit aktuell mehr als 20 Forschern. Sie sind Autor, Mietautor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen. Schön, dass Sie da sind. Und wenn ich Sie bitten darf, welche Chancen oder wie würden Sie das beantworten, Chancen, Risken der Digitalisierung? Bitte mal ganz kurz Ihre Sicht der Dinge einbringen. Ja, gerne. Ich sehe das Ganze natürlich etwas aus dem Blickmittel meines täglichen Hintergrunds. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Fragestellungen von industriellen Prozessen, Modellierung, Optimierung, Datenanalyse. Also viele Faktoren, die bisher angesprochen worden sind, wo es sehr stark menschelt. Und das ist bei uns nicht so sehr im Vordergrund. Aber in diesen Bereichen sehe ich durch das, was wir momentan subsumieren unter Digitalisierung, vor ein paar Jahren haben wir für die gleichen Dinge noch Industrie 4.0 gesagt oder künstliche Intelligenz teilweise, teilweise auch schon Möglichkeiten, den Menschen in eine Position zu rücken, sich auf urmenschliche Stärken zu konzentrieren, auf Kreativität und auf Dinge, die nicht automatisierbar sind, die nicht der Routine entsprechen und eher die langweiligen Tätigkeiten, die immer wieder monotone Routinen sind, werden durch diese unterstützenden Digitalisierungsprozesse in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube, das ist durchaus für den Menschen eine Chance, sich in den urmenschlichen Stärken einzubringen. Und auch was den Arbeitsmarkt betrifft, ist natürlich ein Wandel zu beobachten. Manche Dinge verschwinden, manche kommen neu hinzu. Und tendenziell sehe ich auch darin eine Chance, dass die monotonen, die langweiligen Dinge zurückgedrängt werden, hingegen die interessanteren, abwechslungsreicheren Dinge in den Vordergrund treten, was natürlich auch eine Herausforderung für den Bildungssektor ist, hier die Menschen in einer Art und Weise zu qualifizieren, damit auch zurechtzukommen. Das heißt, das wäre auch ein bisschen, wie die Frau Schraik auch schon gesagt hat, Digitalisieren gibt mir schon auch die Chance, um zum Beispiel den Wohlstand zu stärken oder auch Kreativität zu stärken, vielleicht gleiche Prozesse einfach schneller abwickeln zu können, vielleicht mehr Freizeit habe. Ist das durchaus vorstellbar, dass es in diese Richtung geht? Also sehr, sehr positiv, was jetzt auch die Arbeitswelt betrifft? Würde ich zustimmen. Aber wie auch schon gefallen ist, es hängt immer davon ab, in welche Zielsetzung hin man die Dinge verwendet. Aber Effizienzoptimierung, Ressourcenoptimierung, das sind natürlich Dinge, wo Digitalisierungskonzepte einen entscheidenden Beitrag leisten können. Und das sind Dinge, die uns, glaube ich, gesellschaftlich aktuell weltweit sehr stark fordern. Und jetzt meinen wir mit Digitalisierung, denke ich, hauptsächlich digitale Transformation, weil der Begriff hat sich im Wandel der Zeit und im Sprachgebrauch stark geändert. Vor 20, 30 Jahren hätten wir vielleicht einen Digital-Analog-Wandler, den Übergang von der Schallplatte zur CD, damit bezeichnet. Und jetzt sind es eher die Aspekte im Kern der Informatik, die Methoden, die eben dann als Enebler dienen, in unterschiedlichste Lebensbereiche neue Lösungen zur Verfügung zu stellen. Das kann eben in der Industrie sein, das kann in der Gesellschaft, in der öffentlichen Verwaltung, in den Life Sciences, wo eben Bioinformatik ist ja eigentlich auch nur eine Digitalisierung in der Biologie oder Chemoinformatik wird hier auch hineinfallen. Also es ist eigentlich, glaube ich, wenn wir von Digitalisierung sprechen, meinen wir hauptsächlich eine Re-Analogisierung der in der digitalen Welt gewonnenen Erkenntnisse, weil wir sie ja wieder in die echte Welt zurückführen wollen. Aber ist das auch das, was Sie im Vorgespräch auch gemeint haben, da müsste man ein bisschen unterscheiden zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation? Ich glaube, das täte manchmal ganz gut, weil wir im deutschen Sprachgebrauch speziell dazu neigen, diese Dinge mit einer gewissen Beliebigkeit zu verwenden. Im Englischen ist da implizit schon ein bisschen leichter mit Digitalization und Digitalization, wo diese Unterscheidung im Sprachgebrauch schon drinnen ist. Und dadurch wird es manchmal etwas unspezifisch in der Diskussion. Jetzt habe ich hier stehen, dass Sie mit Prescriptive Analytics ein nicht ganz alltägliches Schwerpunktthema für den Softwarepark Hagenberg definiert haben. Sie sehen, ich kann es dabei aussprechen. Und weiß natürlich noch viel weniger, was das überhaupt ist. Da darf ich Sie mal bitten, uns das ein bisschen vorzustellen, was denn das ist. Die dahinterstehenden Überlegungen passen eigentlich ganz gut zusammen mit Teilen der Diskussion, die vorher schon gefallen sind. So sind wir schon heillos hinterher, hinter den amerikanischen und chinesischen Entwicklungen. Und ich persönlich denke, dass es eine gewisse Art von Emanzipierung auch in Europa bedürfte, jene Teilbereiche zu fördern, die unsere ureigensten Stärken fördern und nicht unbedingt die Interessen von den Internet-Großkonzernen und von den Herstellern von Mobilgeräten betreffen. Und gerade im zentraleuropäischen Bereich ist natürlich die Fähigkeit von produzierenden Unternehmen, von Anlagenbauern ein Bereich, wo wir sicher noch die Frontrunner sind in gewissen Bereichen. Und auch hier gilt es sich der Digitalisierung zu bedienen, diese Rolle auch weiter einzunehmen. Insbesondere im künstlichen Intelligenzbereich fällt mir auf, dass, was ja eine Subsumierung von irrsinnig vielen Subdisziplinen ist, dass wir manchmal ein bisschen wehmütig den Dingen hinterher hecheln, die eben ganz stark vorgegeben wird von traditionell amerikanischer, aber immer stärker auch asiatischer Seite, anstatt dass wir sagen, was brauchen wir wirklich, und das ist eben ein Versuch mit Prescriptive Analytics, diese Schnittmengen aus datenbasierter Modellierung, maschinellen Lernen mit Simulation und Optimierung, wo man eben dann gewisse Szenarien für Investitionsentscheidungen, für Produktionsprozesse gegenüberstellen kann, ganz bewusst einen Schritt zu setzen, jede Teildisziplinen zu fördern, die einen recht unmittelbaren Nutzen für Stärkgefelder bringen, die wir zweifellos noch haben in unserer Region. Das heißt, weil man das auch von außen dann immer wieder so hört, auch jetzt rund um die Krisensituation, wir hören ja, da gibt es, ich glaube, vor Shanghai den Riesencontainer, Schiffstau, und da merken wir oft, Siehst, wir haben wahnsinnig viel ausgelagert eigentlich in andere Länder, auch in Billiglohnländern, und es gibt ja schon ein bisschen diese Tendenz, man sollte wirklich überlegen, was man wieder zurückholt, mehr oder weniger, oder was man eben unbedingt auch braucht, um souverän zu sein, und zwar nicht nur digital souverän. In diese Richtung geht es ein bisschen, dass man sich vernünftig anschaut, was würde in Europa Sinn machen, zu stärken oder vielleicht sogar zurückzuholen, und was kann man draußen lassen, geht es in diese Richtung. Absolut, und gerade im Sinne von Resilienzanalyse, auch können solche simulationsbasierten Techniken eben viele Was-wäre-wenn-Spielchen ermöglichen und eben auch dann mit, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel Fachbegriffe verwende, multikriterielle Optimierung wäre das, wo eben auch Resilienz eines der Ziele sein kann und nicht nur die unmittelbare Gewinnmaximierung eben zu robusteren, stabileren Lösungen zu kommen, ohne sie zuerst in der Realität ausprobieren zu müssen. Sehr spannend. Michael Affenzeller, vielen herzlichen Dank. Ich komme zu Ulrike Domani-Funten. Sie ist Generalsekretärin Fit for Internet, schon seit vier Jahren, jetzt bald, oder dreieinhalb. Sie waren schon in der Politik, Sie waren im Journalismus, in der Industrie, Sie waren auch im Leadership-Team von Johnson & Johnson, den Konzern kennen wir natürlich, sind auch Stiftungsrätin des ORFs gewesen, noch immer, noch immer, gut. Und beschäftigen Sie sich sehr mit den Auswirkungen an der Digitalisierung. Wir haben auch ein sehr schönes Vorgespräch schon gehabt, wo wir beide ganz schnell gesagt haben, was müsste besser sein. Bildung ist so eine Geschichte, die ganz, ganz wichtig ist. Ein bisschen wurde es auch hier schon angeschnitten, dass natürlich die Eltern auch oft in der Pflicht sind. Ja, wo bewegen Sie sich jetzt, zwischen dem auch, was die Frau Schreik gesagt hat? Ja, da gibt es Chancen, aber schon sehr, sehr viele Gefahren. Und dem, was der Herr Affenzeller gesagt hat, da ist sogar sehr viel Positives auch womöglich am Jobmarkt, am Arbeitsmarkt zu erwarten. Wo bewegen Sie sich da? Also, ich unterstreiche einem wunderschönen guten Nachmittag, ich unterstreiche, was beide gesagt haben. Digitalisierung ist mit Chancen und Risiken verbunden und eines ist gewiss, sie geht nicht mehr weg. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Menschen in Österreich entsprechend befähigen, mit diesem digitalen Wandel, mit der fortschreitenden Digitalisierung mitzuhalten. Und das ist jetzt natürlich auch für jede Zielgruppe etwas anders. Haben wir in Österreich oder in Europa eine digitale Kluft? Ja, wir haben eine digitale Kluft zwischen den Generationen. Die ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben eine digitale Kluft zwischen Geschlechtern. Wir haben eine digitale Kluft zwischen Land und Stadt. Aber das ist nichts, was sich nicht beheben lässt. Also, da ist eine irrsinnige Chance da, die Menschen abzuholen. Was tun wir? Wir schauen uns seit vier Jahren, Sie haben es gesagt, an, was denn digitale Kompetenz ist. Und ich erinnere mich aus dem vorgehenden Panel und aus deinem Kommentar, Wolfgang. Also, Kinder sollten heute in der Schule lernen, möglichst sozusagen die Office-Anwendungen, aber natürlich auch programmieren. Und da schreibe ich auch beides. Digitale Kompetenz ist einfach breiter. Digitale Kompetenz heißt, dass ich mich am eigenen Bedarf, und der ist auch sehr unterschiedlich, von jung zu alt, von erwerbstätig, nicht erwerbstätig, Stadt, Land etc., so in der digitalen Welt bewegen kann, dass es sicher ist, dass es selbstbestimmt ist und eben am eigenen Bedarf. Und ich möchte ein Beispiel bringen, wenn man heute eine Sprache lernt, dann lernen Sie in der Schule Grammatik, Sie lernen die Vokabeln. Das heißt aber auch nicht, dass Sie wirklich die Sprache sprechen können. Da gehört dann die Anwendung dazu. Und ähnlich kann man das mit den digitalen Kompetenzen sehen. Man braucht ein digitales Allgemeinwissen, ein Grundverständnis für das, was die Digitalisierung mit sich bringt, Umgang mit Informationen und Daten, Umgang mit der eigenen digitalen Identität, dann natürlich auch Kommunikation und Kollaboration, im Privaten wie im Beruflichen, grundlegendes Verständnis, was ist beispielsweise das Internet, ein WLAN, wie bediene ich Geräte, und das ist auch pro Generation sehr unterschiedlich, bis hin zum wichtigen Bereich Sicherheit, wurde auch schon angesprochen, und letztendlich, und da kommen wir zu dem Punkt, den Sie gesagt haben, Problem lösen und weiterlernen. Nein, Digitalisierung geht nicht mehr weg. Wir müssen uns alle, und das wird nie wieder bei jemandem von uns aufhören, uns ständig mit dem Thema beschäftigen. Es kommen neue Technologien, die unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Alltag und auf unseren Beruf haben. 90 Prozent aller Jobs, heute schon, bedürfen digitaler Grundkompetenzen. Das heißt, es ist nicht mehr die Frage, ob ich Digitalisierung will oder nicht. Sie ist da, und ich muss mich damit beschäftigen. Das ist eines. Wir haben natürlich schon ein gewisses Thema, auch mit basalen Grundkompetenzen, also den Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, digitale Kompetenz. Wir haben inzwischen vier Kulturtechniken. Jetzt haben wir aber ein Spannungsverhältnis, dass beispielsweise zwischen 20 und 24 Prozent unserer Pflichtschulabsolventen in Österreich nicht ausreichend lesen und schreiben können. Na, wie sollen Sie denn dann digitale Kompetenz aufbauen, nämlich Umgang mit Informationen und Daten, ein grundlegendes Verständnis von dem, was mir im Internet präsentiert wird, als Beispiel bei den Jugendlichen. Wir haben ungefähr 100.000 Jugendliche zwischen 20 und 29, die nicht über eine ausreichende formale Bildung verfügen. Auch da müssen wir was tun. Das heißt, da ist ein Riesenpotenzial. Also Digital Native, unter Anführungszeichen, diejenigen, die mit der Digitalisierung schon groß geworden sind, heißt nicht automatisch digital kompetent. Das heißt Schule, Bildung, Erziehung genauso. Das heißt Erwachsenenbildung, wie holen wir die ältere Generation? Da zähle auch ich mich dazu. Ich bin nicht mit dem Internet groß geworden. Es kam irgendwann sozusagen im Laufe meiner Schulzeit. Das war nicht selbstverständlich. Das heißt auch, ich musste natürlich lernen, mit dem umzugehen. Wie kann man das machen? Ich glaube, die Frau Bürgermeisterin hat vorhin ein gutes Beispiel gebracht. Es muss am Bedarf orientiert sein. Sie haben gesagt, die ältere Generation konnte plötzlich Informationen nicht zeitgerecht in der Corona-Pandemie abrufen. Ich erinnere auch an den grünen Pass, wenn ich sozusagen nicht die Möglichkeiten habe, ins Internet zu gehen und das abzurufen, hatte ich ein veritables Problem in der Corona-Zeit. Aber genau da spielen Gemeinden, Vereine, Organisationen, gerade unser Freiwilligenamt in Österreich eine Riesenrolle, weil ich dort den Menschen natürlich erwische, wo er zu Hause ist. Seniorenbund, ich sehe die Kollegen, die auch hier tätig sind, die wissen einfach auch, wo die Bedarfe sind. Das heißt, in der Erwachsenenbildung muss ich möglichst dorthin gehen, wo ich den Menschen erwische, bei den Jugendlichen, im Elternhaus und in der Schule. Wenn wir Richtung Wirtschaft schauen, die Digitalisierung hat einen, sage ich, Wertschöpfungsfaktor von rund 2,2. Was heißt das? Jeder Euro, den ich in die Digitalisierung investiere, in einem Unternehmen, sollte normalerweise 2,2 Euro Wertschöpfung möglich machen. Ist das immer der Fall? Nein, natürlich nicht, weil es davon abhängt, wie das digitale Projekt auch umgesetzt wird. Aber im Idealfall ist es so. Jetzt schauen wir uns unsere Wirtschaft an. Wir haben 99,7 Prozent klein- und mittelständische Unternehmen in Österreich, die rund 2,8 Millionen Menschen beschäftigen. Also die sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Die nutzen die neuen Technologien kaum. E-Commerce war ein gutes Beispiel in der Corona-Pandemie. Natürlich hat es einen Schub gegeben. Das war das Gute dran. Es haben sich plötzlich Unternehmen damit beschäftigt. Aber sind wir dort? Nein, wenn wir uns die europäischen Vergleichszahlen anschauen, dann sind wir im, sage ich mal, im guten Mittelfeld bis im oberen Zehntel. Aber ist es ausreichend, um digitaler Spitzenreiter zu werden? Nein. Cloud Computing, Big Data, Data Analytics, das sind alles Dinge, die in KMUs noch keinen Einzug gehalten haben. Und jetzt komme ich zurück zum digitalen Allgemeinwissen. Ich muss heute als Erwerbstätiger, egal ob ich in einem KMU tätig bin oder ob ich in einem Industriebetrieb tätig bin, und zwar egal in welchem Bereich, wissen, wo werden Daten generiert in meinem Bereich? Welche Daten sind das? Wie sind sie strukturiert? Wie kann ich diese auswerten oder einer anderen Abteilung in einem anderen Bereich zur Verfügung stellen? Bis hin zu dem, wo kann ich denn diese Daten vielleicht mit jemand anderem verknüpfen außerhalb des Unternehmens, einem Dienstleister, um mehr Wertschöpfung zu haben? Klassische Plattformökonomie. Und das hat sehr viel zu tun damit, dass ich mal das Grundprinzip verstanden habe. Daten werden heute mit jedem Schritt, wenn ich ins Internet einsteige, generiert. Das ist digitales Allgemeinwissen. Also da ist ein Beispiel, dann ältere Generationen, die Kollegin aus Kärnten. Ein ganz großartiges Beispiel, was in Kärnten passiert. Hier haben sich die 130 Gemeinden und die zwei Städte Filler und Klagenfurt zusammengeschlossen und haben vor zwei Jahren gestartet, Digitalisierung in Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft auf die Agenda zu bringen. Und beispielsweise wiederum digitale Einsteiger und ältere Generation mit der VHS, den Volkshochschulen, eine Kollaboration gemacht. 50 Prozent der Gemeinden wurden schon besucht mit einem sogenannten Digibus, wo direkt am Marktplatz gemeinsam mit dem Bürgermeister der Digibus sozusagen Hof hält. Die ältere Generation, digitale Einsteiger, wer noch nicht so fit ist, die ersten Grundbegriffe, wie funktioniert ein Tablet, ein Smartphone, seine eigene Digi- oder ihre eigene digitale Kompetenz auch einschätzen kann, um dann in weiterleitende Maßnahmen, Bildungsmaßnahmen in Vereinen oder bei anderen Bildungsträgern übergeleitet zu werden und so einfach die Bevölkerung auch abzuholen, wo sie zu Hause ist. Vielleicht das als kurzer Punkt. Und der letzte, wir setzen gerade ein Projekt mit dem Landesverteidigungsministerium um Stellungsprozess. Also 50 Prozent der Bevölkerung kennen diesen Prozess zumindest. Ich muss als junger Mann sozusagen in den Stellungsprozess eingehen, wo ich gesundheitlichen Check und diese Dinge habe. Was erheben wir ab nächstem Jahr auch die digitalen Kompetenzen, um einfach auch zu schauen, aus welchen Regionen, aus welchen Bildungseinrichtungen, aus welchen Bereichen kommen junge Menschen, die entsprechende digitale Kompetenz haben oder eben nicht. Und wo kann man daraus strukturelle Maßnahmen auch für das Bildungssystem, für Lehre etc. ableiten, um möglichst sozusagen strukturiert von Jung- bis Berufsleben oder eben auch dem Grundwehrdienst entsprechende Maßnahmen setzen zu können. Ich trage Ihnen sehr für die auch sehr engagierten Ausführungen. Aber wenn ich ein bisschen nachfassen darf, Sie haben auch gesagt eingangs, da gibt es halt eine Kluft. Es gibt die Kluft zwischen den Geschlechten, es gibt die Kluft in den Alterskohorten, es gibt auch die Kluft zwischen Stadt und Land. Heute Morgen hat der Altlandeshauptmann Josef Küringer so schön gesagt, früher hat es noch geheißen, die Schnellen werden langsam überholen. Heute gibt es das gleiche Prinzip, nur man müsste es übersetzen, in die Lernenden werden die Nicht-Lernenden überholen. Kann das nicht zu Ende gedacht so eine Art Sprengstoff auch für die Gesellschaft sein? Weil dann wird es die einen geben, die nutzen digitales Wissen, die wurden so auch ausgebildet, auch die Eltern haben sich ihren Kindern gewidmet. Und auf der anderen Seite gibt es die, die eigentlich nur Candy Crush spielen und halt irgendeinen Insta-Post abschießen, allerdings dann immer weniger gebildet werden. Droht da eine große Kluft, die auch gesellschaftlich problematisch sein kann? Also ich glaube, sie ist heute schon gesellschaftlich problematisch. Wir müssen uns nur die Berichterstattung über Corona zum Teil anschauen, die entweder über soziale Medien oder eben über Medien erfolgt ist. Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Es kann weder die Politik alleine noch die Verwaltung alleine noch die Wirtschaft alleine noch der Bürger alleine lösen. Das heißt, es ist auch eine Eigenverantwortung von jedem von uns, uns mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Wie gesagt, sie geht nicht mehr weg, sie wird eher noch verstärkt und ich muss für mich selber weiter lernen. Wir sind in Österreich und generell ist ein europäisches Phänomen ein bisschen Lernmuffeln. Also wir finden es jetzt nicht so super lebenslang und lebenslang klingt eh schon katastrophal, lebensbegleitend zu lernen, sondern wir denken, Schulausbildung, nicht alle von uns, aber viele Schulausbildungen und damit ist es erledigt. Das ist es eben mit der Digitalisierung nicht mehr, weil sie so schnell voranschreitet und sich so vieles verändert. Das heißt, wir müssen da in Bewusstseinsbildung anfangen. Und ich möchte ein Beispiel erwähnen, ich glaube, Frauen und Technik oder Digitalisierung war heute auch schon ein Thema. Wir sehen, wir haben Evaluierungsinstrumente entwickelt, wo sich jeder Einzelne von uns selbst einschätzen kann, also Selbstentschätzungsfragen, aber auch sein digitales Allgemeinwissen überprüfen kann. Die stehen kostenlos zur Verfügung. Wir haben jetzt 70.000 Personen in Österreich, die diese absolviert haben. Das heißt, wir haben eine relativ gute Datenlage und wir sehen beispielsweise bei den Frauen, und das war für uns sehr erschreckend, dass sich die Frauen nicht nur schlechter selbst einschätzen. Das ist ein generelles Phänomen, sage ich der Frauen, sondern dass sie tatsächlich auch im Wissen schlechter sind. Und was heißt das? Das heißt für uns im Umkehrschluss, dass Frauen dadurch, dass sie eh schon sagen, puh, Digitalisierung und nicht so mein Thema und schwierig, beschäftige ich mich erst gar nicht damit. Und das erzeugt natürlich auch eine Kluft. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen dieses Bewusstsein, dass für jeden Job, egal ob ich sozusagen heute irgendwann in einer Kasse sitze, in einem Büro arbeite, in einem Industriebetrieb als Frau tätig bin, ich muss Digitalisierung verstehen und anwenden können. Also es fängt mit Bewusstseinsbildung gesamtgesellschaftlich an. Es fängt damit an, dass alle Kräfte zusammenarbeiten. Das war letztendlich das, wir sind ja auf Initiative des Digitalisierungsministeriums entstanden. Die Margarete Schramböck hat das damals ganz richtig erkannt. Sie hat gesagt, es gibt Digitalisierung der Verwaltung, es gibt Digitalisierung der Wirtschaft und es gibt Digitalisierung der Gesellschaft. Und der Kern ist der Mensch. Und wenn wir den Menschen nicht digital befähigen, werden wir niemals erfolgreich in der Digitalisierung sein können, egal in welchem Bereich. Und wenn ich das noch unterstreichen darf oder es versuchen darf, das heißt, das muss man schon in der analogen Welt klären. Die digitale Welt wird uns, analoge Personen, nicht digital ausbilden können. Die Frau Schramböck ist angesprochen worden. Sie haben es natürlich jetzt mitbekommen in dieser Woche. Es gab dann eben auch eine persönliche Erklärung von Margarete Schramböck. Das weiß man, das war immer ein großes Anliegen, dass die Digitalisierung, was die Verwaltung in Österreich betrifft, vorangetrieben wird. Wolfgang Ebner ist jetzt da und er hat das vorher so schön schon gesagt, jetzt halt nicht mehr im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandard. Das können Sie dann aber besser erklären. Ganz grundsätzlich haben wir mit Ihnen dann einen wirklich sensationellen Fachmann jetzt da, im Leiter der Digitalisierungssektion im BMDW gewesen, Leiter der Abteilung für digitale Strategie, Innovation und IKD-Management, Sie sind auch Präsident des Zentrums für Sicherheit, Informationstechnologie und so weiter und so fort. Einmal würde mich Ihre Expertise sehr, sehr interessieren und dann auch die vielleicht zu polemische Frage, aber das ist doch großartig. Da hatten wir die ehemalige Geschäftsführerin eines Telekommunikationsunternehmens da und ja, ich höre jetzt, ich bin auf ähnlichen Veranstaltungen schon seit Jahren, die Probleme haben sich jetzt nicht so rasend schnell geändert, also sprich mit Internetversorgung oder tue ich Ihnen beziehungsweise der Politik hier unrecht? Ich würde nicht sagen, dass wir etwas hier unruh tun. Es sind enorme Herausforderungen, von denen wir stehen. Sie haben ein großes, zentrales Thema angesprochen, das ist beispielsweise dieses Infrastrukturthema, Entschuldigung, des Breitbandausbaus. Das ist ein Thema, das wir schon seit langer Zeit diskutieren. Das hat sich ja auch durch Prozesse wie der Vergabe von Funklizenzen bereits ergeben und den Einsatz dieser Mittel, über die heute noch sehr stark diskutiert wird und das ist eine enorme Herausforderung. Ich erlaube mir da immer bei solchen Veranstaltungen ein Beispiel aus meiner Heimat, aus meiner jetzigen Heimat. Man kann sicherlich hören und auch sehen, dass ich eigentlich aus der Steiermark bin, aber ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren Beute-Niederösterreicher und wir sind in einem exzellent versorgten Gebiet, meine Familie und die ich in Korneuburg, einem Ballungszentrum nahe an Wien, wo es weder ein Problem mit der Festnetzversorgung und auch nicht mit dem Mobilfunk gibt. Meine Schwägerin, die wohnt aber ganze 20 Minuten entfernt mit dem Auto in Richtung des nördlicheren Waldviertels und dort steht man halt wirklich noch im Garten wie in Indien und muss irgendwo einen Empfang suchen und das ist, dass das Drama leider Gottes wirklich heute noch ist, dass wir eben die Ballungszentren exzellent versorgt haben, auch touristische Regionen natürlich aufgrund der enormen Anforderungen auch, aber es gibt entlegenere Gegenden, die nach wie vor natürlich hier noch hinterher haben. Das hat sich noch stärker natürlich, sag ich jetzt einmal, herauskristallisiert oder ist noch frappierender geworden, dieser Bedarf in Zeiten der Pandemie, wo wir eben gezwungen waren, unsere Tätigkeiten zumeist eben dort, wo das natürlich möglich war, in Homeoffice zu verbringen und dort ist man natürlich auch immer wieder mit dem Problem konfrontiert gewesen, dass eben diese Netzversorgung oder diese Basisinfrastruktur eigentlich eben nicht gegeben war. Das ist eine Herausforderung, das ist die Infrastrukturherausforderung, die zieht sich weiter natürlich in eine Infrastrukturherausforderung, was kann der Staat alles tun eigentlich, um diesen Digitalisierungsprozess und die Chance daraus zu nützen. Das ist die Unterstützung natürlich der Wissenschaft. Österreich ist ein attraktiver Standort, auch das hat Margarete Schreiberg, wie Ole natürlich gesagt, neben verschiedenen Punkten, das ist vollkommen richtig, wie kann Österreich als ein attraktiver Standort einen Digitalstandort positionieren? Wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sich in Österreich der Branding nicht von Österreich weg bewegt, sondern vielleicht auch wirklich Experten und wirklich wissbegierige und innovative Köpfe in unser Land kommen, sich hier ansiedeln, hier forschen, Dinge entwickeln, Innovationen ausprobieren. Was können wir damit tun oder was kann der Staat tun? Wir haben uns mit unterschiedlichen Ausprägungen und Facetten natürlich mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube ein zentrales Thema und möchte vielleicht kurz aushalten, zu Beginn der Amtszeit von Margarete Schrambeck war eines ihrer ersten Anliegen, ein großes Projekt war, eine Serviceeinrichtung für jedermann, nämlich eine App beziehungsweise eine Web-Oberfläche, das digitale Amt. Das heißt, eine Möglichkeit zu bieten, entweder über Smartphone oder, wenn das nicht vorhanden ist, zumindest über eine Web-Oberfläche, verschiedene Verwaltungswege direkt zu erledigen. Das heißt, dass ich nicht mehr den Bürger dazu zwinge, unter Anführungszeichen, dass es in eine Amtsstube geht, um ein bestimmtes Verwaltungsverfahren in Gang zu setzen oder irgendetwas von einem Amt zu bekommen. Ein heeres Ziel natürlich, es gibt in Österreich teilweise wirklich exzellente Services, die schon umgesetzt sind im Gegensatz und im Vergleich vor allem zu anderen. Aber ich komme da noch dazu, weil da hier ganz interessante Unterschiede sich zwischen den verschiedenen Ländern auftun. Aber wie gesagt, diese Umsetzung dieser Services, die dann über diese App oder über diese Web-Oberfläche angeboten werden, hat auf der einen Seite nun auch nicht, möchte man sagen, natürlich technische Herausforderungen, wie das Ganze umgesetzt wird. Aber, was sich vor allem herausgestellt hat, die Rahmenbedingungen, allen voran die rechtlichen Rahmenbedingungen hinten komplett hinterher. Weil wir eine Rechtslandschaft haben und das ist natürlich auch historisch gewachsen, überlegen wir uns und Juristen, so welche vorhanden sind, wenn es wissen, ein allgemeinbürgerliches Gesetzbuch strotzt noch von Begriffen eigentlich, die auf die Maria-Theresianische Zeit zurückgehen. Das ist auch in dieser Zeit eigentlich in der kaiserlichen Zeit entstanden. Tätow haben wir es mit den Verwaltungsverfahrensgesetzen, mit dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, mit dem Verwaltungsstrafgesetz etc. Erste Ansätze beziehungsweise Ansätze der Digitalisierung gibt es mit dem elektronischen Akt. Aber grundsätzlich war gerade also dieses Beispiel, wie wir eben in dieser App zum Beispiel die Möglichkeit implementiert haben, sich umzumelden über Appen. Das war bis jetzt ja oder bis zum Zeitpunkt, wo diese App realisiert wurde, eigentlich nur möglich, indem man zu einer Polizeistation oder zu einer Bezirksverwaltungsbehörde geht, dort eben zu den Amtsstunden eben diesen Prozess durchläuft, plus diesen Anachronismus der Unterschrift des Unterkunftsgebers auf dem Meldezettel. Das Ganze hatte jetzt insofern natürlich eine Herausforderung, weil das alles gesetzlich geregelt war. Noch dazu in unterschiedlichen Ministerien. Melderecht ist Angelegenheit des Innenministeriums, grundbücherliche Sachen beispielsweise Angelegenheit des Justizministeriums. Und so zieht sich die Kompetenz natürlich durch unterschiedliche Ressourcen. Und dieser enorme Novellierungsaufwand nur im Melderecht mit den verschiedenen kurz angesprochenen Keyplayern hat dazu geführt, dass wir ein Projekt ins Leben gerufen haben, dass ich die Ehre hatte zu leiten oder noch immer die Ehre habe zu leiten, nämlich ein digitales Amt Logistik. Wie können wir es schaffen, wirklich digitalisierungsfreundliche Rechtsgrundlagen zu schaffen, dass wir eben digitale Prozesse, die heute schon vielfach angesprochen werden, die sind andere Prozesse. Da bin ich absolut d'accord. Andaloge Prozesse kann man in digitale Prozesse ummünzen. Das ist aber, bitte erlauben Sie mir diesen steirischen Ausdruck ein Hartschauterweg. Digitale Prozesse müssen anders gedacht werden. Und diese digitalen Prozesse mit all ihren Besonderheiten natürlich auch in eine Rechtslandschaft zu bringen, die, sage ich jetzt einmal, einerseits eine Digitalisierung von Verwaltungsservices ermöglicht, ist die eine Herausforderung, aber vor allem auch der Wissenschaft und der Wirtschaft eine Möglichkeit zu bieten. Und wir haben beispielsweise in Vorbereitung ein sogenanntes Real- Laborgesetz. Das heißt, die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen, dass Innovationen auch wirklich entstehen können, dass sie ausprobiert werden können. Da sind wir natürlich in einem europäischen Wettbewerb und da werden wir eigentlich so dieses Gesetz hoffentlich irgendwann einmal dieses Jahr noch das Licht der Welt erblickt, wirklich einer der First Mover in Europa, wie das so schön heißt, um diese Möglichkeit eben zu bieten. Das sind also diese grundsätzlichen in der Verwaltung, diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, dass Digitalisierung überhaupt möglich wird. Und dann, wir sprechen immer, oder ich spreche immer von den drei Kundenstämmern, die unser Ministerium hat, die jetzt unser Staatssekretariat hat. Das ist die Verwaltung selbst. Das sind die großen Herausforderungen natürlich, weil auch in den Ministerien unterschiedliche IT-Infrastrukturen historisch gewachsen sind und diese miteinander zu vernetzen, das ist nicht so einfach, weil eben historisch gewachsene Systeme ihre Besonderheiten haben. Stichwort IT-Konsolidierung, das ist aber ein Um und Auf eine dringende Notwendigkeit, dass sich vor allem Medienbrüche zwischen den Ministerien hier hintan halte. Der zweite Kundenbereich ist die Wirtschaft. Das war natürlich in der Zeit eines Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort natürlich ein besonderer Aspekt. Wir haben schon, damals aus der Zeit des Finanzministeriums, ein Tool mitgenommen, das Unternehmensservice, Partei zu sukzessive ausgebaut wird, dass den Unternehmern die Möglichkeit bieten soll, Verwaltungsabläufe, Verwaltungsverfahren, die es ja mannigfaltig gibt für einen Unternehmer, eben über eine IT-Lösung, die 724 zur Verfügung steht, zu ermöglichen. Auch da wird weiter vom Gründungsprozess angefangen bis zu den verschiedensten anderen Unternehmenslagen, wie diese wir bezeichnen, eben sollen also hier über das Unternehmens- Service-Portal realisiert werden. Und dann gibt es eine besondere Herausforderung, die sich unser Haus natürlich auch in einem sehr großen Projekt angenähert hat. Das ist die berühmte Frage, wie können die Informationsverpflichtungen an den Unternehmern minimiert werden. Auch hier haben wir wieder rechtliche Tücken beziehungsweise rechtliche Barrieren. Aber der Unternehmer ist in Österreich gezwungen, immer und immer wieder unterschiedlichen Behörden seine Daten, die ja eigentlich in der Verwaltung schon vorhanden sind, immer und immer wieder bekannt zu geben beziehungsweise diese einzugeben. Und das hat auch die Frau Bundesministerin Margarete Schrampe gut beschrieben. Es sollen nicht die Unternehmer laufen, sondern die Daten. Das heißt, wie kann ich es realisieren, dass diese Daten in einer vernetzten Verwaltung untereinander ausgetauscht werden. Auch das ist eine große Herausforderung, an der wir uns derzeit stellen. Ja, und last but not least geht es natürlich um den Bürger, um den Bürger, um die Gesellschaft. Wie können wir hier bestmöglich Services bieten, eben mit dieser angesprochenen App Digitales Amt, mit anderen Lösungen, die es eben gibt. Wie können wir aber vor allem sicherstellen, und das ist eine ultimative Voraussetzung, die in all unserem Tun natürlich das Um und Auf ist. Wie können wir die Sicherheit der Daten garantieren? Und das können wir garantieren. Wir haben einen Dienstleister, wo die Daten der Republik natürlich bearbeitet und verarbeitet werden. Allen voran, das ist das Bundesrechenzentrum, aber wir haben auch in den Ministerien IT-Infrastrukturen, wie dem Innenministerium, die diese selbst betreiben. Und Sicherheit ist in all diesen Einrichtungen, sowohl was die Verwaltungsabläufe betrifft, aber auch wirklich die Datenintegrität und Sicherheit ist ein oberstes Gebot und es ist erfreulicherweise auch wirklich noch nie etwas. Auch in diesen Zeiten, wo der Konflikt Ort Cyberspace immer größer wird, auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen wurde dies noch verstärkt, ist es Gott sei Dank noch nie wirklich zu einem dramatischen Problem gekommen. Ja, und schließlich, natürlich geht es auch um die Frage, und hier kooperieren wir mit solchen exzellenten Einrichtungen wie Fit4Internet sehr eng, wie können wir die Skills, wie können wir überhaupt den Bürger ermöglichen oder Fit machen, dass er dieses Service auch nutzt. Weil das ist eine unserer Grundproblematiken, auch das vor allem möchte ich jetzt kurz einen Vergleich bringen mit Deutschland. In Deutschland gibt es bei Weitem nicht diese E-Government-Lösungen und Möglichkeiten, allen voran zum Beispiel ein zentrales Melderegister, das wir in Österreich seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten schon realisiert haben. Wir haben irrsinnig viele Lösungen, wir haben irrsinnig viele Systeme, die eigentlich zur Verfügung stehen. Allein die Nutzung hinkt hinterher, weil die Kenntnis einerseits des Umgangs mit solchen Lösungen, aber auch überhaupt, dass es sie gibt, leider Gottes sehr, teilweise noch sehr unterrepräsentiert ist. Gerade gestern habe ich mit meinem Bürgermeister am Abend eine größere Sitzung gehabt, wo die Frage aufgekommen ist, wie können wir dem den Einzelnen eine Möglichkeit bieten und wir müssten eine Stelle einrichten oder irgendeine Webseite einrichten, welche Förderungen es gibt. Und ich bin wie aus allen Wolken gefallen, weil das gibt es seit Jahren. Es gibt seit Jahren eine sogenannte Transparenzdatenbank, die durch die mediale Berichterstattung leider Gottes etwas natürlich gelitten hat und immer nur so hingestellt wurde, dass hier der Gläser eine Bürger dargestellt wird oder Ähnliches. Es ist die Möglichkeit heute, und diese ist ja auch zu erreichen, ein Transparenzportal, wo sich jeder einzelne Informationen holen kann, welche Förderungen gibt es, welche Förderungen gibt es von unterschiedlichen Gebietskörperschaften, die sie aber auch dann direkt eigentlich auch beantragen kann. Ja, Last but not least, es ist dann eigentlich klar gewesen, dass es Dinge eben eigentlich, und das war gestern auch wieder eine Erkenntnis, bis auf politische Ebene, dass es Dinge schon gibt, aber leider Gottes eben die Nutzung noch etwas hinterherhängt. Also ich höre da schon raus, dass da natürlich eine sehr, sehr große Bürokratie ist. Wir haben gerade noch von Herrn Affenzeller gesprochen und gehört, dass es hier um Effizienzen geht, auch bei der Frau Schreik, naja, ich kann die Prozesse effizienter darstellen, dann habe ich mehr Wohlstand, mehr Freizeit. Das schaut bei euch in der Politik so nett aus, um ehrlich zu sein, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, hier ist die Bürokratie wirklich groß, dass hier natürlich rechtliche Dinge eingehalten werden müssen, das ist in unser aller Interesse, aber sind wir da womöglich schon zu aufgeblasen, zu bürokratisch? Wir haben es ja natürlich schon auch rund um das Corona-Management gesehen, ich denke jetzt ein Gespräch mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der dann schon auch eingeräumt hat, weil wir die Schurnisten auch gefragt haben, Kinder, was ist mit euch? Wie schwer ist das? Wieso brauche ich 16 Gremien? Da habe ich gesagt, nein, es sind einfach viel zu viele Stakeholder schon da, es ist schon zu groß, dieses System, das ist halt einfach schwierig, effizient zu gestalten. Sehen Sie das auch so und verlieren wir da womöglich wichtige Kilometer im Vergleich zu den anderen, auch im globalen Wettbewerb? Also, dass es Effizienzsteigerungspotenziale da und dort teilweise wirklich sehr hohe gibt, das beschreite ich überhaupt nicht. Also, Sie haben einen Bereich angesprochen, wir versuchen gerade diese Digitalisierungsthemen mit allen Ministerien eigentlich im Rahmen sogenannter digitaler Aktionspläne, einer wurde ja letzte Woche noch verkündet, für die Digitalisierung der Hochschulen hier also auch voranzutreiben, um uns auch, also vor allem also hier diese Effizienzsteigerungspotenziale anzusehen. Der angesprochene Gesundheitsbereich ist ein besonderer, das ist eine, und das ist natürlich augenscheinlich geworden in einer Zeit, wo tatsächlich dieser Bereich extrem gefordert war. Das ist natürlich, sage ich jetzt einmal, jahrzehntelang, jahrelang, ist das nicht so auffällig gewesen, das wussten zwar Experten und jene, die sich also mit diesem Bereich auseinandergesetzt haben, und so wissen das immer wieder natürlich auch Leute, die sich mit einem bestimmten Bereich beschäftigen, dass es da und dort Effizienzsteigerungspotenziale gäbe, und man schaut sich das auch an, das sind nur teilweise Prozesse, die können nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt werden. Wir haben nach wie vor in Österreich ein Legalitätsprinzip nach Artikel 18 des Bundesverfassungsgesetzes, wir können nur so handeln, was uns das Gesetz vorgibt. Wir wissen natürlich, dass die Digitalisierung uns viel mehr Möglichkeiten bieten würde. Wir wissen, dass gewisse Dinge viel schneller eigentlich erledigt werden könnten, aber da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Problem, dazu müssen aber auch die Rechtsgrundlagen da sein. Das ist eine der größten Herausforderungen meiner Meinung nach. Und das Zweite, es wird immer in großen Systemen, und ein Staat ist ein großes System mit verschiedenen Ministerien und noch dazu in einem föderalen System, das aber auch seine wahnsinnig großen Vorteile hat, das möchte ich auch noch einmal betonen hier, aber trotzdem, natürlich, dass in diesem System es Optimierungspotenziale gibt, das ist klar, das hat aber ein Konzern auch, sonst würde, sage ich jetzt einmal, ein Konzern auch nur in seiner Situation, sage ich jetzt einmal, verharren und sich nicht weiterentwickeln. Und genauso, das gilt es auch, also für einen Staat, auch der Staat muss natürlich, Stichwort Innovation, mit den Innovationen mitgehen, er muss aber auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Aber dann noch eine kurze Frage auch an Sie, Frau Domani, wir haben es bei der Corona-Situation dann auch irgendwo gesehen, also Facebook weiß ja, dass ich schwanger bin, bevor ich schwanger bin, da habe ich ja kein Problem und ich poste natürlich, mit wem ich gerade wo bin und was ich gerade esse und überhaupt und sowieso, aber wenn ich dem Staat jetzt, der Staat will wissen, ob ich geimpft bin, das gebe ich ihm sicher nicht. Woher kommt das eigentlich? Ist das eine gesunde Skepsis dem Staat gegenüber oder blockiert dann diese Skepsis auch viele Prozesse erst recht? Ich glaube, Unwissenheit schafft Angst und dann sind wir wieder beim Thema Bildung. Wenn ich nicht Bescheid weiß, was mit meinen Daten passiert und mich auch nicht damit auseinandersetze und wir haben kein Problem, bei Amazon zu bestellen und dahinter kommen sämtliche Vorschläge, was ich vor drei Monaten bestellt habe und so weiter und so fort, das sind ja Algorithmen am Werken, die mich analysieren. Da beschäftigt sich kaum jemand damit und hat kein Problem und genau da, wo Wolken eben gerade gesagt hat, wo wir sozusagen Daten hinterlegen, die womöglich sogar jemand anderen schützen oder mich schützen, die gebe ich nicht her oder mir mein Leben erleichtern. Das heißt, das ist wieder Bildung, Bewusstseinsbildung und Unwissenheit schafft Angst und das ist ein klarer Auftrag, dass wir hier was tun müssen und auch, wie gesagt, nochmal jeder auch eigenverantwortlich gefordert ist. Das ist nichts, was ich an den Staat abgebe, das ist etwas, wo ich ursächlich als Individuum verantwortlich bin. Mich damit zu beschäftigen und auch vielleicht zu hinterfragen, was passiert mit dem Daten? Nicht nur dort, wo ich glaube, dass sozusagen der Staat in mein Leben eingreift, sondern auch dort, wo ich sehr, sage ich mal, flapsig damit gehe. Bildungsthema. Kommen wir zu Klaus Steinmauer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde hier in Österreich. Sie haben sich auch schon zu Wort gemeldet, auch da sehr engagiert in einem der anderen Pendel. Ich darf Sie noch ein bisschen näher vorstellen. In Ihrer Position sind wir seit Mitte 2019, also seit rund drei Jahren. Zuvor mehr als 20 Jahre in der Telekom-Industrie, zuletzt auch für den Konzern der Deutschen Telekom, hier bei uns und der Magenta, bekannt für die Regulierungsangelegenheiten der europäischen Niederlassungen, verantwortlich, Vortragend an der Universität Wien und der FH, Sankt Pölten und auch zahlreiche Veröffentlichungen. Sie wirken erst für mich so, wenn ich Sie richtig einschätze, komm, damit diskutieren machen wir. Es scheint auch für Sie vielleicht ein bisschen zu viel Bürokratie in diesem Land zu geben. Sie haben die Diskussion auch bis jetzt mitgehört, die einzelnen Wortmeldungen. Wie können Sie sich von der RTR bei uns jetzt einbringen? Vielleicht jetzt zum Thema, also kurz gerade einmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe gesagt, das Letzte, was Sie gesagt haben zum Thema Bürokratie und sozusagen sich mit dem Zurechtfinden, ganz ein ehrliches Statement, natürlich 20 Jahre vorher wirklich in der Privatindustrie, die ja sehr breit gesagt ist, dann in eine öffentliche Funktion. Da ist man schon lange Zeit fremd. Also da lernt man dann schon einiges. Also wie gesagt, es gibt, natürlich kämpft man da mit dem, was Bürokratie ist. Die hat ihr Gutes und ihr Schlechtes. Und wie gesagt, zum Herrn Ebner, nur ganz kurz zur Ehrenrettung des ABGB. Das ist eigentlich nur eins von den guten Gesetzen. Weil wie gesagt, mit dem, das ist so schön einfach, mit dem, wenn das ganze Internetgeschäft und so weiter nur nach dem ablaufen wird, dann wäre es super. Also wie gesagt, leider Gottes haben wir schon einen riesen Rechtspulg. Und ich sage, ich habe mir selber als Jurist im Telekom-Bereich immer gewünschen, sozusagen, wir sollten es doch irgendwann einmal schaffen, dass wir die AGPs auf eine Seite kriegen, weil alles, was da sonst noch drinnen steht, wissen weder die, sozusagen die, die das geschrieben haben, noch die, die das sozusagen anwenden sollen. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte, da jetzt zurückzukommen auf das, was jetzt diskutiert wird, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich meine, es ist jetzt sehr breit, sehr viel aus verschiedenen Blickwinkeln gesagt, und da sehen wir, wie verschieden gelagert die Digitalisierung in dem Sinne ist. Weil, worum geht es? Wir haben, auf der einen Seite reden wir sozusagen Prozessoptimierung, effizienter werden, Industrieabläufe machen. Auf der anderen Seite ist, was ist Digitalisierung soweit alles? Es ist eigentlich Information, es ist Kommunikation, es sind Daten. Also sozusagen, das haben wir mal alles. Und das ist die Frage, was machen wir damit? Dort kommen wir zum Thema, die Chancen und die Risiken. Und die Frau Schreik hat ja auch die Themen dort aufgeworfen, es geht ja bei vielen Sachen auch darum, was passiert mit diesen Daten und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, und der Offenzell hat das richtigerweise gesagt, wir sollen nicht von der Digitalisierung, sondern von der digitalen Transformation rechnen. Die passiert tagtäglich. Wie gesagt, die Seele sind zwar immer noch wunderschön und Jahrhunderte alt, wie gesagt, trotzdem passiert um uns herum die Digitalisierung. Wie gesagt, mit dieser Digitalisierung, mit dieser digitalen Transformation, wie mit jeder Veränderung, sind große Herausforderungen betroffen. Wie gesagt, diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Wir können es sozusagen jetzt nicht verhindern und abstellen. Nein, wollen wir nicht. Österreich, keine Digitalisierung, keine digitale Transformation, geht nicht. Das passiert. Also, wie stellen wir uns den? Und da kommt jetzt eigentlich sozusagen auch mein Part rein, was Regulierung betrifft, aber auch nur ein Ausschnitt, was meine eigene Tätigkeit betrifft. Die Regulierung ist eigentlich dazu da, irgendwie die Balance zwischen diesen Chancen und Risiken zu regeln. Sozusagen die Rahmenbedingungen, die Leitplanken zu geben, damit es in die richtige Richtung geht. Und wie gesagt, da vielleicht vorab, es gibt natürlich die Ideen, wie machen wir das? Wir haben in Österreich ganz, ganz verschiedene Regulierungsbehörden. Wie gesagt, ich komme dann noch darauf zurück, ich bin im Hauptteil bei mir eigentlich für die Thematik Infrastruktur, Netze, diesen Teil verantwortlich und das, was da drauf aufbaut. Wie gesagt, sage ich immer sehr überheblich, dann immer, wenn die Diskussionen sind sozusagen, eigentlich das Netz ist die Mutter der Digitalisierung. Weil ich sage, ohne Netz gibt es keine Digitalisierung. Das klingt jetzt überheblich, ist aber einfach so. Und der Herr Ebner hat sehr gesagt, es geht ja darum, wir brauchen die Infrastruktur, um überhaupt das, was wir uns wünschen, die positiven Teile der Digitalisierung auch wirklich voranzubringen. Wie gesagt, da muss man schauen, dass man das hinbekommt, mit Förderungen, mit aber auch Initiativen in der Industrie und genau dazu brauchen wir auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Incentives zu setzen, damit die Investitionen auch gemacht werden. Weil der größere Teil der Gesamtinvestitionen auch in den Netzen wird nicht durch Förderungen gemacht, sondern durch die privaten Unternehmen, die investieren müssen. Und denen müssen wir einen Anreiz setzen und müssen gute Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist eigentlich mit diesem Auftrag oder mit diesem Ziel bin ich eigentlich auch in diese Position reinkommen und habe gesagt, okay, das möchte ich schauen, dass wir dort sozusagen diesen Rahmen schaffen, also Balance erstellen. Aber es gibt dann ganz andere wichtige Bereiche in der Digitalisierung, die man Regulierungsbereiche, wie den Wettbewerb, die Wettbewerbsbehörde, die ja in BMW und angesiedelt war. Es gibt die Medienbehörde, wir haben viel über Fake News gehört heute, über diese ganzen Hass-in-Netz-Geschichten. Also das ist der zweite Bereich und Datenschutzbehörde, ganz ein wichtiger Bereich. Und wie gesagt, indem wir das alles uns anschauen, glaube ich, kann die Regulierung dazu beitragen, genau die hier angesprochenen Probleme sozusagen hier die Leitplanken zu setzen. Ein gutes Beispiel für mich ist, und wie gesagt, wir, ich bin jetzt wieder bei der Bürokratisierung, aber trotzdem an sich der Weg ist der richtige, dass wir können, wenn wir rechtlich hier diese Bedingungen schaffen, müssen wir in Europa anfangen. Das ist sozusagen die kleinste Größe, in der wir sozusagen wirklich rechtlich was machen können, was sich sozusagen eine breitere Menge auswirkt. Und wie gesagt, Europa ist da durchaus schon vorangetreten und wenn wir uns die Datenstrategie, die gesamte Datenstrategie der Kommission und der europäischen Gemeinschaften anschauen, der Union anschauen, ist es, wie gesagt, wir haben begonnen, 18er Jahr mit der GDPR, sozusagen die wir haben. Heute ist schon ein paar Mal verteufelt worden, der Kollege von Benibler hat gesagt, das ist furchtbar, wir haben sie jetzt und sie gibt einen guten Rahmen und wenn man sie richtig nutzt und wenn natürlich auch die Regulierungsmaßnahmen, die parallel dazu aus diesem Gesetz heraus gesetzt werden, unterstützen und begleiten, dann geht es in die richtigen, dann haben wir so Dinge, Sie haben halt angesprochen, die Fake News und dieses Hass im Netz Thema und so weiter, die vor kurzem eben dieser TSH ist schon angesprochen, entsprechend beschlossen, der wird, wie gesagt, in Österreich waren wir ein bisschen schneller und haben das Kommunikationsplattformengesetz gemacht, der wird wahrscheinlich dieses Gesetz ersetzen als Verordnung, gibt einen Rahmen genau in diese Richtung. Wir haben Plattformen, die hier quasi, und das ist ja die große Gefahr, das ist eines der großen Risiko, diese ganzen, bei den digitalen Diensten, die wir haben, die uns taugen, so von WhatsApp bis Google und alles mögliche, was wir da gehört haben, da gibt es einige wenige Keyplayer, die sozusagen als First Mover eigentlich dort den ganzen Markt sozusagen planieren und für sich alleine reservieren. Es gibt nicht sehr viel Wettbewerb, da jetzt auch die EU, die erste, die eigentlich mit dem DMA, Digital Markets Act, versucht hier gegenzusteuern und einen Rahmen zu bieten. Dann gibt es den Data Act, wie wir eine Datenwirtschaft entsprechend aufbauen können von der positiven Seite und ein Data Governance Act, der eben auch hier wieder rahmenbedingt ist. Wie Sie sehen, da gibt es viele verschiedene Dinge aus Regulierungsgesichtspunkten heraus, die dafür dienen, eben diesen Rahmen zu schaffen, den wir brauchen, um hier das zu bekommen. Ich glaube, dazu ist die Regulierung gut, dazu ist es auch gut, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Was wir aber uns vielleicht wirklich, was wir lernen müssen alle miteinander, ist zwei Dinge. Das ist auch das, was mich auch jetzt in meiner, wie gesagt, Regulierungsarbeit begleitet und mit denen wir auch immer wieder diskutieren und wo ich sozusagen immer noch nicht dort bin, wo ich eigentlich hin möchte. Aber, wie gesagt, die Entwicklung geht in die Richtung, früher war das immer so gedacht, wir regeln immer alles, wir regeln immer die Probleme, bevor sie überhaupt passiert sind. Das ist so dieser, das ist genau, ich glaube, das ist ein europäisches Phänomen, aber in Österreich ganz besonders. Und da wir die Probleme immer regeln, bevor sie passiert sind, können es natürlich auch nicht mehr passieren. Wir haben aber genau diesen Nachteil gegenüber den Amerikanern, die zuerst einmal ausprobieren und wenn Probleme entstehen, entsprechend die Maßnahmen setzen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, eines jener Punkte, die wir auch jetzt in Regulierungsarbeit und sei es die BWW, sei es die RTR als Telekom oder als Medienbehörde oder auch die DSB als Datenschutzbehörde lernen muss. Also wie gesagt, man muss dort reinkommen, sozusagen, dass man viel mehr von einer Behörde, die quasi sozusagen ex-Kathedra festlegt, was sein darf und was nicht sein darf und welche Risiken bestehen und deswegen damals gleich verhindern und regeln, hin zu einer Art, ich würde sagen, wir müssen uns alle hin zu Transformationsbegleitern entwickeln. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Wir lernen täglich, ich weiß es selbst aus meiner eigenen Arbeit, wir lernen täglich, was es für neue Herausforderungen gibt und es gibt immer wieder ein bisschen andere, bessere Lösungen, wenn man sich vielleicht nur mehr was dazu überlegt und dazu Gedanken macht. Also wie gesagt, das ist zum einen Bereich, wo ich sage, wo Regulierung für die digitale Transformation sozusagen den Rahmen schafft, damit sozusagen Chancen und Risiken sozusagen gleichermaßen transparent sichtbar werden, aber auf der anderen Seite eben die Chancen am Ende überwiegen und die Vorteile bringen. Wie gesagt, dass man natürlich dann mit den Menschen arbeiten muss, Thema Bildung und alle diese Dinge, das ist sozusagen ein zweiter Teil, der ist sozusagen direkt dann am betroffenen Objekt zu arbeiten, der ist besonders wichtig. Da habe ich gesagt, wir können hier auf unserer Seite entsprechend diese Sachen zumindest im Rahmen festgeben. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, das ist der, der sozusagen ureigenst auch in meiner Verantwortung entsprechend liegt. Wie gesagt, wenn Sie sich anschauen, was sozusagen die Grundlagen, jetzt rein technisch, die Grundlagen der Digitalisierung, der digitalen Transformation sind, ich habe schon gesagt, sozusagen am Grunde unten haben Sie immer die Netze. Von der haben wir halt schon sehr viel geredet und wie gesagt, das war auch dort, wo ich meinen Beitrag leisten konnte. Gut, sozusagen, da wurde ich zum Beitrag angehalten, Herr Nigelfeld, aber wie gesagt, das war so, dann habe ich gesagt, da habe ich die Netze. Darüber habe ich dann die Hardware mit allen ihren Eigenschaften, wo die Hardware und Software die da drinnen ist. Über diesen Teilen sozusagen habe ich dann die ganzen Plattformen, die sozusagen hier die Grundlagen für alles, was wir dann damit machen wollen, stehen und darauf sind die Applikationen. Also das ist der Layer, in dem wir uns anschauen müssen. Alle diese Layer sozusagen, wenn sie richtig verwendet werden, sozusagen haben sie super Chancen für alles das, was sich der Hafenzeller wünscht, sozusagen was wir zum Umsetzen haben, dort in dem Bereich bewegen wir uns. Was aber ein ganz zentraler Faktor ist, der auch uns ganz stark heute interessiert, ist der Bereich der Netzsicherheit. Und das ist der nächste Punkt, der sozusagen auch ein, das ist mehr das technische Risiko, was ich habe. Und das ist sozusagen, ich muss es immer drinnen, das eine ist das eher gesellschaftliche und rechtliche Risiko und Chancenteil und der andere ist dieser technische Bereich. Da kann ich hauptsächlich die Netzsicherheit, kann ich nicht viel mit rechtlichen Sachen lösen. Da kann ich nicht, da brauche ich technische Lösungen dafür. Und diese technischen Lösungen müssen entsprechend umgesetzt werden. Und dazu muss ich dann den Regulierungsrahmen dazu schaffen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Faktor, dass wir hier ganz, ganz wichtig, und das wurde ja heute auch schon in mehreren Pendels öfters angesprochen, ich glaube, die Vorrednerin von der Wirtschaftskammer hat das auch gesagt, dass wir die Sicherheit, das Sicherheitsdenken auch wieder bis zu den Kunden, bis zu den Unternehmen, Kleinunternehmen und auch Konsumenten hinkriegen. Weil de facto, und das ist auch eines der großen Risiken, was wir haben, de facto ist jeder von Ihnen ein Risikofaktor für die Digitalisierung und die digitale Transformation in dem Land. Jeder, der ein Handy hat, kann, wenn es blöd hergeht und wie gesagt, wenn am Ende die Netze unten noch nicht richtig abgesichert sind, einen ziemlichen Schaden anrichten. Und das ist mir eigentlich gar nicht bewusst. Aber wie gesagt, in meiner Tätigkeit, wie ich in Deutschland draußen war, habe ich das schon einmal erlebt, was es bedeutet, wenn man irgendein ungeschütztes Element in einem großen Netz drinnen hat, damals von der Deutschen Telekom, dass plötzlich einfach einmal über eine Million Leute plötzlich ohne Netz sind. Aber wirklich ohne Netz, wegen eines entsprechenden Angriffs. Und wie gesagt, und das war gut, dass man sozusagen eine gute Sicherheitsmaßnahme gehabt hat, weil sonst wären da wahrscheinlich 10 bis 15 Millionen mit einem Schlag draußen gewesen, wenn man es nicht rechtzeitig entdeckt hat. Darum sage ich, das ist der Bereich, den man manchmal ausklammern, wenn man von der Digitalisierung und der digitalen Transformation, da muss was gemacht werden. Und wie gesagt, da sind wir auch als RTR und als Telekom-Bereich der RTR entsprechend dran, hier jetzt auch mit den Sicherheitsbeiraten und diesen Sachen hier auch Grundlagen zu schaffen, damit wir dort einen richtigen Zugang haben. Aber wie gesagt, das ist soweit die andere Seite. Aber wir sind ja schon sehr passend jetzt beim wichtigen Thema Sicherheit. Und auf dieses Thema möchte ich abschließend dann auch kommen. Da kommen wir zu Cornelius Kranich. Sie sind Unternehmensberater, Experte für Cyber Security in Österreich. Sehr interessant, dass Sie auch sehr lange in der Ukraine und in Osteuropa tätig waren, beziehungsweise letztlich sogar ja auch noch sind. Sie werden Generaldirektor Siemens Ukraine, Vorstand bei Reifers in Ukraine, Generaldirektor Asirom Hefik in Rumänien. Sie sind dann auch im Rahmen des privaten Engagements bei Transparenz International, bei der Arbeitsgruppe Medien und Journalismus und aktuell seit März Präsident der Ukraine-Hilfe. Ich bitte Sie mal um Ihren Beitrag aus der Sicht der Cyber Security und bitte behalten Sie auch im Hinterkopf, wie so schön der Herr Steinmauer gesagt hat, das Netz ist die Mutter der Digitalisierung. Und da wird dann schon in weiterer Folge die Frage kommen, na ja, was, wenn der Strom weg ist? Also sprich, wenn wir Black House haben, steht dann das ganze Land? Wie geht es dann weiter? Ich bitte um Ihre Worte. Danke. Ja, also mit dem Netz, das sehe ich nicht ganz so, weil die Digitalisierung hat es viele Jahre gegeben, ohne Netz. Das ist später dazugekommen. Ja, ich möchte noch dazu sagen, ich bin ja promovierter Politikwissenschaftler und habe vor 20 Jahren mein E-Government Postgraduate-Studium abgeschlossen. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Hilfe erlebe ich, wie E-Government heute in Österreich ist und ich habe zurückgedacht daran, was wir vor 20 Jahren hatten. Vor 20 Jahren wurde das E-Government-Gesetz geschaffen, das ELAC-Projekt hat begonnen, Finanz-Online hat begonnen, viele sehr interessante Reichenstellungen wurden für unser Land gestellt. Damals in einer Regierung, die sehr visionär war, die hat gesagt hat, wir machen vieles möglich, wir gehen jetzt ganz neue Wege. In letzter Zeit lese und erlebe ich eher Rückschläge. Ich denke an das Kaufhaus Österreich, ich denke an die Stop-Corona-App zum Beispiel oder ich denke zum Beispiel an das unglaubliche Chaos im Gesundheitsbereich, das schon angesprochen wurde, bei Österreich impft. Das ist ein gutes Beispiel auch dafür, wie man sicherheitsmäßig sehr viel falsch machen kann. Österreich impft war eine Webplattform, wo man sich nicht einigen konnte, dass in Österreich eine Plattform das macht, sondern man hat vier verschiedene Plattformen gehabt. und das eine Bundesland die, das andere Bundesland die und drei von den vier hatten ganz schwere Sicherheitsmängel, sodass sie ganz am Anfang schon zu einer breiten Diskussion in der Öffentlichkeit geführt haben. Also das Erste, das hat glaube ich Wien verwendet, die haben, wenn man sich angemeldet hat, dem Falschen dann eine Bestätigung zu schickt, dass er sich angemeldet hat, halte ich für eine relativ große Schwäche, die man bei einem bisschen Testen vielleicht hätte ausschließen können. In Salzburg hat es eine Lösung gegeben, da konnte man dann die Befunde von anderen, also die Corona-Ergebnisse von anderen Downloaden mit einfachsten Mitteln und hier hat man einfach die Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht, was Cybersecurity betrifft. Und was ich halt sehe ist, dass es wahrscheinlich notwendig ist, die E-Government-Strategie, die wir haben und auch die Art und Weise, wie wir hier arbeiten und mit welchen Firmen wir vor allem arbeiten und wie wir diese Firmen evaluieren, die diese ganzen Sachen machen, dass wir ganz grundsätzlich das alles überdenken. Ich freue mich daher sehr, dass der Herr Hofrat Turski, der ist 33, war schon Hofrat, habe ich gelesen, jetzt als Staatssekretär hierfür eingesetzt wurde. Mich hätte es aber noch viel mehr gefreut, wenn ein Minister, ein Ministerium eingerichtet worden wäre für die Themen Medien, IT, Digitalisierung, Cybersecurity, weil ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz wichtige, moderne Themenstellungen und hier ist es ganz wichtig, dass wir als Staat, der eine Informationsgesellschaft im Wesentlichen hat, weil wir haben ja keine Agrargesellschaft mehr, wir haben auch keine Industriegesellschaft, sondern wir haben im Wesentlichen eine Informationsgesellschaft, dass der Staat darauf reagiert und das Beste daraus macht. Und das Beste daraus machen heißt aber, dass man nie aus den Augen verlieren sollte, wer der Kunde ist. Der Kunde sind die Bürger und die Wirtschaft. Was ich jetzt hier erlebe als Präsident der Ukraine-Hilfe mit den Flüchtlingen, die hierher gekommen ist, dass diese Kundenorientierung in vielen Fällen einfach nicht da ist. Die Leute werden von A nach B geschickt, es gibt bürokratische Vorwände, es gibt technische Probleme, da wird in einem System was eingegeben, das kann ins andere System nicht übertragen werden. Ich habe auch erlebt in anderen Projekten, es gibt uralte Datenbanksysteme im Bund, die sind 40 Jahre alt, nach vorne hin ist alles super, modern digitalisiert, nach hinten hin ist alles uralt und schwer in der Lage, mit diesen modernen Sachen umzugehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir aus diesem Grund ein Patchwork haben aus Dingen, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, das eigentlich vorher so nicht geplant war. Weil vor 20 Jahren haben wir eine Situation gehabt, da hat Österreich als eines der wenigen Länder in der Europäischen Union ein Bundesrechenzentrum gehabt, das deshalb zustande gekommen ist, weil es einen sehr mächtigen Sektionschef im Finanzministerium gab, im Justizministerium und jemanden in der Stadt Wien, die haben gesagt, wir brauchen ein Bundesrechenzentrum, wir brauchen ein zentrales Rechenzentrum, wo viele, viele Dinge zusammenlaufen werden und sollen und wir brauchen nicht viele Kleineinheiten, wo jeder irgendwie selber seine Dinge macht. Ein gutes Beispiel für so eine kleine Einheit, die alles selber macht, oder sehr viele selber macht, ist das Außenministerium. Und Sie wissen, was dort passiert ist vor drei Jahren, ein schwerer Cyberangriff, der das Außenministerium völlig lahmgelegt hat, wo man bis heute in meinen Augen nicht genau weiß, was wirklich da los war, zumindest die Öffentlichkeit weiß es nicht. Ich habe keine genauen Informationen, wer dort angegriffen hat, ob das in den Griff bekommen wurde, ob die neue Attacke vor zwei Wochen damit zusammenhängt oder nicht. Aber da hat man als Außenministerium eine eigene IT und eine eigene Security-Mannschaft, in einem relativ kleinen natürlich, arbeiten nicht mit dem Bundesrechenzentrum nach meinen Informationen in diesen Bereichen zusammen, was sehr schade ist, weil gerade im Bundesrechenzentrum hätte man viel größere Kapazitäten gehabt und hätte sich darauf verlassen können, dass denen vielleicht das vorher auffällt. Generell ist es im Bereich der Cybersecurity so, wir haben gesprochen von der Informationsgesellschaft und von der Digitalisierung der Gesellschaft, es gibt natürlich auch eine totale Digitalisierung der Kriminalität. Die sind da sehr erfolgreich. Also wir haben letztes Jahr, oder im letzten Bericht des Innenministeriums aus dem Jahr 2020 20.000, 35.000 Anzeigen gehabt, die aus dem Bereich der Computerkriminalität kommen. Das meiste davon ist nicht Computerkriminalität im engeren Sinn, also dass jemand wirklich ein Computersystem stört oder angreift, sondern das ist Computerkriminalität im erweiterten Sinn, also quasi alte Kriminalität, nämlich Betrug mit digitalen Mitteln oder Erpressung mit digitalen Mitteln. Also Ihnen schreibt jemand ein Mail und sagt, ich habe böse Fotos von dir, wenn du nicht zahlst, dann werde ich die veröffentlichen. Das ist natürlich Erpressung und das hätte man früh mit einem Brief gemacht, jetzt macht man es halt digital. Also zwei Drittel dieser Delikte sind eigentlich solche Delikte, ein Drittel davon sind wirklich Angriffe auf Unternehmer, zum Beispiel Ransomware-Angriffe oder die Verfälschung von Daten, das Kopieren von Daten, das Stehlen von Daten. Wir stehen dem aber trotzdem ein bisschen ohnmächtig gegenüber, weil sich die Zahl der Leute im Innenministerium, die das Ganze bekämpfen, im Bundeskriminalamt und auch im Bundesministerium für Landesverteidigung, weil die nicht in gleichem Ausmaß gewachsen ist wie die Zahl der Delikte. Und ich weiß, das ist sehr schwer natürlich, die Leute zu finden, weil wir haben das Beamtendienstschema, die Leute werden nicht so gut bezahlt wie in der Privatwirtschaft, wir haben auf der anderen Seite auch natürlich generell einen gewissen Mangel am Markt an solchen Spezialisten. Aber ich glaube, dass wir da schauen müssen natürlich, wie wir hier viel, viel besser werden. Und wir müssen uns auch überlegen, wie man zum Beispiel Delikte, die elektronisch passieren, auch elektronisch anzeigen kann. Weil in Österreich ist es so, wenn Ihnen so etwas passiert, jemand verstößert Sie zu Hause oder Sie haben eine Situation, dass Sie glauben, dass Sie Opfer einer Straftat geworden sind. Im Zusammenhang müssen Sie zu einer Polizeidienststelle gehen, mit Ihren ausgedruckten E-Mails, mit Ihrem Computer. In der Corona-Zeit hat man das, glaube ich, ein bisschen verändert. Jetzt ist nach meinen Informationen, das wird so, dass Sie physisch dort hingen müssen. Schon das führt aber dazu, dass viele Anzeigen nicht gemacht werden. Ich verstehe auch, dass das im Sinne natürlich der Polizei auch ist, weil die sonst überschwemmt werden würden wahrscheinlich von solchen Informationen. Aber man muss hier auch ein bisschen dem Bürger und der Wirtschaft entgegenkommen, indem man zum Beispiel eine Hotline schafft. Israel hat sowas, die Nummer 119 in Israel, also 911 umgekehrt. Das ist eine Cyber-Notfall-Hotline. Dort kann man die Rettung anrufen, die Polizei anrufen, die Feuerwehr, und man hat eine Cyber-Hotline, die kann man anrufen und sagen, bei mir gibt es ein rotes Fenster, ein Computer, irgendwas ist falsch. Und die sind eine Erstansprechstelle, die dem Bürger helfen. Ich denke mir, man muss im Zeitalter der Digitalisierung eben an moderne Dinge denken, die man bisher nicht hatte und hier auch mit den Mitteln der Digitalisierung arbeiten. Und weil Sie das Thema Backout angesprochen haben, das ist natürlich die Kehrseite des Ganzen. Also ich behaupte einmal, wir haben dafür eigentlich kein Konzept. Wenn für einige Tage der Strom ausfällt, können wir alle nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich bricht die Logistik zusammen nach wenigen Tagen. Es ist sehr, sehr fraglich für mich, was dann wirklich passieren würde mit den ganzen Banken und Versicherungen zum Beispiel. Und dafür, glaube ich, sollten sich natürlich die Energieversorger und die Unternehmen in der kritischen Infrastruktur wirklich vorbereiten. Nun müssen wir uns alle dessen bewusst sein, dass es immer nur eine Situation ist, die für wenige Tage oder Wochen gelöst werden kann. All along leben wir in einer digitalen Wirtschaft und die analoge Möglichkeit zu arbeiten beziehungsweise im Falle eines Blackouts wirklich gut zu leben, die wird es zumindest in den großen Städten in dieser Form nicht geben. Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem positiv in einem besonderen Punkt. Sie haben angesprochen, dass ich bei Transparenz International die Arbeitsgruppe Medien und Journalismus leite. Wir haben da ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt fakten.gv.at. Das soll so ähnlich sein wie das help.gv.at, aber eine neue Service-Seite für den Bürger, die sich mit digitaler Desinformation beschäftigt. Das ist etwas, an dem wir sehr intensiv arbeiten, wo wir auch mit der Frau Bundesministerin Raab und ihrem Kabinett darüber diskutieren. Die Möglichkeiten der Transparenz und die Möglichkeit der Darstellung von digitaler Desinformation sind natürlich in gleichem Maße gegeben, wie man auf der anderen Seite diese Desinformation betreiben kann. Und hier glaube ich, dass es viel billiger ist, als früher so etwas zu machen und dass es viel einfacher ist, so etwas ins Leben zu rufen. Die Kollegin hat angesprochen, die EU-Initiative EUV ist dies Info. Die machen das schon auf EU-Ebene, dass sie solche Informationen an die EU-Bürger weitergeben im Rahmen bestimmter Themenstellungen, zum Beispiel was den Ukraine-Krieg betrifft. Auch in Österreich können wir so etwas machen. Und der Vorteil ist auch, wir können nationalstaatlich vieles machen. Es gibt keine großen Vorgaben dazu. Die EU sagt, jeder Staat ist dazu aufgerufen, sich digital zu behaupten. Und das sollten wir auch in jeder Art und Weise mit unseren Leuten tun. Vielen Dank, Herr Granik. Herr Ebener, Sie wollten ganz kurz natürlich... Ich möchte mich wirklich ganz kurz fassen, aber nachdem ich vor meiner Zeit im Digitalisierungsministerium und im Finanzministerium, im Innenministerium war und dort für die Cybersecurity-Initiative zuständig war, gemeinsam mit dem damaligen Generalsekretär des KSÖ, der ja auch da hier heute sitzt. Und das muss ich schon ein bisschen zurechtrücken, das ist nicht wahr ganz. Es ist die Personalzahl des Cyber-Train-Kompetent-Sender im Bundeskriminalamt tatsächlich gewaltig gestiegen. Die ist nicht gleich geblieben. Es gibt auch noch andere Einheiten. Wir haben eine eigene, weil das auch eine EU-Vorgabe ist, um ehrlich zu sein. Ein Cybersecurity-Center, das im heutigen in der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst angesiedelt ist und wir haben die ganze strategische Kompetenz, die wir im Bundeskanzleramt haben. Ob das alles miteinander vielleicht ein bisschen konzentriert werden könnte, das sei dahingestellt, das ist auch eine Frage, die man der Politik stellen muss. Aber es ist nicht ganz richtig, dass das ein stagnierender Bereich ist, mit dem man sich nicht beschäftigt. Und was die Hotline betrifft, gibt es die, die nennt sich 133. Es ist nämlich der österreichische Ansatz, der Exekutive, ein Generalistenansatz und sie können in Österreich auf jede Polizeidienststelle gehen und wenn der selber dort das nicht kann, dann wird ihnen zumindest weitergeholfen, sie werden weiter verbunden beziehungsweise sie kriegen einen Kontakt nachher im Bundeskriminalamt. Also das ist grundsätzlich gegeben. Ich habe das selber ehrlich gesagt, noch einmal einen Fall im privaten Bereich gehabt, wo ein Internetkaufheit in die Hosen gegangen ist, wie es so schön heißt. Und mir ist da ganz normal an der Polizeidienststelle eigentlich geholfen worden, wie es eigentlich die Aufgabe der Exekutive in Österreich ist. Dankeschön für die Ergänzung und jetzt haben wir schon ein bisschen Zeit nicht überzogen, aber ja, selbstverständlich möchte man aber auch noch Ihr Statement hören, Gerald Weile-Buchner von der Finanzfuchsgruppe in Wien, selbstpolitisch lange Jahre auch für die ÖVB tätig, sie haben noch einige Jahre im Gemeinderat beziehungsweise im oberösterreichischen Landtag, seit 300 selbstständig mit einer PR-Agentur und haben sich jetzt in letzter Zeit immer mehr auch auf Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherungen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister spezialisiert und auch Cyberversicherungen sind da ein großes Thema, sagen Sie. Wir bitten um Ihre Worte und auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit, aber bitteschön. Vielen Dank. 17 Uhr werden wir schaffen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Finanzfuchsgruppe gibt es seit zehn Jahren. Wir beraten in den Bereichen Versichern, Vorsorgen, Finanzieren und Investieren, haben dazu 50 Banken und Versicherungspartner, das ist nicht nur Reifheisen da vorne, sondern auch ganz viele andere. Unser Beratungsprozess ist total digital abzuwickeln, das heißt Financial Profiling bei uns und wir haben mittlerweile in ganz Österreich 35.000 Kunden. Ich habe mich spezialisiert auf Rechtsschutz- und Haftpflicht für Bürgermeister oder generell kommunale Entscheidungsträger, weil man da relativ schnell durch teilweise Kleinigkeiten in die private Haftung stolpern kann. Daraus hat sich dann auch ein Zweig entwickelt im Bereich Gewerbekunden und für beide gilt, dass die Cyberattacken immer mehr werden. Wir kennen es alle aus den Medien, dass die Zahl zunimmt. Neues Beispiel, ganz am Beginn der Pandemie ist das Krankenhaus in Brünn in Tschechien attackiert worden. Braucht man sich gar nicht ausmalen, was da passieren kann, weil während einer Operation Systeme zusammenbrechen oder in der Gemeinde Weiz in der Steiermark haben irgendwelche Betrüger 27 Gigabyte Daten vom Gemeindeamt abgesaugt. Wenn da sehr sensible Daten dabei sind, ist das für die Verantragungsträger natürlich auch nicht lustig, wenn irgendwer Haftungsansprüche stellt oder ich war erst bei einem Bürgermeister in Tirol, der betreibt auch ein Hotel und der hat seinen Computer dann nicht mehr bedienen können, weil der attackiert worden ist. Erst und gleich, weil er Forderung kriegt, so zur nächsten Trafik gegangen, hat dort um 900 Euro Bitcoins gekauft und dann wird das System wieder offen. Also quer durch gibt es da sehr, sehr viele Fälle und es gibt dafür eben auch gezielte Versicherungen, Cyberversicherungen. Es sind noch nicht so bekannt, aber dadurch, dass die Fälle steigen, steigen auch rapide die Prämien dazu, weil durch viele Versicherungsunternehmen das Risiko noch vor Jahren falsch eingeschätzt haben. Man kann zum Beispiel absichern, die Betriebsunterbrechung, also denken wir an einen Industriebetrieb, wenn da die Produktion einmal zwei, drei Stunden stillsteht, dann ist das ein enormer Schaden, der dadurch entsteht. Es gibt eine Deckung für die Datenwiederherstellung, die kann auch erhebliche Kosten verursachen. Dann kann man decken, die ganzen Rechtsanwalts, Sachverständigen und Gutachterkosten und wenn es ganz schlimm wird und dieser Fall an die Öffentlichkeit tritt, dann gibt es auch die Kosten für Krisen per ersetzt. Das wäre jetzt, glaube ich, es ist 17 Uhr und dann schauen wir. Ich bin sehr begeistert. Ich schaue jetzt mal kurz zu Herrn Schausberger. Soll ich noch eine kurze Frage erlauben? Kann noch jemand, möchte noch jemand, gibt es noch eine Frage, die ich möchte Ihnen die Chance nicht unterschlagen? An die Damen, Sekunde bitte. Haben die Mikrofone? Der Herr hier bitte. Kommt schon. Herzlichen Dank für die Zulassung einer kurzen Replik beziehungsweise Frage und gleich eine Bitte an das Institut für die große Konferenz im Oktober, das Pendel Blackout in ein größeres Cyber Security und Cyber Panel umzuwandeln und wir stehen gerne auch als Innenministerium und andere Träger der öffentlichen Sicherheit in diesem Lande zur Verfügung, weil mich die sehr interessanten Ansätze, das Herr Kranik natürlich, Wolfgang Ebner hat auch schon kurz repliziert, eine Reihe von Aufklärung beziehungsweise erklärt auch, dass wir vielleicht zu wenig Information tun, auch in die interessierte Fachwelt. Fakt ist, dass wir im Bereich der Cybersicherheit massiv angegriffen werden. Die Zahlen des Deutschen, Österreich wurde schon ein bisschen zitiert, sind relativ hoch, 146.363, eine Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 in Deutschland. Wir in Österreich haben, das wurde schon erwähnt, immerhin 30 Prozent mehr Angriffe bei 46.000, wobei vieles in den neuen Bereichen ist. Ich erkläre das jetzt nicht genau. Wir tun sehr viel, es ist viel zu wenig, aber das, was heute Uli Tomani-Fundern schon gesagt hat, der Mensch, wir alle, der Mensch im Mittelpunkt, egal in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, als Bürgermeisterin, als Abgeordneter, als Journalist, wir müssen das alle beherzigen und uns so verhalten, wie wir uns auch im realen Leben verhalten. Und wir wollen als Staat mit vielen Dingen die Netzwerkinformationssicherheit ist eines, aber die Bürger, Informationssicherheit ist eine viel wichtigere. Daher meine Danke für die provokativen Anregungen, die wir vielleicht und meine Bitte an dich, Herr Präsident, und dein Team, dass wir das in Salzburg dann noch genauer diskutieren können. Also da ist jetzt Feuer drin, Herr Präsident. Also wenn Sie noch wollen, also nein, aber gut. So, dann danke ich sehr den Damen und Herren hier am Podium. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war, ich hoffe, Sie haben das auch so gesehen, wirklich gespannt, Ihnen allen zuzuhören. Und dann übergebe ich an den Herrn Präsidenten. Bitte. Danke vielmals. Erstens einmal vielen herzlichen Dank, Herr Secker, für diese charmante, aber sehr konsequente und wirklich gute Moderation. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Damen und Herren, die am Podium hier mitgewirkt haben. Ich glaube, wir haben heute einen wirklich intensiven Tag hinter uns. Darum habe ich auch ein bisschen geschaut, dass wir wirklich um 17 Uhr fertig sind, weil es war wirklich intensiv. Aber ich habe auch an den Diskussionen gesehen, dass das Interesse sehr groß ist. Und ich kann Ihnen nur versprechen, und ich möchte das auch dir sagen, wir haben ja schon die dritte Konferenz in dieser Form. Also es wird nicht die letzte sein, der beteiligt. Vielen Dank auch all jenen, die es bis zum Schluss ausgehört haben. Wenn wir wieder was machen dürfen, wir Sie einladen und dann diskutieren wir weiter. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend und ein gutes Nachhausekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.